Dankeschön, vielen, vielen Dank. Ich habe den Start nicht gemacht, verdammt. Ja, hallo, auf YouTube ist ja schon, es ist nicht wirklich viel passiert, aber ein bisschen was. Lumix hat gerade 10 Subs verschenkt, möchte ich nochmal auf YouTube sagen, ja. Vielen, vielen Dank dafür nochmal, Dankeschön. Es ist am regnen in Los Santos, haben wir noch gerade gesehen. Und wir haben eine SMS von Walter Weiß, der gesagt hat, dass er bei Natschi gestartet hat, also bei Herko Kuhm. Und dass Ariane sich melden soll, sobald sie das liest. Ja, genau. Und jetzt gucken wir erstmal Regenjacke. Was wir anziehen, jetzt kriege ich gerade übrigens auch noch wieder Bauchschmerzen, das ist ganz toll. Alpho, vielen Dank auch an dich für 5 Verschenkt ist Subs, Dankeschön. Schmerz, vielen, vielen Dank, Dankeschön, Dankeschön. Und auf jeden Fall, unsere schwarze Hose, so viel Zeit muss sein, auch trotz Bauchschmerzen. Ah, vielleicht nehmen wir ja die Hose hier. Weißt du was? Nein, wir nehmen mal die andere Hose. Jetzt reicht es Ihnen aber langsam. Ariane im Moment mit flachen Schuhen rumläuft, bekommt sie dann auch die Sneaker. Schwarze, wir müssen mal andere schwarze, flache Schuhe hören. Dankeschön, Alpho, Dankeschön, Lumex. So, jetzt noch ein Oberteil, das sie unter der Jacke anziehen kann und das passt. Gucken wir mal. Warte mal, gucken, ob die passen. Ah, jetzt wird es wieder witzig. Ja, hallo? Hallo, Frau Bahns, Sie haben sehr häufig versucht, mich anzurufen. Sie wollten ein Gespräch und es regnet. Wie kann ich Ihnen helfen? Genau, ja, ich wollte ein Gespräch mit Ihnen jetzt schon seit einer Weile, also wenn Sie heute da Zeit hätten. Ja, ich bin kurz hier im Krankenhaus. Hä? Warum ist was passiert? Ja, ich sag mal so, Akumo und ich, wir haben unseren Mann gestanden und haben uns auf die Fresse bekommen. Oh, ja, das hatte ich gehört. Deswegen war mein erster Gedanke gestern, dass sie halt wahrscheinlich mit denen so Ärger haben, dass die dann jetzt hier auftauchen. Ja, also die werden uns in den nächsten Tagen wahrscheinlich erstmal ordentlich beschäftigen und die haben mein Auto auf dem Parkplatz vom Mission Road Department demoliert. Oh, ja, das hatten wir hier tatsächlich gestern auch gesucht. Ich habe gesagt, hier steht ja immer sonst ein weißes Auto, aber es war ja nicht hier bei dem. Wir waren auch in einem Parkhaus hier drin in der Nähe und so. Ja, gut, dann weiß ich, dass es da stand. Ja, ich habe extra mir, also Nachi und ich wurden ja dann angegriffen dort. Also wir haben mit der Besitzerin vom Yellowjack-In gesprochen, weil die Frau Kaya Winters, die will ja so ein bisschen wieder Fuß fassen. Ja. Und ich habe mir das so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, ihr zu helfen. Deswegen habe ich jetzt verschiedene Locations rausgesucht, wo sie mal auftreten kann wieder. Ah, ja, genau. Dann habe ich mit der Dame vom Yellowjack-In gesprochen und die hat auch gesagt, die haben bei uns absolut kein Hausverbot. Na ja, dann wollten wir gerade rausgehen. Das war, wo sie auch da waren, erinnern Sie sich? Wo wir im Yellowjack waren. Ja, daran erinnere ich mich noch sehr gut. Genau, dann haben die ja mit ihren Motorrädern, unser Auto stand ja davor, ganz offensichtlich, und es war über Platz. Dann haben die tatsächlich sich dazu entschlossen, auf den, auf diesen Hof da zu fahren, unser Polizeiauto zu fahren. Ich habe dann noch zu ihnen gemeint, ey, wir geben ihnen eine Runde aus, alles gut, gehen Sie doch rein, was trinken. Dann wurden die halt ziemlich frech. Hm? Was ist das jetzt, Sir? Alles okay? Ja, wahren Sie mal, Frau Barnes. Sir? Frau Barnes, da sitzt jemand gerade auf meinem Schoß. Was? Und der redet nicht mit mir. Ich habe es nicht... Was? Ich habe es nicht, was passiert, Frau Barnes. Wo sind Sie denn gerade? Äh, im Emly. Ja, äh, ja, da steht... Wahren Sie mal eben. Hm. Hä? Hä? Nächstes Mal, wenn Sie sich auf meinem Schoß setzen, können Sie dann Bescheid sagen vorher? Ich meine, vielleicht beim dritten Date. Alles gut. Na gut, dann hat es sich dann erledigt. Ähm. So, wo war ich stehen geblieben? Äh, sind Sie noch dran, Frau Barnes? Ja, ich bin noch dran. Ja, okay. Auf jeden Fall... Ähm... Moment mal, jetzt an dem Tag, wo wir da waren auch, oder an... Ja, wo der Kuriyame ja die, die, die 1600 Dollar da bezahlt hat. Ah, ja, ja, okay. Ja, ja, da erinnere ich mich. Sehr gut. Ja, genau. So, und dann haben die, ähm... Wollen wir einen Tag später, wollten Nachi und ich halt Rippchen essen gehen. Beim Yellowjack-In, weil wir haben ja keine Probleme dort. Ja. Ja, und dann sind wir mit unserem Streifenwagen da hingefahren. Und dann auf einmal standen halt die Mayhemms dort in unserem Weg. Boah. Und, genau. Und die haben dann gemeint, ja, verpiss dich hier und bla bla. Ach, gehört denn das? Nee, eben nicht. Okay, dann finde ich sie aber erst recht komisch. Richtig. Und dann habe ich meinen Knüppel in die Hand genommen und habe gesagt, jetzt gehen sie mal aus dem Weg. Ich habe zu Nachi halt gesagt, Nachi, wenn wir jetzt gehen, dann verlieren wir halt unser Gesicht so. Und dann, wir müssen jetzt kämpfen. Und dann habe ich meinen Knüppel genommen, habe ihn aber nicht getroffen. Und dann lagen Nachi und ich am Boden. Ach, du Scheiße. Dann habe ich vor lauter Wut, weil sie meine 414 kaputt gemacht haben, bin ich mit voller Wucht in deren Motorräder reingefahren. Die sind alle als eins weggeflogen. Deswegen hat sie jetzt wahrscheinlich mein Auto erwischt. Ah, okay. Ja, ich bin aber erstmal natürlich glücklich, dass ihm noch nichts passiert ist. Noch nicht? Okay, das ist super. Nein, dass ihm da nichts passiert ist? Ich habe gerade verstanden. Noch nicht. Ich wollte gerade sagen. Nein, sowas würde ich da nicht sagen. Achso. Ich muss Ihnen noch was erzählen, das habe ich ganz vergessen. Wissen Sie, wer das Kinder jetzt arbeitet, Frau Behns? Ja, irgendwas mit der Anwalt oder so, habe ich gehört. Ja, der wird jetzt Anwalt. Jedes Mal, wenn der im Prozess führt, bin ich krank, weil das vertagt sich ja. Ja. Ja, ich würde ja eigentlich sagen, ich wünsche ihm viel Glück, aber ich bin ziemlich angepisst auf den. Aber ja, egal. So, da machen, keine Ahnung, können die Leute doch quatschen. Ob Sie denn heute in den Dienst, Frau Behns? Ja. Ich tue nur gerade Regenklamotten raus. Oh Gott. Ich tue nur gerade Regenklamotten raus. Da hat sie mir die Stimme verschlagen. Ja, Regenklamotten. Okay, dann sehen wir uns gleich im Mission Row. Seien Sie Bescheid, wenn Sie da sind, dann können Sie vorbeikommen wegen Gespräch. Okay, muss ich in Uniform sein oder kann ich jetzt auch direkt erst mal zum Mission Row PD? Uniform wäre auch gut. Okay. Oh, man behandelt jetzt. Oh Gott. Warum erzählt ihr das so im Detail, ey? Warum erzählt ihr das so im Detail? Und warum habe ich keine Kleine? Das sieht voll blöd aus. Warum geht die schwarze Kappe nicht? Das geht... Oh, warte mal, ich habe noch eine andere. Oh, nee, wir müssen zum Friseur, ey. Obwohl... Wann geht das mit dem Hemd nicht, ne? The tea. Das ist so, okay, okay. Ja, okay, okay. Ja, gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, gestern hat das für die so viel Spaß gemacht. Boah, ich hatte, glaube ich, das erste Mal überhaupt so viel Spaß. Das war cool. Auch wenn ich mit Ariane vielleicht ein paar zu viel, ja nicht allein ginge, aber dieses... Ach Gott. Wenn ich alleine was machen kann, ist es immer besser so, ne? Aber ich glaube, heute wird wieder schlimm. Ich glaube, heute wird doch wieder furchtbar. Irgendwie hat es mir gerade wirklich die Stimme komplett verschlagen. Oh, ich weiß... Ich will jetzt nicht hier die ganze Zeit stehen und... Die soll halt immer gut aussehen. Das sieht alles scheiße aus irgendwie. Weiß ich nicht. Ach, Senpai Milone. Hallöchen. Hallo. Hast du gar nicht gesehen, dass sie wirklich in seinen Klamotten geschlafen hat? Wir haben uns alles das vor... Sie hat es wirklich angehabt, ne? Wir haben es uns alle vorgestellt. Jetzt habe ich richtig hart gemäht, hart. Oh, ihr hättet es ja eh nie erfahren, ne? Ihr hättet es ihnen ja nicht auf die Nase gebunden oder sonst was. Hast du nicht Urlaub? Ist das dieser Urlaub, von dem man redet? Ich kenne es übrigens auch nicht. Ich kenne Urlaub auch nicht. Was ist Urlaub? So. Jetzt muss ich aber mal wirklich... Also irgendwie muss ich sagen, wir haben halt nichts zum Anziehen. Also für den Regen. Für den Regen haben wir nichts zum Anziehen gerade. Oder wir haben allgemein nichts zum Anziehen, was bedeckt. So. Wir haben jetzt nur diese eine Regenjacke. Und die habe ich doch auch immer mit ihr getragen. Nicht so doof? Warte mal. Da habe ich die... Ich habe die doch auch immer mit ihr getragen. Okay, das geht sogar so ein bisschen. Was hatte ich denn da runtergekommen? Nee, boah, nicht mehr shoppen, ey. Jetzt will ich echt mit ihr sparen. Es war schon... Ich habe das so bereut mit dem Kleid gestern, ne? Das Komische ist, selbst wenn ich... Weil ich meine ja, dass das mal ging, ne? Dass wir, wenn wir das hier drunter angezogen haben, dass man das auch gesehen hat, da drunter. Also rein theoretisch kann sie ja jetzt... Hiermit? Das ist ja ein sehr casualer Punkt. Ich schwöre, ich habe es gleich. Es dauert nicht mehr lange. Das Einzige was man sieht, ist halt das hier. Und das sieht hier zwar auch ganz süß aus eigentlich, aber so ohne... Irgendwie komisch. Irgendwie nicht Ariane. Warte mal, ich könnte hier eventuell... Ach nee, das ist Weste wieder noch... Ah nee, das geht auch nicht. Ich schaffe das. Ich sollte einfach jetzt mit ihr losgehen. Was ist da wieder los im Shit? Das ist aber wirklich so, ne? Ich habe auch gestern von meinen Mods noch mal so ein bisschen nachgelesen und so. Meine Mods sind wirklich sehr viel netter als ich. Ich bin da so ein bisschen... Ja, ein bisschen rabiater tatsächlich, was Bannen und sowas alles angeht. Weil ich immer, immer wenn ich sehe, dass irgendetwas die Chat-Harmonie stört, ja? Oder dass Leute im Chat angegangen werden von Leuten. Na weg damit. Weg damit. Alles negativ. Gott, ich hasse mich. Warum komme ich hier auf? Boah, ich weiß es. Ich weiß es wirklich nicht, ne? Ich bin so... Oh Gott. Wir haben einfach gar nichts zum Anziehen. Gar nichts. Ganz, ganz schlimm. Ich habe nur Sommersachen. Die braucht halt jetzt wirklich Winterklamotten, ne? Wir müssen doch mal schauen. Scheiße. Ja, ich lasse das jetzt so. Ist egal. Obwohl das... Oh nein. Guck mal, das backt hier. Oh, das stört mich immer so. Warte mal, vielleicht ist das... Ja, aber dann macht das doch gar kein Sinn. Ich will ja schon... Dass sie die Jacke oben drüber hat. Ich schwöre, ich habe es da. Gleich habe ich es wirklich. Oh, soll ich einfach nur ein weißes oder ein schwarzes Oberteil runter anziehen? Was hatte ich denn da immer drunter? Was hatte ich denn da immer drunter? Ich meine, irgendwie ist ja auch seit den ganzen Updates und sowas alles, ist ja eh immer nochmal so ein bisschen... Buggy, manche Sachen... Natürlich ist es ja nicht... Ja, vielleicht... Oh, warte mal, das könnte ich ja... Oh, aber ich finde tatsächlich Rollkragenpullover ohne sieht irgendwie immer doof aus. Guck mal, so die Körperform oben finde ich irgendwie immer sehr, sehr blöd. Ich meine, die wird ja heute sowieso dann die ganze Zeit in den Regen, das wird umlaufen, ne? Boah, das sieht voll scheiße aus. Ich kann damit nicht leben, ey. Oh. Ich würde so gern die Kappe anhaben mit ihr. Kann ich damit leben, dass sie so ein bisschen backt? Seht das? Ne, nicht die. Was ist das? Hallo? Was war das? Hä? Was war das? Warte mal kurz. Hä? Das war irgendwie komisch, keine Ahnung. Ist das ein Teamstick? Oder no? Warte ich. Ja, ja. Vorschläge für Outfits, das ist für mich schon Wechselgaming. Das machen wir nicht. Ja, ansonsten... Ariane, machen wir einfach das, ne? Warte. Schocker Ariane, nein, ich kann nicht, ey. Weißt du was? Okay, warte, jetzt habe ich es, okay? Ich habe das Problem jetzt gefunden. Das Problem ist folgendes. Wir haben nur bauchfreie Oberteile. Und ich werde nun die schwarze, wo ist sie hier, die schwarze Hose anziehen. So, ne? Macht auch ein schlankes Bein. Wenn ich die schwarze Hose anziehe, kann ich nämlich auch ihre Lieblingspullis anziehen. Und dann nehmen wir jetzt mal den weißen Pulli. Den weißen Pulli. Weißt du? Da ist er noch. Oh, ja, den, der sieht auch gut aus, Ariane. Oh, der sieht sogar irgendwie wirklich gut aus. Aber guck mal. Ich weiß nicht, wie die anderen das sehen. Ob die bei den anderen dann keine Jacke anhat. Ja, den nehme ich eigentlich. Können wir mal. Okay, hier funktioniert. So, dann lassen wir jetzt auch die Kappe weg. Ja, die Kappe lasse ich total weg. Die nehme ich mit. Dann backt es halt. Ist jetzt auch egal. Ich muss damit leben. So, Shadowhunter. Aber eine der Regeln ist, nicht mit den Mods über Bands oder Timeout. Ist nicht gewandt. Über die Löschung diskutieren. Das ist eine der Chatregeln, die du am Anfang tatsächlich zugestimmt hast. Und wir müssen wieder einkaufen gehen. Der Kühlschrank ist auch leer. Alles einfach leer. Ganz schlimm. So, jetzt sag mal. Ne. Gute Besserung. Hä? Okay. Den Mann verstehen. Ja, der, bei dem, bei ihm ist es halt so, ich finde das so lustig. Ariane ist ja wirklich zu denen, ne. Also Barbara verkloppt Lamy, sagt denen auch, halt die Fresse und sowas alles, ne. Und Ariane war ja immer sehr, sehr easy, locker mit ihm. So fing das ja alles an, ne. Die waren ja immer alle befreundet. Und dann ist Ariane ja zu ihm gesagt, als er da stand, bei eines Taxis, so, ne, mit Arme verschenkt hat, so auf sie gewartet wegen dem Gespräch. Da meinte er ja, da meinte sie ja zu ihm so, hä, was stehst du denn hier so wie der Oberbarbo, ne. Und, ähm, da meinte er, wie redest du denn mit mir, ne. Und so, hä, okay. So, und dann hat Ariane jetzt beim letzten Zusammentreffen, hat sie halt nicht so locker easy mit ihm geredet. Und dann hat er ja wieder gesagt, wie redest du denn mit mir? Also es war auch nicht okay. Und ich glaube, für Lamy ist es eigentlich nur okay, wenn man ihn ziemlich krass in den Arsch kocht. Oh, ich will auf jeden Fall RP mit ihm weiterhaben, ne. So. Okay. Ähm. Oh mein Gott, ich habe mich gerade voll... Hä, warte mal. Habt ihr das gerade gesehen? Ich hatte kurz die Hoffnung, dass Ariane andere Augenbrauen gekriegt hat, oder was sah ganz furchtbar aus? Und so blockiert kippt mich immer noch, ja. Ja, es wird weiterhin ein Traum, ein Traum bleiben. Ja, weil der... Der redet so von den Updates, so irgendwie so, ja. Und da habe ich das in meinen Stream gezeigt, ist so, ja, muss ich auf jeden Fall mal nachgucken und sowas, ne. Und da habe ich so gesagt, Dennis, ja, komm mal neue Augenbrauen. Alter, hör auf damit. Ja, woher kommst du denn? Und dann habe ich das dir wie erklärt, ja, als wir gerade im Getränkemarkt waren, wie ja, wie belastend das einfach für mich ist, die Augenbrauensituation bei Ariane. Also ich finde es ja immer noch ganz schlimm, weil es stört mich in meinem RP, weil ich möchte in dem Moment, dass sie nicht böse guckt, wenn ich sie was sehr, sehr Nettes sagen lasse. Und, ähm, ja, das wird mir halt verwehrt, ne. Ganz furchtbar, ganz, ganz furchtbar. Boah, sieht das immer cool aus am Regen, ne. So, wir fahren zum Lamesa-Pili, deswegen kann ich. E-Mach. We love eyes from across the room, and I feel like I'm about to explode. And I clench my hands tight, so I won't unleash it too soon. Give it to me when I'm old. And I'll wrap you up, and we play hide and see. And my heart reclimes up above 130. And I wanna help you reach it, reach your pain. Cause you told me that you like to get dirty. You're dirty, and I like that, when it's just for me. You're dirty, and I like that, when no one else can see. You're dirty, and I like that. This is what you deserve, where do you get the nerve? To try and break free of me. I would hope that you know better than to bust our bars. You know we are a rarity. So easy to prepare, but too hard to escape. Better not to get bent out of shape. Now cover up your eyes, now spell it out slowly. All the things that you've done wrong. You're dirty, and I like that. When it's just for me. You're dirty, and I like that. When no one else can see. You're dirty, and I like that. If you're good, and you show it to me. Like I've asked you to so many times before. I will leave a little room to slip, and I'll put you on the floor. And if I feel like it, I'll unlock the door. Can I trust you not to leave the room? Or even make a sound? Or do you need to be more tightly bound? This will all unravel soon. We can stay here on the ground. You must lose yourself in order to be found. Sieht voll scheiße aus. Ich brauche unbedingt eine schöne Regenjacke mit ihr. Es gibt ja die Regenschirme. Und ich weiß nicht, irgendjemand hat nach der Ariane gefragt. Und die hat auch eine Antwort gekriegt, wo es die gibt. Und ich habe es wieder vergessen. Scheiße. Ich glaube, Ava war es. Und Ava, da müssen wir uns ja sowieso noch melden. Ansonsten war es jetzt heute nicht. Ja. Ich glaube, Lamy bereut das ein bisschen, was er geschrieben hat. Könnte sein. Aber der Schirm ist wirklich ein Sonnenschirm. Der Schirm ist so riesengroß. Aber jetzt macht das halt voll Sinn. Aber der ist ein bisschen komisch. Hallo? Von Manuah? Was sind das denn die ganze Zeit für Geräusche? So? Scheiße. Ich muss auf jeden Fall heute noch zum Friseur. Hab was vor. Ich hab einen Look im Kopf, Leute. Das musst du unbedingt machen. Zur Abholung dann. Jetzt hat Ariane gesehen, dass sie wirklich so viele tragen. Jetzt reicht es mir aber auch langsam. Jetzt zieht ihr den an. Wirklich. Es steht nicht in der Dienstanweisung, dass es kein Pullover, dass kein Pullover, wozu soll der sonst da sein? Kampfpullover. Okay. Wenn ich von vornherein weiß, ich geh in den Kampf, geh ich zurück und zieh den an oder was? So, ich liebe den Pullover, der ist doch schön, ne? Und ich, ähm, find die neuen Uniformen nicht schön. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dennis war sehr schockiert heute, wo meine Aussage ist. Das ist ganz im Ernst. Da muss ich sagen, ich kritische ja nie was, aber die Uniform finde ich halt wirklich nicht schön. Und Vivi war auch meiner Meinung. Ich find die schwarzen Uniform halt schöner. Aber wir müssen halt gucken, wie die an den Charakteren aussehen, ne? Ich find die nicht schön. So, ich hab wahrscheinlich wieder die Hälfte vergessen, oder? Die ist sowieso doof. Oh, manchmal geht es mit den Fingernägeln, manchmal nicht. Schade. Nun. 4,76, wieder 10,30, dann ist der BD. 19,16, oh. Okay, lass mich kurz gucken. Ich bin so verpeilt heute wieder. Ich habe das. Ich habe das. Und das Wichtigste eingestempelt sind wir auch. Und die Musik muss ich aus. Hurra! Immer schön, wenn da nichts steht. Aber eigentlich müsste da jetzt sogar was stehen. Schade, da hätte ich nämlich wirklich gerne was reingeschrieben, was Ariane da aufgefallen ist. Also das würde ich sowas von reinschreiben. Weil ich das immer noch komisch fand, wie, es kann auch irgendwas anderes sein, aber komisch fand, wie die Autos da auch, ne, habe ich ja auch gesagt, wie die Autos geparkt sind. Da habe ich das neue Auto dabei. Und das Verhalten von Tyson war mega weird. Und das ist ja auch mit dem Mai. Und das ist ja auch mit dem Mai. Und das ist ja auch mit dem Mai. Aber das würde ich sehen, ist ja auch mit dem Mai. 536, Aktivrichtung von Lido Bay. Was, Ari fällt eben auf, weil sie die Leute so kennt. Scheiße, wovon habe ich gerade geredet, habe ich schon wieder vergessen. Ja, die perfekten Voraussetzungen schon wieder. Ach, wegen des Taxi-Name, meinst du, habe ich dann. Ja. So. Fantastikow. Es wird furchtbar, ich habe wieder keine Ahnung, ich habe wenig geschlafen, aber ich habe meinen Eisenpulver genommen. Das heißt, es kann nur alles gut werden. Lichchen. Hallo. 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 Machen Sie heute Leitstelle hier wieder? Ne, also ja, so ein bisschen Co-Leitstelle für Frau Winchester, aber eigentlich ist Frau Winchester Leitstelle. Ah, ich wollte nämlich schon fragen, ob Sie leitstellensüchtig sind. Ne, tatsächlich nicht. Ich habe tatsächlich von Käpt'n Gautier auch schon Anschiss. Ja, ich habe nämlich gehört, dass Sie es ziemlich oft machen. Ja, warten Sie mal, ich komme rum. Hier, kommen Sie mal rum. Ja. So. Ne, Respekt. Warum hat Frau Winchester eigentlich die Infoleitstelle und die Leitstelle? Weil sie eine Maschine ist. Achso, nein, sie hat gar nicht die Infoleitstelle, es war der Notruf. Sie hat nur die Infoleitstelle gesagt. Ah, okay. Ne, ich habe tatsächlich gestern auch von Käpt'n Gautier... Hör auf zu reden, Abjane. Aber es ist halt auch immer so ein Problem, wenn man halt irgendwie angefunkt wird oder angerufen wird, so hey, machst du Leitstelle? Ja, es ist halt immer so ein Thema mit Nein sagen, ne? Weil theoretisch muss ich sie ja nehmen, wenn man mir sie gibt, ne? Ich dachte wirklich, Sie machen das gerne, weil Sie so ein Organisationsfimmel vielleicht haben, was ja sehr positiv ist. Ich mache sie auch gerne, so ist es nicht. Also, ich bin jetzt aber, ich bin auch ganz ehrlich, jeden Tag jetzt irgendwie mehrere Stunden Leitstelle. Och. Ist jetzt auch nicht so meins. Ja, das glaube ich. Aber bei so einem Scheißbettel... Hat mir das gestern mit viereinhalb Stunden schon gereicht, ne? Viereinhalb Stunden? Ja. Ich war ja, bis wir dann in den Feierabend gegangen sind, war ich in der Leitstelle. Ja, die mobile Leitstelle gestern. Die war ich dann ab Uhr, ja. Und davor die vier Stunden war ich sie ja stationär. Wollen Sie rausfahren? Äh, ne, ich müsste für ein Gespräch zum MRP, ein Gespräch mit dem Commissioner. Dafür bräuchte ich nur eine Überführung, genau das war's. Ja, überführen dürfen Sie auch alleine. Ja, dann, ne, ich wollte fragen, ob vielleicht, wenn da jetzt sowieso jemand jetzt da hinfährt, dann wäre ich, hätte ich mich dazu gesetzt, aber dann mache ich das alleine. Ich könnte höchstens die Kollegen fragen, ob sie schon mal mit rüber wollen, weil mein Wrong-Call ist ja trotzdem nachher. Dann könnten wir alle vier überführen. Ist hier jetzt immer um 19.45? Ja. Also heute weiß ich es tatsächlich nicht, kann sein, dass er auch wieder abgesagt wird. Die drei? Weil die, äh, Führung, beziehungsweise, ich glaube, ab Sargent gerade irgendeine Besprechung hat. 10, 20, Lamesa-Defragment, 4, 4, 3, löst sich auf. Ah, okay. Deswegen weiß ich nicht, kann natürlich auch wieder sein, wenn der Kommission da ist, dass dann der Rolli ausfällt. Aber gut, ich frage mal kurz die Kollegen, ob die gleich mit... Ja, Roll-Call. Achso, ist das immer gut? 4, 3, 2, 10, 20, AMAT, die 55 und die 295 verlassen, die 4, 3, 2, die 4, 3, 2 überführt nach Lamesa und löst sich dann auf. Ja, wie gesagt, äh, ich, ich kann mich auch verleihen, aber ich frage mal. Okay, gut. Check! 4, 15, 20, Fahrschule, Community-Policing. Ich habe gerade kein Wort verständlich, was haben Sie gesagt? Ich habe gesagt, Frau Wichester, Sie sind aber motiviert. Achso, Sie meinen mich gar nicht. Ha? Ich bin immer motiviert. Ja, das stimmt, haben Sie recht. Leitstelle, Crownstein, wollt ihr gleich mit überführen, weil Frau Barnes muss ins LRPD, die hätte ich jetzt schnell rübergefahren. Wollt ihr gleich mit? Ja, klar. Ich würde gleich mitfahren, ich muss nur noch kurz Leitstellenblatt pflegen. Ja, ja, mach alles in Ruhe. Hab ich, hab ich, hab ich. Hab ich, hab ich. Ähm, so, die 555 löst sich. Und die 432 überführt, äh, MRPD. Hm, hi, hab ich alles. Gut, noch ein kleiner Tipp für die Leitstelle. Warten. Check erst, wenn du es eingetragen hast. Oh ja, muss ich mir unbedingt angewöhnen. Weil so lange darf eigentlich kein anderer Funkspruch kommen und wenn doch ein anderer, mein Gott, dieser Tresel. Hey, Mann, Taylor, du bist aber auch übermotiviert heute. Äh, jedes Mal, wenn, wenn da ein Funkspruch reinkommt, kannst du uns dann abscheißen. Gut, wir haben... Hey. Ja, warte, ich muss meine Jacke noch wieder nehmen. Ist ja ein Sauhettag. Oh, Rochester, wo haben sie die Brille her? Oh, das ist, äh, total lange her, da gab es Mr. Glasses noch. Ah, scheiße. Okay, ja. Aber... Ähm, wir versuchen die gerade im Up-to-Date zu bekommen. Oh! Gibt es keine Infos? Okay, danke! Nee. Also von daher, wir überführen ja noch. Nee, 519 habe ich verstanden, ansonsten nicht. Viel Erfolg und viel Spaß! Danke! 536 1030, Rocket an der Tankstelle. Check! 419, Funkcheck! Check! Gut, wenn es mal wieder geht. Hast du ein Kackwetter heute? Ich mag Regen. Ich auch, aber nur, wenn ich nicht die ganze Zeit da draußen rumlaufen muss. Ich mag das Regengeräusch auf dem Autodach. Ja, das ist schön, aber... Fehlt bei dem Auto eine Tür, oder habe ich einen Schaden im Blick? Hä? Ein Knicky, eine Pupille haben sie vielleicht. Okay. Trink mal ein bisschen mehr mit Zucker, nicht, dass ein Kreis da vergrauscht. Wir brauchen neue Caps. Das wäre bei Regen mal ganz gut. Hey! Oder einfach ein Regenschirm. Definitiv. Oder eine... Ja, okay, so ein Regenschirm, der da hinten ist. Oder so eine Regenmütze. Ja, der müsste aber hier noch eine Wester mitnehmen können. So. Regenschirmgehör braucht den heutzutage mit Regenschirm. Der Führungsfahrt, MRPD und check. Naja, mein Handy hat noch keine Regenschirm-App, oder wie meinen Sie das? Oh, es gibt noch Regenschirme beim Binko. Bei welchem Binko? Ähm, beim MRPD, dem Binko. Hä? Echt? Wo denn da? Na, wenn sie reinkommen, rechts am Tresen. Oh mein Gott. Ja? Okay, dankeschön für die Info. So große Schwarze. Die sehen so ein bisschen aus wie diese japanischen Sonnenschirme. Oh, ja, dann schau ich da mal. Ich würde mir auf jeden Fall hin zulegen. Danke, Frau Minichester. Wir haben am Anfang 250 Dollar gekostet, jetzt kosten sie 800. Bitte was? 800 für den Regenschirm? Ja, okay, dann scheiß drauf. Ich hummel kein Regenschirm. 800 ist für den Regenschirm? Aha, aber der ist groß. Da passen zwei Leute drunter. Ja, nee, aber trotzdem. Also bitte. Das ist ja von Putschi, oder war es sich Emma Bibi? Ja, oder von Schmammani oder so. Ja, wahrscheinlich. Hat der einen Goldgriff, oder wie? Ja, der Diamantgriff ist wahrscheinlich eine Waffe noch. Wir haben uns sechs meldet. Wir haben im Nahrbereich keinen Fassmissparzei gefunden. Wir sind wieder aktiv. Check! 536, aktiv. Check! Schieben Sie mich an, Frau Winchester. Tschüss, das Problem. Danke. Ich bin zwar nicht Frau Winchester, aber... Ja, Frau Winchester, genau. Hey da, du Schmuck. War gar nicht mal so einfach, ehrlich gesagt. Ey. Was denn? Das ist jetzt aber kein Japaner-Festwort gewesen. Nö. Das hat mein Vater mal gesagt, Schmuck. Vorne, ich glaube, man den Kommissioner nach hinten gezogen hat. Ich weiß nicht, nicht unbedingt. Ich weiß ja auch nicht selber, warum ich das einfach selber gesagt habe. Gehen Sie mal hinter. Also es kam erst mal, dass es steht. Ähm. Ja, ich habe eigentlich nichts zu tun, aber ich tue einfach so ein Sohn. Ja. Ich bin so froh, dass wir nur Officer 1 sind. Ich bin so glücklich einfach. Ich verstehe nicht, wieso man das nicht sein will. War doch ein bisschen zu früh, ne? Ich möchte bitte sagen, jedem, der heute nicht da war, gestern war Ariane wirklich fleißig. Aber das startete auch sehr langsam alles. Ich könnte das nicht, was die AMP wieder machen. Das geht einfach nicht in meinen Kopf rein, ne? Ich weiß nicht, was wir haben jetzt zu früh. 4.06.10.20. Legion Square. Verkertsbeobachung. Fert! Ach, guck mal, hier steht es auch. Also wer hat denn entschieden, dass der, also mal ganz im Ernst, das macht so null Sinn, einen Regenschirm für 800 Dollar ist, auch wenn ja natürlich die Preise alle ein bisschen teurer sind, 800 Dollar ist, also für einen Regenschirm ist viel zu krass. Wieso kostet der beim Binkos 800 Dollar? Das ist ganz komisch. Also du kriegst dafür einen gebrauchten Kleinwagen hier auch, so einen ganz günstigen. Okay, nicht wirklich, so mit 1.800 Dollar. Aber trotzdem, es kann ja nicht sein, dass ein Regenschirm so teuer ist. Was ist denn da los? Oh, die haben immer noch nicht die Kerzen, oder? Ach, so ein Dollar. Wer holt sich denn den Regenschirm ein? Bei 250 hätte ich den mitgenommen. Aber das ist ja wirklich riesig, weil ich würde echt gerne mit einem Regenschirm hier rumlaufen, da hätte ich schon Bock drauf. Hier sind so ein paar Sachen, die haben mich ja geholt. No tea, nicht so. Jetzt so, dass Ariane noch da drauf ist. Diese Stimmung gestern, ich weiß auch nicht, was Tyson so, also das ist, letztes Mal habe ich noch gesagt, boah, ist das irgendwie ein Kommunikationsproblem, ist das mit Teamspeak oder so? Dann dachte ich, er wäre vielleicht aus dem Taxi ausgestiegen beim Funk, aber er hat ja immer nach einer ganzen Weile darauf geantwortet, was Ariane gefragt hatte. Und gestern hast du gemerkt, dass da irgendetwas ist und ich will es auch nicht wissen, aber das ist schon, puh, schon fast so ein richtiger Hass, der ihr da entgegengeschlagen ist. Einmal Leitstelle übernehmen, kommen. Ah, das ist aber schön gemacht hier, guck mal. Das ist sehr schön. Ach, das ist ein Kiki. Ja, das ist ein Kiki. Da muss ich hier auch noch schreiben. Das ist ein Kiki, das ist ein Kiki, das ist ein Kiki, das ist ein Kiki. 53620, ist in die Schloss Elf für Tankstelle. Check. Kann ich eigentlich? Nein, können wir nicht mehr. Okay. Nicht, er steht ja, der Name ist auch falsch geschrieben. Ich muss ihn irgendwo mal korrigieren. Ich habe privat sogar bei mir. Ich habe jetzt einen Kiki, der privaten Ansicht ist. Ich habe aber auch am Telefon gesagt, ja, wir haben hier im Dienst dafür sorgen, dass der Unterstützung da entsteht. Den NNRB, sagen Sie mir Bescheid. und dann gehe ich nicht mehr. 536 aktiv. Ich kann auch mit meiner Augen lassen. Check. Oder setze ich mich mal die Tage für? 106 sind 20 einmal für die. Tage für mich und ich schicke ihnen weg. Vermögen Sie es nicht, wie sich Ari verändert hat, auch wenn es positiv ist? Ja, nee, 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 nee. Ganz anders. Vor ein paar Tagen hat er teils noch mit Ariane gelacht, also sehr herzlich auch gelacht. Das war noch ganz normal zu ihr. Das ist jetzt, nachdem sie mit Lami geredet hat. Und alles, ja. Tschüss. Hallöchen. Hatte ich mit Lami geredet wegen der Bäcker-Sache da. Hast du gestern gut nach Hause gekommen? Ja, und du? Ja, ich auch. Fantastisch. Ja, und heute so ein beschissenes Bäcker, ne? Schüttet es schon lange? Ich bin gerade tatsächlich das erste Mal aus dem Haus gegangen heute. Ja, tatsächlich sind das schon so zwei, drei Stunden. Puh. Hat sich richtig eingeriegnet. Ja, ich sehe schon einen halben Tsunami auf dem Sandstuhl. Nehmen wir an den Spalz. Bitte nicht. Nee, nee, oh mein Gott. Aber wir wohnen hoch, aber andere haben nicht so viel gefahren. Gut. Ja, gut, ich wohne auch hoch, von daher. Ich wink dann raus, so wenn die Schiffe vorbeifahren. Oh, wo wohnst du denn? Ich wohne gegenüber vom Observer. Ach, da, ja, die Wohnungen sind sehr schön. Hm, das stimmt. Dann hast du auch direkt dieses rote Parkhaus bei dir um die Ecke, ne? Ja, richtig. Dann mach ich einmal Huhu, wenn das Wasser kommt. Nein, wenn das Wasser kommt, müssen wir Leute retten. Ich glaube, ich kaufe mir schon mal ein Gummiboot oder sowas. Aber es muss gelb sein. Wegen Signalfarbe oder was? Ne, es gibt da so ein norwegisches Lied. Mal ein klein gelbes, rotes Gummiboot oder so ähnlich wie das. Ah, ja, ne, das kenne ich ja nicht. Also in Norwegen kommst du. Ja, genau. Ist schön da? Ja, doch, auf alle Fälle. Die Natur. Ja, hier muss man in den Norden fahren, um ein bisschen Natur zu genießen. Aber ich glaube, ein bisschen Wasser tut in den Norden noch mal ganz gut. Hm, check. So, irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde heute mein Gespräch nicht bekommen mit den Commissioner. Aber ich habe ihn schon gesehen. Ja, ich habe ihn gerade auch gesehen. Ich habe ihn auch geschrieben, aber, ähm, mal schauen. Hast du schon einen Streitepartner? Ne, noch nicht. Wie gesagt, ich habe den Commissioner telefoniert gerade und bin hier mit einem Gespräch mit ihm. Okay. Und ja, danach wollte ich rausfahren, je nachdem wie meine Verfassung ist. Oh je. Ne, ich habe tatsächlich eine Bitte. Ach so, na gut. Vergleich ist ja erst mal World Call. Ja, ich frage mich, ob der gleich wirklich ist, ne? Ich habe noch nichts Denteiliges. Wo, wo ist er denn hier? Ganz oben im Raum immer, ne? Also nicht hier vorne, dieser Besprechungsraum da hinten, sondern ganz oben der, ne? Erster Stock, ja. Ja, ja, das meine ich nicht ganz oben. Ganz oben ist das doch. Ja, ich bin noch ein bisschen müde tatsächlich. Ich muss erst mal ein bisschen wachsehren heute. Ja, ich weiß, was jemand gemacht hat. Okay. 87 meldet sich in die Dienstunterbrechung. Naja. Ich schaue mal kurz, wie lange ich schon wieder arbeiten bin. Bin auch schon ein bisschen wieder hier. Okay. Dreieinhalb Stunden, das geht noch. Und heute schon viel erlebt? Ich habe ein paar 10,26 Uhr heute gemacht. Ah. Einfach so, um jemanden zu suchen? Naja, einfach so Führerschein-Kontrolle und dass jemand zu schnell über die Straße wegfahren, wo es heute schon so rutschig war und so weiter. Ich wollte ihn einfach darauf hinweisen, dass es vielleicht nicht ganz so schlau ist, nicht zu schnell über eine Kreuzung, wenn es nass ist, zu fahren. Wobei, sowas denke ich mir manchmal auch, das ist so, weiß ich nicht, eigentlich der gesunde Mensch verstand, dass man doch langsamer fährt, wenn es regnet. Hm. Das Geheule ist groß, wenn man dann einen Crash hat. Hm. 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 Das stimmt. Hm. Ich gehe einmal ganz kurz auf die Toilette. Na klar. Okay, ich bin an meinem absoluten Tiefpunkt am Kopf in der Müdigkeit. Scheiße, ich muss ganz schnell irgendwas machen. Ich trinke schon die ganze Zeit, warte. Ich überlege, ob ich mir jetzt noch einen Kaffee machen gehe. Ich bin in der Rollcall nach der Stadt, komm. Ich habe nichts Gegenteiliges gehört, komm. Dann bräuchte ich einen Beführungstraß zum MAPD, komm. Ach, wieso drücke ich hier MAPD? Boah, ich bin gar nicht aufnahmefähig. Na, wird sich dumm gekümmert. 4.05 für Leitfunk. Ich bin nicht auf, da muss ich auch hoch. Ja. Kann man die Kollegin in der Früh abholen, komm. Moment. Wo ist der genau, 10.20 der Kollegin? Der, äh, der Peropi, die kommt. Ja, Check 4.05, äh, 10.40, der Peropi. Ja, Check 3.20. Ja, die 4.23 hat mal im Einbesinnahmen, der Peropi würden sonst auch überführen könnten, komm. Ja, dann nimmst du mich mit. 4.05, dann könntest du wieder aktiv gehen. Check somit. 2.45, Check. 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 4 0 5 10 20 MAPD. Check. 4 2 0 1 über 14 MAPD. Check. 4 2 0 1 plus 11 MAPD. Vielen Dank. 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 Das kann ich machen. Bitte komm. Ich wünsche dir, dass wir da einfach gehen. Ich wünsche das so sehr, dass alles irgendwie von alleine läuft. Aber wisst ihr noch, das war so lustig am Tränen, so ähm, hä, ähm, hä? Und ich habe auch wieder ein bisschen, ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob ich da auch, guck mal da vorne, wie süß. Oh, der Mikrofon, oh, wie süß hat er das Ding gemacht hat, oh, seht ihr das von mir? Ja, das seht ihr, ne? Weiß ja nicht, wie in der Twitch-Qualität manchmal auch zu matschig ist. Ich hab's. Ach, da sehe ich jetzt, dass die Winkelkarte ist auf dem Mikro, okay. Oh, die muss ja festgeklebt sein. So, liebe Kollegen, der Kollege, da ist gerade noch was am beledigen, was ist das hier? Ja, Kokum ist schuld, der hat ja, glaube ich, ein Loch unten reingemacht. Habe ich festgezwibelt bis innen dran, gestern. Entschuldigen Sie bitte. Och, Mann. Wow. Kokum, das wird jetzt ab sofort immer Ihr Stammplatz sein. Ich will da immer stehen bleiben. Niemand setzt sich mehr auf diesen Stuhl. Ja. Ja. Bitte. Ihre Departmentleiter werden Sie darauf hinweisen, dass Sie bitte Ihre Uniform in Ihren Spind legen. Und wir brauchen am Samstag so viele Kollegen, wie es geht, die freiwillig helfen. Des Weiteren wird es am Samstag eine Rundführung durch das neue Vespucci Police Department geben, wo wir Ihnen dann auch einen Einblick in die ganze Struktur zeigen. Wir erklären, wo was stattfindet. Und die Fahrzeugflotte wird ausgetauscht. Ja. Uniform, Fahrzeuge, BPD. Das passiert am Samstag alles. Ähm. Ich werde am Samstag wahrscheinlich gegen Nachmittag schon im Dienst sein und wir beginnen dann. Ja. Umso mehr Leute helfen, umso schneller sind wir fertig. Wir müssen auch eine riesengroße Fahrzeugflotte runter zum Hafen fahren und auch wieder Fahrzeuge abholen. Also es wird Samstag sehr viel Arbeit und ich würde es begrüßen. Jeder, der am Samstag dabei ist, ich werde mir Ihre PD-Nummer ausschreiben, bekommt von uns 2.000 Dollar Bonus, insofern Sie helfen das Ganze umzuräumen, anzupassen. Mann! Ist das alles fertig zu machen? 2.000 Dollar haben oder nicht haben? Ja. Gut. Dann eine andere Sache. Sie haben heute einen High-Risk-Einsatz, der vor Ihnen steht. Und zwar haben wir heute durch Homeland Security einen interessanten Auftrag bekommen. Die Festsetzung von mehreren Mitgliedern des Motorclub Mayhams. Diese werden in Custody gestellt und bekommen ein Strafmaß. Da wird Ihr Einsatzleiter, das ist heute Mr. Amos Miller, Ihnen gleich mehrere Anweisungen geben. Die Mayhams finden sich im Norden. Meistens befinden die sich am Yellowjack Inn oder zum Beispiel bei ihrer Werkstatt oder anderen Orten. Jeder, der mir den heute Abend bringt oder ein Mitglied der Mayhams in die Zelle ist, schreibt mir bitte eine SMS, dass er die Person inhaftiert hat. Ja. Gut. Das haben wir dann auch. Der letzte Punkt ist, da würde ich Herrn Kuckum mal bitten, dass er das einmal erklärt, ganz in die Runde, was Arbeitsverweigerung in unseren Augen heißt, Herr Kuckum. Ja gerne. Arbeitsverweigerung bedeutet zum Beispiel, ich kann ein Beispiel machen, dass wenn Kollegen in Not sind, dass sie nicht helfen. Dass sie, selbst das ist Arbeitsverweigerung, wenn sie einen Einsatz absichtlich zum Beispiel langsamer anfahren. Zum Beispiel ist das Arbeitsverweigerung. Ja, fällt Ihnen vielleicht noch Beispiele ein, was man noch dazu zählen könnte? Ja, zum Beispiel, wenn ein Police Officer am Boden liegt, wie Herr Kuckum sagt, und sie beobachten die Situation erstmal, anstatt da hin zu rennen. Denn ein Police Officer hat hochwertiges Material an sich, wie eine Schusswaffe, die andere Menschen tödlich verletzen kann, wo Menschen, die durchdrehen, einen Amoklauf mitlaufen könnten. Dann einen Taser, Schlagstock und ähnliches. Funkgeräte, Dienstequipment. Sobald ein Officer am Boden liegt und Leute stehen um ihn herum, haben sie die Pflicht, sofort da rein zu gehen. Egal, ob es ihr Leben betrifft oder nicht. Wir haben mitbekommen, dass da einige wie sogenannte MPCs rumstanden, wie Computerspielfiguren, die nicht wussten, was sie tun sollen. Das war eine Arbeitsverweigerung, das war absolut schlechte Arbeit. Und sollten wir sowas nochmal sehen, werden wir das zur Anzeige bringen. Weil Sie sind dafür verpflichtet, darauf haben Sie Ihre Marke geschworen, Sie sind dafür in den Dienst gekommen, Menschen zu helfen. Und das betrifft insbesondere Ihre Kollegen. Jetzt übergebe ich erstmal das Wort an Mr. Kuckum. Haben Sie noch was bezüglich Mission Road, Department und Ausbildung etwas loszuwerden? Mission Road per se nicht. Captain, haben Sie was? Ich glaube nicht. Nur ganz kurz. Die Police Academy, die hat alle Module überarbeitet. Alle Rekrutenmodule wurden an den komplett neuesten Stand angepasst. Auch da vielen Dank an die Ausbilder und auch an Herrn Fowley, dass das alles editiert wurde. Das heißt auch an die Ausbilder, ab sofort werden nur noch die neuen Module ausgebildet. Das heißt, ziehen Sie sich bitte diese raus. An die Rekruten, die die alten Module hatten. Sie können sich gerne jederzeit die neuen Module anschauen, da diese überarbeitet wurden. Das wär's. Gut, ich danke Ihnen ein paar Mal. Dann übergebe ich das Wort an Amos Miller, Chief of Department Damesa. Ich würde tatsächlich erstmal kurz noch die anderen Abteilungen vorziehen, dass das zum Schluss im Gedächtnis bleibt und dass Sie sich vor allem auch alles aufschreiben, was ich Ihnen dann mitgebe. Also wenn die anderen Abteilungen bzw. Standorte noch was zu melden haben, dann bitte jetzt. Blackout, die hat noch was? Ja, bitte. Alles klar. Für Sie zur Information noch einmal. Wir haben es ja hunderte Mal im schwarzen Brett reingeschrieben. Die Gefährdungslage im Palettus ist wie immer aktuell. Auch die Mayhem machen dort oben sehr viele Probleme. Sie als Leitstelle sind angehalten, dafür zu sorgen, dass dort auch Streifen oben unterwegs sind und darauf achten, dass dort alles in Ordnung ist. Gestern gab es wieder eine Situation mit dem Mayhem und eine sehr klasse Bedrohungslage an den House of Arts. Denken Sie daran. Das ist sehr, sehr wichtig. Dankeschön. Gibt es sonst noch jemandem was beizutragen? Wie gesagt, wenn, dann jetzt. Gangunit, Detectives, irgendwer? Nein? Wunderbar. Gut, wie bereits von Commissioner angekündigt, es wird heute ein High-Risk-Einsatz geben. Sie werden jetzt alle mal Stift und Zettel zücken oder Tablet oder sonst irgendwas. Wenn Sie auf eine Steintafel ritzen, ist mir auch scheißegal. So, folgende Namen. Gogo, Ayaka oder Ayoka. Praxton Hollow. Ava Rees. Max Greer. Nicholas Donaham. Ezekiel Cooper. Alice Coachman. Und Lorcan Claiborne. Sie werden da auch nochmal ins schwarze Brett geschrieben, aber ich möchte, dass Sie alle diese Namen sich im Auf- und Zweifelsfall aus dem Bordcomputer rausnotieren. Wie ist der Name, Sir? Wie ist der Name, Sir? Ja, das konnte ich mir total jetzt alles mitschreiben. Hä? Wie 560, McDevish. McDevish, lehnen Sie uns die Namen doch nochmal vor, bitte. Ja, bis auf zwei bin ich hinterhergekommen. Gogo, Ayaka, Praxton Hollow, Ava Rees, Max Greer, Nicholas Donaham, Ezekiel Cooper. Okay, zwei Namen fehlen Ihnen, ja? Schöp, 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 schöp. Zwei Namen fehlen Ihnen. Gut, wer kann die zwei Namen ersetzen? Oder den einen jetzt noch? 3,50. 3,50. 3,50. 3,50. 3,50. Dallas Coachman und Loken Clyburn. Freut mich da? Korrekt. So, wir gehen das jetzt nochmal durch. Alle fünf, alle, also alle Namen nochmal. So. Wer holen Sie, Herr Müller? Gogo, Ayaka oder Ayoka. Wie gesagt, das wird gleich noch geklärt. Mit Praxton Hollow, Ava Rees, Max Greer, Nicholas Donaham, Ezekiel Cooper, Dallas Coachman und Loken Clyburn. Gut. Unser Hauptziel des heutigen Abends ist es, diese Personen, deren Namen Sie gerade notiert haben, festzusetzen, entsprechend zum Mission-O-PD zu überführen oder zu anderen Departments. Bei diesen Personen entsprechend das Betreten einer Sperrzone sowie Sachbeschädigung abzuhandeln, entsprechende Akten anzulegen, das Ganze fein säuberlich. Ich will hier ein Musterbeispiel von Polizeiarbeit sehen heute. Und des Weiteren werden wir, hier auch nochmal ein paar Merk machen, Ezekiel Cooper, Dallas Coachman, Nicholas Donaham und Praxton Hollow in State Prison überführen, da gegen diese vier Personen ein Haftbefehl vorliegt, da sie im dringenden Tatverdacht sind, auf Ihre Kollegen, ja, auf unsere Kollegen geschossen zu haben. Mehrfach, hier steht der mehrfache versuchte Totschlag im Raum. Das heißt, sollten Sie von diesen vier Personen jemanden antreffen, dann umso mehr. 10-10 anfordern, sofort in Handschellen, ab dafür. Arbeiten Sie sauber, wenn Situationen unklar sind, lieber einmal zu viel als zu wenig eine Verstärkung anfordern. Ja, Sie wissen, wie die Polizei bald geht, ich muss Ihnen das nicht erklären, aber ich tue es trotzdem. Unser erstes Ziel des Abends wird das Yellowjack Inn sein. Wir werden hier mit allem, oder sagen wir mal, den Großteil dessen, was wir heute zu bieten haben, werden wir da hinschmeißen. Wir werden sämtliche Personen, die wir vor Ort antreffen, kontrollieren. Wir werden die Personen, die es betrifft, festsetzen und abtransportieren. Danach werden wir aufbrechern und den gesamten Norden Checkpoints besetzen, beziehungsweise Straßen sperren. Und alles, was da kreucht und fleucht, beziehungsweise Ihnen am Fahrzeug vorbeifährt, wird kontrolliert. Haben Sie das alle so verstanden? Check. So verstanden, positiv. Check, check. Ja, Mr. Payne würde gerne was anmerken. Mr. Payne, schreiben Sie mal ganz kurz, Entschuldigung, erklären Sie uns mal ganz kurz bitte, wie treten die Mayhams auf und wie sollten wir ihnen gegenüber treten? Das Verhalten der Mayhem ist sehr aggressiv gegenüber Polizisten. Nach der Situation vor zwei Tagen wurde mehrmals gesagt, dass man bei jeder Situation mit uns jetzt, Zitat, auf die Fresse schlagen würde. Dementsprechend, wenn Sie sie auftreffen, provokantes Verhalten, Beleidigungen, absolut unkooperativ. Sie haben das in Ihrer Ausbildung gelernt, dementsprechend polizeiliche Maßnahmen durchführen, wie man es kennt. Man fordert sie zweimal auf und dann gehen Sie so vor, wie Sie es gelernt haben, setzen Sie im schlimmsten Fall die Person fest, drücken Sie die Maßnahme durch. Es wird hier nicht mehr diskutiert, es wird hier nicht mehr verhandelt oder irgendwas. Die tanzen uns die ganze Zeit schon auf der Nase rum, jetzt wird hart durchgegriffen. Zusätzlich zu den Mayhem, was man sagen kann, Orte, wo Sie sich in Sandy oft aufhalten, sind das Desert Inn, das ist der 24-7 an dem Sandy Department. Sonst auch das Motel, es gibt dort einen Liquor Store in der Nähe von Motel, dort halten Sie sich auch sehr gerne auf. Und die Werkstatt, die dort in der Nähe direkt gegenüber eigentlich vom Motel sein sollte, das verlassene Motel, sollten Sie auch einmal durchkämmen. Und sonst halten Sie sich mittlerweile gerne auch in Paleto auf. Gerade Eagle Motors haben wir dort ein Spray von denen festgestellt und auch bei House of Art. Das sind die Informationen, die mir vorliegen. 524 mit einer Zusatzpunkt. 1? Ysike Cooper ist aktuell in einer Beziehung mit Azul. Azul ist die Führerin oder Anführerin von den Marabuntas. Wunderbar. Okay. Was ist denn, was wir den Mayhem vorwerfen, Mr. Miller? Was wird bei der Festnahme passieren? Also den genannten Mitgliedern wird entsprechend das Betreten einer Sperrzone sowie die Sachbeschädigung vorgeworfen. Sie haben sich hier Zutritt zum Hof des Mission Rose verschafft und ein Fahrzeug, das hier auf dem Hof stand, beschädigt. Das Ganze wurde so durch Homeland bestätigt. Also es gibt da entsprechend stichhaltige Beweise, das heißt, die Personen sind dafür auf jeden Fall umgehend festzusetzen. Und eben die vier Namen, bei denen sich hoffentlich jeder nochmal ein Vermerk gemacht hat, sind in State Prison zu überführen. Wer kann man diese vier Namen nennen? Ja, 1224. Ich Payne. Gehen Sie mal zu jemanden hin, Herr Miller. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Mr. Crest, wie lauten die vier Namen? Braxton Hollow, Nicholas Dunaham, Jacke Cooper und den vierten habe ich nicht. Dallas Coachman ist der vierte. Deck. Wahnsinnig, ein rotes Kreuz dahinter oder sonst irgendwas. Diese vier sind entsprechend des Haftbefehls in State Prison zu überstellen. Ich habe schon aufgeschrieben, aber das ist voll die Sauerklaue, ey. Weil sie eine Person antreffen, wie gesagt, mindestens eine 10-10. Und ich will hier heute keinen sehen, der irgendwie diskutiert oder irgendwie auf gut Freund macht. Wenn hier eskaliert wird, eskalieren wir zurück bzw. antworten entsprechend. Lassen Sie sich nicht auf der Nase herumtanzen. Ja, es kann sein, dass Sie Fehler machen in Ihrem Dienst. Aber wenn Sie nichts tun, das ist der größte Fehler, den Sie machen. Und wenn Sie eine Anweisung bekommen, Frage in die Runde. Was tun Sie, wenn jetzt einer der Einsatzleitungen, Mehrzahl, die es heute Abend geben wird, Ihnen eine Anweisung gibt? Vorgeleisten. Korrekt. Und was tun Sie im Zweifel im Nachhinein? Über diese Anweisung sprechen, aber in einem Einsatzkontext. Wenn ich irgendwen hier heute sehe, der über irgendeine Entscheidung oder Anweisung diskutiert, schicke ich Sie höchstpersönlich in Feierabend. Ich glaube, ich lock mich gleich aus. Dann würde ich sagen... Warum streame ich heute? Beginnen Sie mit der Suche. Sollten Sie irgendjemanden von denen sehen, punkten Sie sofort. Holen Sie sich eine 1010. Das sind höchstgefährliche Menschen, die tatsächlich sich jetzt so aufgemachen, ihnen auch was anzutun. Bei mir standen die Personen inzwischen vor meiner Wohnungstür und haben mich aufsuchen wollen. Aufpassen. Nicht den Helden spielen. Für alle Officer Abstargen rufe ich jetzt auch heute erstmal die Bewaffnung mit der Langwaffe aus. Nehmen Sie Ihre Bewaffnung entsprechend mit. Wir rechnen hier auch mit Eskalation. Vor allem, dass es hier um den versuchten Totschlag handelt, der vier Personen vorgeworfen wird. Also haben die auch entsprechend was zu verlieren möglicherweise. Dann seien Sie auf das Schlimmste gefasst. Und wie gesagt, wir werden Ihnen heute zeigen, wo die Hake hängt. Der Tag gestern war so gut. Ich hätte es einfach dabei belassen sollen. Sie werden sich um die Stadt kümmern. Primär für den Fall, dass hier eben das dann ausgenutzt wird. Der Rest, die gesamte Rest, die hier Streifen gab, wird erstmal in den Norden zugewiesen. Wir werden mit all diesen Streifen primär das Yellowjack-Innen anfahren. Da wird das Ganze aufgeteilt. Hälfte, Hälfte Sandy Shores und die andere Hälfte in Palito. In Palito Bay wird Mr. Payne die Einsatzleitung haben. Noch Fragen? 2.45 in Riekes. Ja? Wenn wir die jetzt als Verkehrskontroller antreffen sollten, aber auf Streife, sollen wir die dann per Felony Stop rausziehen? Wenn Sie die in der Verkehrskontrolle antreffen, wenn Sie später die Checkpoints besetzen, meinen Sie? Nee, wenn wir unterwegs sind, finden Sie das. Ja, Felony Stop durchführen. Wenn Sie ein Fahrzeug antreffen, was auf einer Person zugelassen ist, umgehend einen Felony Stop einleiten. und uns natürlich auch sofort Unterstützung anfordern. Gut, äh, Frau Branz und Mr. Kukum fahren bei mir mit und der Rest, ähm, passen Sie auf sich auf, ja? Wenn Sie mir die bringen, haben Sie was gut bei mir. Ohhhh. Abmarsch. Innendienst wurde gestrichen, machen Sie was anders. Achten Sie auch genau auf die Kunden, was da draufsteht, das sind eventuell für die Detectives auch sehr wichtig. Wer ist Watch Command? Oh, Commissioner, haben Sie die Shotgun für die beiden vielleicht? Wir sind ja schon mal die Nachtschicht gefahren. Das ist genau, was Sie grad fragen wollen. Meine Shotgun hab ich bekommen. Ich hab nur die Beanback nicht. Ich glaub, wie kann ich Ihnen helfen? Es geht um die Beanback, nicht um die MPF. Achso. Ne, was? Eine Sekunde für Koskeda und mich kurz. Das wär lieb. Jetzt bin ich verwirrt, aber du brauchst die Shotgun noch, ne? Ich pump meine Shotgun noch wieder, ja. Genau. Die sollst du kriegen. Und was brauchtest du? Ne, du hast alles, ne? Für Beanback, aber alt ja nicht. Ah, die muss man, glaub ich, bestellen. Ich hab noch was anderes, weil ich wollte eigentlich schon vor eineinhalb Stunden außer Dienst, so wie du auch, und du bleibst erstmal drin. Ich mach noch so zwei Stündchen. Dann geb ich dir das schon mal zurück, das ist der Zettel vom Auto, der ist ja nicht unrelevant. Aber doch, weil Homeland hat das uns auch bestätigt, den Zettel. Achso, und dann warum? Gebe ich ja bei dem Chef. Okay. Oh, ja Mensch, jetzt ärgere ich mich, dass ich heute Morgen reingekommen bin wegen den Modulen, aber ich, also, ich weiß nicht, ob das so clever wäre, wenn ich jetzt im Dienst bleibe, bin ich ganz ehrlich. Ne, wenn du weg gehst, also wie gesagt, wenn du weg musst, musst du weg. Richtig. Gut, dann wünsche ich euch viel Erfolg und dann bis morgen, ne? Bis morgen, morgen musst du fit sein. Bis morgen. Bis morgen, ciao. Ciao. 4-0-2-Überführungsfahrt, Lamise BD. Ja, das war schon klar. Check. Also ich glaube, wie gesagt, der Kommission hat noch welche. Aber nur er darf die rausgeben, deswegen. Ja, ich weiß. Ich kann jetzt mal die Rüste schon kurz nutzen. Ja, auf jeden Fall. Sonst alles soweit schick? Ja. Ja, doch. Noch leichte Nachwirkungen ist dann auch mal viel, viel, viel besser wieder. Check. Ja, man muss auch sich mal die Zeit nehmen und richtig, richtig fit werden, ne? Ja, richtig. Nicht so irgendwas wie der Rüste. Hallo, Willkommen. Kapitän. Wie gehts? Ich hab schon mal hier Schottkinder geholt, ne? Ja, mir gehts super. Also schön. Ich kann mich schön. Ja, ich kann mich schön. Das ist wie schön. Die Street braucht auch noch eine Schottkinder. ich schreibe mir die namen unten noch mal richtig auf drei stunden oder so gepennt weil denn es vorbei gekommen ist das ist so scheiße gerade ich habe so wenig gepennt schon wieder es gibt noch keine einteilung der streifen ein gewes markt ich muss gucken dass so sachen wirklich ans ipad übertragen ja ich habe den namen alle falsch geschrieben alle wochen richtigen stift hier ich habe eine letale schotflinte dabei das ist lächerlich die mir kein handlungsspielraum ergeben lassen ich muss jetzt erst mal ganz kurz ich gucke mich lock mich jetzt in meinen google docs ein da und mach das kurz ja darf ich aber ich arian ist sowieso immer hinten alles in ordnung das mache ich schon extra so die stellt sich nach hinten im roll call die ist super passiv und wechselt auf die 410s 402 1020 la misa pd wechselt einmal kurz das fahrzeug 536 1020 la misa pd check 427 besetzt die 402 402 über führungsfahrt ma pd check 423 1020 lamesa pd check 423 1020 lamesa pd check 423 1020 lamesa pd check Prozent aber wie meine wir sind heli fliegen ja ich hab doch das geht ja ich wollte ich lange da sein jetzt habe ich nicht aber entschieden ich bin am samstag lang sagen sie der final zwei mal so wahrscheinlich im mpd mich darum kümmern müssen das alles umgetauscht wird wie ich es gerne so der war ich habe mir hier das ist schon aufgeschrieben vorhin bei der besprechung ja 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 406 auf die 4 1 1 4 1 1 aktiv ich habe diese sogar falsch geschrieben was wir sind im heli ich habe übel war 529 20 lameter pd check captain mein captain ich brauche mal hilfe ja klar bei was ich brauche munition als ich brauche für die shotgun ach so ja klar kriegen wir ihn aktiv welchen nehmen wir dann 410s 10 20 lameter die passend einheit dann rechtpunkt auf dem besucher parkplatz lameter pd hallo wenn da darf ich noch mitnehmen so käme mit ihnen wie geht es ihnen heute äh ganz gut um ihn jetzt auch so 402 10 20 lameter pd kommen kommen sie mal her und proban ganz kurz zum kollegen weil die damal wird gerne anzeige gegen das medical department einreichen um himmels willen ich kümmern mich darum das klingt jetzt irgendwie so sehr gut das sollte jetzt auch nicht so dramatisch klingen also was ist denn passiert ja das ist eine weste im gebäude von bahns naja naja ja ja scheiße also wir wir sind ins hafenbecken gefallen vor zwei tagen und haben uns verletzt und der einzige weg uns zu retten war auf eine sandbank und da war rundherum wasser wir konnten also nicht von der sandbank weg und ja ich hatte wohl den md angerufen und die hatten wohl auch gesagt dass die kommen und naja 40 minuten später scheinbar hat uns ja hat uns das fd schlussendlich gerettet aber das md ist nie aufgetaucht die waren wohl auch nachher gar nicht mehr besetzt die haben uns einfach sitzen lassen sozusagen ja ich habe auch 20 minuten später noch mal beim md wohl versucht anzurufen nicht mehr da steht bei mir am handy unbekannter status kommt sofort jemand kümmern sich drum einfach ich meine die hätten ja sonst doch einfach sagen können so sucht vielleicht ruft beim pd an dass die euch helfen können so aber einfach ohne irgendwie was zu machen oder zu sagen einfach jemanden mit hypotermie sitzen zu lassen finde ich ganz schwierig ja hypotermie ist das zu viel also was macht was ist das hypotermie ist drüber und hypotermie ist drunter ich weiß es einfach nur durch spielen eine weste im gebäude ich dachte auch wir sind umsprung ne dachte ich ja der kollege kommt jetzt ja die ist unterwegs ja genau eine streife kommt um und kümmert sich ja sie auch bitte ne und stay warm auch bitte sie haben neue haare oder was an das ist das fahrzeug demoliert oder das ist intakt eigentlich ist ein vogelschiss aber sonst soweit okay oder weiß jetzt nicht genau schon adler schläft 1 10 20 mpd schon kommt sofort wo finde ich sie denn hier ist wahnsinn ich finde sie nicht müsste eigentlich also ich bin direkt mit rausgefahren wurde nur überführt hey bis gottes sorry grad schwierig auch einsatz dies das gebunden verstehe ich verstehe ich kann gar nicht machen wenn ich wenn ich es schaffe wie gesagt ich wollte ich auch noch was rum bringen aber so jetzt ist gerade sehr schwierig wenn ich was neues weiß sage ich sowieso auch bescheid verstehe ich wissen sie dass man ihren regenschirm kaufen kann das muss man ersetzen alles hallo wo kann man den kaufen hier vorne im bingos wissen sie wie teuer der ist 800 dollar regenschirm ja der ist von 250 auf 800 dollar was ja jetzt hole ich mir auch keinen mehr und ziehe ich die mal kaputt hier irgendwie sportliegestütze sit-ups sowas die ist dann super jetzt auch wenn wir auflegen ja mache ich bis gleich schon hey wow ich kümmere mich hier um sie wissen um hier zeugenschutz shit so kümmern sich ja keiner drum muss ich auch mal 24 löst sich von der 535s die 535s überführt zum paletto department ist täuscht ne mit dem rollstuhl ist täuscht glaube ich was da am rollstuhl ich habe es nicht gesehen herr salade wird gestern angeschossen was der wird angeschossen ok ja alle haben sie ganz komisch genommen haben natürlich ja nichts gesehen sie da jetzt wirklich gekündigt frau bahns ja ja sie wollten ja mit mir reden der kum ist ja ja kann man das lieber ganz in ruhe machen nicht so zwischen türen an wir müssen sehr weit fahren jetzt sie können ruhig reden da sind haben sie das bestimmt erzählt sie reden ja recht schnell sonst es geht um eine versetzung nach davis ich hatte ein gespräch mit herrn kowalski schon eine weile her und mir gefällt sein konzept mir das da anpacken möchte und ich denke ich passt da sehr gut rein dann erklären sie mal wie würde das dann anpacken also ich glaube ich sollte ihnen das noch mal von sich aus erklären aber wie haben sie das verstanden dass also von vornherein sage ich das ist jetzt kein mit samt handschuhen anpacken der der gängler und das überhaupt gar nicht aber er möchte ihnen ein bisschen anders entgegentreten als es generell ich habe ja ein paar stimmen probleme als es generell der fall ist aktiv können wir das lieber doch in dem büro machen ich hab heute echt konzentrationsschwierigkeiten also versuchen sie mir das zu erzählen ich verstehe schon die taktik er will mit fingerspitzengefühl an die thematik hin er möchte auch mehr die waffel die er gekauft hat und er möchte halt verstehen wie die leute ticken er möchte nicht sofort alle verteufeln aber dementsprechend wir natürlich leute aggressiv auftreten und so dann wird es natürlich auch entsprechende antwort geben eine faire strenge hand und ich hatte da eine idee aber ich weiß überhaupt gar nicht ob das möglich ist weil ich ja irgendwie mein platz noch nicht wirklich gefunden habe und ich komme aber das ist ja tatsächlich genau warum ich Herrn kowalski in diese position gesetzt habe weil ich genau diesen vierungsstil für den süden am sinnvollsten finde frau bahns und die leute haben ja da wenig geld und eine art tombola tatsächlich im bin ich gut für die leute die nicht so viel geld haben und dann hatte ich noch die idee aber ich weiß überhaupt nicht ob das möglich ist ob es jemals eine stelle geben wird zur informationsbeschaffung und aber auch zu hilfe ja also ich habe immer die hoffnung dass wir immer das social center übernehmen weil ich würde genau das machen ja das ist was ich nicht sehen würde weil ich komme relativ gut an informationen ich kenne sehr viele leute aber ich kann ich mache das hatte alles nur privat und ich bin dann halt null geschützt wenn ich das mache ich würde gerne halt wird gerne halt die die officer nutzen die auch ein bewährungssystem und so weiter aufbauen und auch gucken dass sie auf die leute einwirken können dass sie perspektiven und so weiter bekommen und ja das wäre im social center schon eine gute sache weil das ist so eine wichtige instanz da könnte man auch mit dem staat reden über haftstrafen die man verändert weil leute bewährung bekommen das wäre mal eine gute sache also ich hatte jetzt wie gesagt diese highlife gutscheine und wollte mich da auch ein paar mal schon mal rein setzen privat um da vielleicht ein paar kontakte zu knüpfen und wie gesagt gerne nach der kowalski arbeiten erhöht ein bisschen auch kurz mit ihnen telefoniert aber nicht bis jetzt noch keine zeit ganz kurz zur frage erstmal natschi hat das hier heute auf ihr habt mir jetzt hausverbot erteilt weißt du warum weil ja und weißt du was dann habe ich sie jetzt gefragt ob sie auch den neuen hausverbot enthalten hat die polizisten in masten kaputt schlagen da kommt dann an wo kommt hat das heute auf haben wir heute nicht auf so wie ich sehe ne finde ich nicht ich bin die kurze nachfrage an die kollegen welchen ansatz verfolgen sie gerade dass sie den overwatch aktiver haben geschlossen dienstag bis sonntag ab 21 uhr haben die aufgericht die person vor ort kommen ja so negativ was war das noch beim motel gab es die letzten vier einheiten in der kolonne einmal weiter richtung palito bay point das ebenfalls richtung palito bay dann machen die erste vier einheiten wissen sie per funk 535s 1020 palito die bar mit löst sich auf 560 meldet sich ab Herr Payne sollte doch oben im Norden die einsatzleitung machen und jetzt meldet er sich ab äh er kriegt so nachfrage sollte Payne die einsatzleitung im Norden übernehmen kommen äh so positiv allerdings übernimmt dann müsste er vorhin dass die einsatzleitung kommen wenn sie die arschliche irgendwo sehen sagen sie bescheiden wir hatten gestern tatsächlich eine von den ähm bei diesen Edelmotors äh 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 das ist oben an dieser tankstelle ne genau da wo auch das genau für den Caracara Chef Caracara einmal Richtung Palito Bay ja ich weiß Mr. Payne und äh entsprechend der 1026 durchführen mit allem was ihm vor die Lehren zu kaufen bist doch doof du willst doch hier einsatzleitung machen jetzt gehst du oder was ah Payne er soll lieber ein Auto abschleppen lassen und dann wieder in den Dienst kommen Payne ey kommt ganz super an auf dem Scherp ganz super kommt es auch an geh du mal schön feiern ey mach du mal das ist das ist das Kind ist auch schon in den Brunnen gefallen wie man das auch sagt ist unten angekommen mit wenig Wasser mit wenig Wasser bei Hannity Steiner kann man auch noch gucken die Payne alles gut ruhig aus ey overwatch wir haben alles in den Luft kommen nein brauchst du nicht alles gut wir machen wir machen hier weiter ey machs gut haben wir ein overwatch in den Luft kommen äh wo kommt die Airfree in den Schoßgarten aktuell im Bereich der Selbstzutun glaube ich ja die äh aber machen wir überfliegen sie mal ich warte kurz bis der Kukumende telefoniert hat machen wir ich hab noch ein bisschen Zeit ich kann noch ein bisschen die Möglichkeit haben überfliegen sie mal ähm das alte Motel in Sandy Shores da haben wir ja auch Fahrzeuge der Mainz entdeckt einfach mal überfliegen ob die sich da aufhalten ich schwöre sie aus dem Motorrad ein Auto von denen steht wohl da hinten ich will mal kurz gucken oder ja hier also wenn sie jetzt gerade aus ein Stück weiter fahren links sehen sie es ja aber hier ist ich weiß nicht ob hier irgendwie Stein oder so ich lass mich nicht nochmal prügeln mal schön durchladen ne ja hier war leer aus Nancy oder das Auto das Auto ja denke ich aber gehört eigentlich ja ich meine die Gegend hier Coast Guard hat aktuell keine Sichtung und beim Motel in Sandy Shores ja jetzt steckt bitte ich glaube das ist ganz cool um in die Räume zu gucken ja sieht sauber aus keine Aktivitäten Coast Guard für 517S komm ne hau mal wieder ab wenn ihr mit dem Motor fertig seid probiert mal westlich vom Alamusee diesen Trailerpark aus dort sind die Mams auch gerne oder der Lago St. Kudo wir müssen die kleinen Ratten ja sagen 517S enden die 517S kurz ein wir sind eben durch den Trailerpark durchgefahren soweit keine Auffälligkeiten kommen eine informationelle Leitstelle vor allem wegen dem Einsatz jetzt aktuell achten sie darauf wenn sie Zeit dafür haben dass sie ihr eigenes Streifenkärtchen aktuell erhalten für den Fall dass sie heinander wird Leitstelle Ende Schlimm ist das auch jetzt muss ich mal beprüfen ob wir aktuell sind ne ne ist absolut nicht richtig auch scheißdreck wo sind sie Chef gar nicht wahrscheinlich ne ne ich bin ich reingezogen ich kann mich aber auch selber reinziehen wenn du das hab schon hab schon hab schon hab schon sie findet man schnell wo sind sie irgendwo links noch ne mhm ja da wo sind mich grad rein also ich hab mich ich wurde noch nie zu reingezogen und sie haben die Nummer 419 19 wird hier nur aber nicht deine hingucken Motorräder aber 419 419 1020 Tankstelle sind die schossen ne schon wieder check ey wieder Regen stopp tank check ist aber auch nichts weil nicht schön hier oder 519 1020 1020 1020 richtig gut check wenn die sonne scheint wenn aber gerade ist die engel leiden die engel leiden die engel weinen wie geht das nochmal keine ahnung Frau Barnes die sind bestimmt so ein hm die sind bestimmt so Boybands und so früher gehört oder ja ich hab auch ein Lieblingslied tatsächlich 419 echt und welches das das habe ich nicht erkannt in der zehnte Sekunde 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 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 6 5 6 6 6 6 5 5 5 5 5 6 5 5 6 6 7 7 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 11 11 11 12 12 11 12 13 14 14 15 15 15 15 15 16 15 16 16 15 15 Ja, wir prüfen das einmal. Ja, wir prüfen den schwarzen Tool an dem Fahrzeug dran. Das Fahrzeug steht auf dem Gelände in den Yellowcheck-Inf ein. Negativ, der am Yellowcheck-Inf vorbei. Die Streifen bei der P-26 schwarzer Tool ist näher zu binden. Vorsicht! Ja, das Fahrzeug passiert, die Kontrolle. Fahrze Kraft. Bin ich glaube bescheuert? Oh mein Gott, was ist mit der Suche los? Südöstliche Seite, Yellowcheck-Inf. Check. 405 am Addis vorbei. Es ist komplett ruhig. Würde aber Sinn machen, die AI eröffnen und noch mal hinzufahren. Kommt. Entsprechend für die 405 und 411. Und? Miss Bennett, dann können Sie weiterfahren, ja? Vielen Dank, dass Sie kurz mit haben. Und stampen Sie schnell in Hand oder so, wenn Sie zu Hause sind, ne? Ja, das würde ich. Danke sehr. Schönen Abend. Tschüssi. Schönen Abend. Fahrzeug gehört Valeria Rabucci. Ja, wichtig, äh... Wir haben hier einmal Ezequiel Cooper festgesetzt. Wir wollen jetzt den 10 beim Yellowcheck-Inf. Ja, die 412 auf den Weg. Die 412 auf den Weg. 410. Erste Zeichen durch. Rein, 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 rein! Go! Wir haben einen von den Pennern! Wohin? Weiß ich nicht. Yellowcheck-In meine ich, oder? Ja. Rufen Sie die Mitte an und fragen Sie nochmal. Ja, 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 ja. Redfight? Machen wir es auf dem Weg. Ja, 4151. 4145. Wir sind hin. 6. 7126. 7126. Am Start-Verben. Harmonie. Wir bräuchten eine zu stehen. Ja, die ist 2126. Geht nicht, Mann. Er will mit dem Fahrzeug. Auf der Erbrüche soll erkannt werden. Ja, check. So, ich guck kurz, wo der sitzt, in welcher Streife finden wir finden. Hoffentlich bis wir da sind. Hoffentlich bis wir da sind. 7126. Laufwärter Jachthausen. Okay. Was ist denn mit dem Wetter halt los? Ja, das hier wird immer schlimmer. Das hat heute schon gewittert. War schon schlimmer. Ja, 413. Das hat heute schon gewittert. War schon schlimmer. Ja, wir warten noch auf 10. Ja, 413. Können Sie so beschützen. Wo befinden Sie sich gerade für die Lieblitzin 10? Harmonie. Cut Earth. Ja, check. Gleich da. Wir steigen alle Autos im Auto aus. Kollege 306. Oh, oh. Hau mir das mal rein. Wir sind aber nur 2126. Ich hab genau geguckt. Das müsste genau irgendwie hier sein. Sendung 402 ist gerade auf dem Weg. 1040, gerade auf dem Harmony. Sollen wir noch die 3. Person aus dem Mester kontrollieren? 2 Personen bereits in Hand stellen. Entsprechend 2 Personen, auf die die Werbung zugelassen wird. Sehr gut. Ja, die 413 braucht 4 Klicks. Ja, 412 und weniger als 1 Klick da. Ja, check. Ja, Rivera jetzt da erstmal besuchen, Knast, ne? Stimmt. Über einen Monat ist sie dann. 1420 bei der benötigen 10. Hat ja auch Freunde dabei. Ja. Check. Weißt du, sind die Mames mit dem befreundet? Ich verstehe den tatsächlich auch nicht, glaub ich. Gut. Weiß ich nicht, glaub ich nicht. Also wüsste ich nicht. Check. So, an die Kollegen unten, die 519, es kreisen sie durch. Ich weiß nicht. Wieso? Wieso? Wir haben auch den Niklas Dunahem. Mal gucken. Mal gucken. Das war glaub ich nicht das mit dem durchgreifen, ne? Das war ja schon unter Kontrolle. Das war ja schon unter Kontrolle. Hä? Auffälligkeiten beim Kandidaten Walendorf oder Segebert, komm. Ohne Auffälligkeiten, komm. Check. 519, es endet. Was heißt denn greifen sie durch? Ist nur eine Person? Hört Sie, kommen Sie. Ich weiß nicht, wir müssen gleich nachfragen. 556, überführt kurz Fahrzeug zum Sende-Department. Schließlich danach wieder der 519, es kommt. Check. Ja, die 419, in der Nachfrage. Wem kommt grad der Spruch, dass man hier durchgreifen müsse? Wir sehen hier nur eine Person kommen. Ja, die anderen zwei Personen sind im Fahrzeug drin. Ah. Im Fahrzeug im Schwarzen waren drei Personen drinnen. Ja, check. Um welche Person handelt es sich kaum? Wir müssen ja mal in die Bodeneinheitsfragen kommen. Ja, weiter, weiter. Was wir gerade überprüfen, ist Hector Emiliano E. Pauli Dosser. Wir prüfen gerade die Daten. Die Kollegen können gleich die Ausweise der 1-2 Personen checken. So, die Damen, ich hab von Ihnen gern einmal den Ausweis so weit gesehen. 4195, aktiv Richtung Norden. Allgemeine Personenkontrolle. Allgemeine Personenkontrolle gibt's nicht. Mann, ey. Ne, reicht einfach. So, raus, reichen aus dem Fenster. Ja. So, da einmal meine Marke. Nach vorne, nach vorne reichen. Was sagt man Ihnen jetzt hier am besten? Können Sie den mir zeigen? Ähm. Sie müssen... Sie brauchen einen Grund. Sie brauchen einen Grund. Hey, Miller, hallo? Gegen Mr. E. Pauli Dosser hat mir nichts vor. Hey, wo wart ihr gerade? Wo habt ihr den? Wichser? Ne, nicht 4. Es werden 8 gesucht. Ja. Okay. Okay. Wenn die Obis fertig geschrieben sind, haben wir auch noch weitere 4 Haftbefehle mit über 1000 Hafteinheiten und so. Ja. Alles klar. Bis gleich. Bitte? Ja. Hey, komm, kriegen wir hin. Bis gleich. Mr. Daniel, haben Sie irgendwelche Spitzen oder scharfen Gegenstände dabei, an denen ich mich verletzen könnte? Könnte sein. Könnte sein. Gut. Wo könnten sich diese Gegenstände befinden? Das weiß ich gar nicht. Okay. Dann werde ich sie jetzt einmal abtasten. Ja, sei vorsichtig. 524 hört, komm. Danke für den Hinweis, Mr. Danaher. Wo wir die 415 benötigt, komm. Gut. Äh, gerade erstmal aktiv. Weiter WMS-12. Ja, natürlich. Miträgt seine Hand, oder? Check. So. Dann fühle ich einmal hier über den Rücken. Das hört sich schon mal sehr gut an. So. Den können wir weg machen. Das sieht erstmal gut aus. Dann taste ich mich mal an ihren Beinen runter. 10-20. 10-20. 10-20. 10-20. Wieso war der Taser denn jetzt draußen? Okay. Mach mal. So. Einmal runter. Punkt, der Automation für die Einheiten. Westlich. Yellowjack in. Marge der Service ist gebrieft. Also werden alle bereit zur Stationen übergeführt. Oh, so. Was ist, was war denn hier los? Ist das euer Ernst, Alter? Reiß den Kollegen in die Fresse, halt's Maul. Fahren Sie den schon mal weg hier. Alter. Weg mit dem, weg mit dem. Die können Sie gleich wegbringen. Ruf der Wichser, Alter, wirklich, ey. So, rufen Sie den Krankenwagen. Ihr scheiß Pisser, Mann. Alter, wie ihr alle wegguckt, Alter. Ihr guckt alle weg, Alter. Das ist nämlich Körperverletzung. Was für eine Körperverletzung, Bro? Weg mit dem, Alter. Weg mit dem, Alter. Weg. Ihr guckt alle weg, Alter. Weg. 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 Weg mit dem, Alter, weg mit dem, Alter. Weg mit dem, Alter. Weg mit dem, Alter, weg mit dem. Machen alle voll, das Scheißspiel mit dem, Alter. Machen alle voll, das Scheißspiel mit dem, Alter. Gute Idee, ja. Naja, wir haben weggeguckt, wir haben das nicht gesehen. Wir haben für Sie durch so... keine Auffälligkeiten. Aber nur zwei Augenprinzip, Wixel, einer müsste dann noch... Ja. Jöp. Türchen, jammer. Was ist denn passiert? Ich habe ihn gar nicht gesehen. Ja, der hat den Kollegen mir in die Fresse gefurzt. Ach du, oh mein Gott, wie obszön. Emily ist informiert. Check. Also so'n Quatsch machen wir gar nicht mit, ja? 415 für 517S, komm. Ja, 10, kommen Sie. Fahrt einmal nördlich vom Alamossee den Feldweg an. Ist nämlich auch eine Körperverletzung tatsächlich, wenn Sie das so wollen. Ja, deswegen knüppelt ihr direkt drauf, oder was? Er hat sie jetzt gefragt um ihre Meinung, Sir? Interessiert mich gar nicht, ob du mich gefragt hast, oder nicht. Also, halt die Klappe. Ich kann reden, wann ich will. Kann ich meinen Mund verbieten, oder was? Ja, aber dann seid ihr hier mit einem... 412 1020 State Prison. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber... Übereilen wir uns, dann sind wir schneller wieder hier. Ach ja, komm am besten mal kurz bei mir mit. Damit wir den wegbringen können. Mh, dieser Boden ist toll. Nö. Ja, da muss ich ein bisschen aufpassen. Scheiß liegen. Die 405 überführt zum MAP. Und nun, ihr schaut alle weg, ja? Check. Ja, klar. So kennt man euch. Ich glaube, als 9 hat die 1026 am Sub-Harmony beendet. Äh... Das ist wirklich schämend, ehrlich. So einer als Vorgesetzten. Knüppelt direkt auf ihn drauf. Ja, unfassbar. Ja. Alles klar. Guckt nur alle weg. Hier ist immer noch. Dass ihr euch nicht schämt, äh... Tätowierer zu bedrohen und alles und auszurauben. Das ist alles Traurige darin. Ach, was? Was ausrauben? Wir sind mit dem Auto gefahren. Ihr habt uns einfach auf der Straße angehalten. Was ausrauben? Ich rede nicht von heute. Grüße. Hallöchen. Wir sind noch zu aktiv. Wir bringen euch ein Geschenk mit. Ja, ich merke schon. Wird das jetzt hier so eine riesige Schlange oder was? Ich glaube, sie brauchen einen großen Weihnachtsbaum. Haben sie ja hier. Die können sich ja gleich alles Geschenke darunter stellen. Glaubenhaft. Hallo. Hallöchen. Na, komm mal rein. Dann müssen wir nicht im Ring stehen. 402 fährt Sandyshaw an und fährt dort, äh... Aufsteigen. Check. Grüße. Dann, äh... Können sie sich auch einmal kurz, äh... Zu ihrem anscheinenden Kollegen stellen und ich klär das mit dem PD. Äh... Okay, wunderbar. Ähm... Da kommt gleich noch ein Dritter, der muss aber erst beim MD behandelt werden. Alles klar. Information der 31 in den Funk. Äh... Zweite Person ebenfalls angekommen. Dritte Person verzögert sich noch ein bisschen, da die vom MD behandelt werden muss bei dem Aufenthaltsraum. Ähm... Okay. Der von ihnen beiden. Ich bräuchte einmal den Namen und warum ihr den hier reinbringt. Äh... Ezekiel Cooper, das ist der mit dem Modi. In der Zeitung haben wir hier noch eine weitere mobile Einheit. Hier ist gerade ein schwarzer Tulip vorgefahren. Moment, ähm... Der hat einen Haftbefehl, sollte ich weiß. Ähm... Oder auch suchen. Und... Ebenfalls die andere Person daneben. Kontrollierend sind es ganz drei Personen. Äh... Moment, da muss ich kurz auf meine... Das müsste müsste auch Hollow sein. Ich guck noch kurz auf meine Liste. Ja. Ähm... Da sind wir Sleepy Hollow praktisch. Jetzt zwei Leute eingeliefert. Alles klar. Der auch wegen... Ähm... Ne... Also der hat... Ähm... Von Homeland. 411 10 20 MD. Tata? Check. Mhm. Ich geh mal kurz seinen Rechner. Mhm. Warum haben die Automaten nie was? Das ist halt mitten auf der Route 68. Also im Endeffekt schon. Ja. Kann man gleich absperren. Zubi. Alles klar. Tschüss. Einsatzsatz für die 360. Hört sie. Ah... Die... Das MD würde einmal mit der Medic 1 anfriedigen. Sie müssten einmal die Straße sperren kommen. Sie müssten einmal die Straße sperren kommen. Naja, so mit 519 sperren sie einmal in die Gegenrichtung. Sperren in die Richtung hier zur Einsatzstelle. Ja, Jack. 316 Ende. Das geht. Warte mal. Hallo. Ähm... Hast du vielleicht was zu kriegen? 405... Na klar. Ja. 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 Das ist ja alles egal, weißt du. Dann kann man ja auch von mal jemanden in der Wüste umklatschen, so völlig random. Geht ja. Äh... Frau Barnes? Äh... Wissen Sie, wie der andere Herr heißt? Äh... Die beiden sind hier vorne. Ja, den einen weiß ich, dass der SKL Cooper und der andere? Äh... Paxton Hollow. Paxton Hollow, alles klar. Es geht ab. Ja, gerade noch nix. Ja, gerade noch nix. Cool, cool, cool. Aber nun. Außer wir kriegen die anderen restlichen ganzen Penner alle auch noch mal drauf. Die Eintrittsleitung Walito Bay mit einer Information schaut erneu den Sportcomputer auf. Das schwarze Brett. Drei Personen wurden gefunden, diese sind durchgestrichen. Der Rest wird weiterhin gefasert. 5,24 Ende. Warte mal, ich muss nicht alle geklarzen. Wer ist die dritte Person? Wir sind gefestigt, hilf mal. Ähm... Also wir haben ja hier ja Paxton Hollow und Dingens. Wann ist die hier dann? Wir sind ja auch gewaltig. Genau. Deshalb so. Riesengewaltpotenzial geht von uns aus, weißt du. Schau nicht mal ein gutes System machen. Die Menschen sind nervig. Mhm. Hey Lady, du da mit der großen Schnauze. Findest du das in Ordnung, was da draußen passiert ist? Ich frage, wenn sie jetzt meinen. Ja dich. Das Yellowjack observieren könnte. Ich hab dich was gefragt, gib mir doch mal ne Antwort. Ah ne, 415 könnte sie ja anbieten dann. Da enthalte ich mich einfach. Das ist der einfache Weg, wow. Echt jetzt? Da enthalten sie sich? Das ist ein richtiger Fiebertraum. Ja. Oh. Ist das nicht der Ding, ne? Ne, weil die nehm ich das war. Ja, das sollte man mit euch machen, weißt du. Dann würdet ihr direkt wieder mit 100 Leuten auf der Matte stehen. Hakim ist ja grad am, äh. Aber ist okay, wenn man nur nicht beträgt, dann darf man sowas, ne? Wir würden jetzt auf das Wort einbeziehen. E3. Nun. LTF. E3. Gnopriern. Einwand der 415, die 415 findet sich aktuell, ne, Grapebe.com. Also die Info, die ich habe, dass wir die hierher bringen wollen, der Haupteinsatz gerade kommt von Homeland. Ich denke mal, dass die auch dementsprechend Bescheid wissen. 402 aktiv. Und die werden dann jetzt für wie lange eingeknastet? Das kann ich Ihnen nicht sagen, tatsächlich. 536 aktiv. Ich dachte, der Homeland hätte das vielleicht auch noch irgendwie übergeben. Ich finde, die provozieren überhaupt gar nicht, tatsächlich. 402 für ihr. Sicher fragt das einmal kurz für Sie, ja. 402 hört. Verbinden Sie sich einmal mit der 489-Betterate. Ja, hallo. Ich glaube, wir müssen vor allen Dingen noch Akten erlegen, weil zumindestens wegen Mr. Horno muss eine Ordnungswidrigkeit, glaube ich, erstellen mit Maximalstrafe, inklusive Maximalhafteinheiten. Das heißt, Sie müssen das ja so oder so verbleiben. Ich guck mal. Ja, wenn Sie einen Computer brauchen. Die Marshalls fragen bezüglich der Insatz für State Prison, wer der Hauptanspruchspartner auskommt. Ansonsten mache ich eben auf. Alles klar. Wäre super. Ja, wer dann erst mal ich kommen. Das sind ja richtig sympathisch die beiden, ne? Ja, sehr sympathisch. Die 419 für die 99 kommen. Ja, will nochmal. 419 hört. Wo ist Ihr aktueller Standort kommen? State Prison kommen. Ja, check. Waren Sie nicht ein Teil der Streife von unserer Einheit kommen? Ja, Frau Kater brauchte jemanden, der mitfährt zum State Prison, weil sie uns alleine gewesen wäre mit dem TV. Komm. Ja, check. Sprechen Sie dies bitte nächstes Mal mit Ihrer Streife ab. Wir haben Sie gesucht. Komm. Ja, okay, weiß Bescheid. Ja. Ja, fahren Sie danach bitte den Einsatzort wieder an. Für die 99. Ich habe es mir irgendwie gedacht, weil ich so dachte, kann die jetzt einfach mitgehen oder so was alles? Ach ja, du kommst bei mir mit. Okay, dann komme ich mit. Freu mich. Also kurz nochmal ein kleines Update für Sie. Der Auftrag hier komme ich von Hormel. Es gibt tatsächlich Haftbefehle, die gültig sind, entweder bis zur Beendigung der Durchsuchungsmaßnahmen oder bis zum 25.11. Ja, nördlich Allermusee, Fischerdorf, so weit alles. So, hier, keine Auffälligkeiten. Wie gesagt, die dritte Person kommt dann noch. Wo werden wir gebraucht kommen? Die bringen wir noch. Da rufen wir wahrscheinlich dabei her. Ja, verlegen Sie einmal weiter südlich in den Standort. Schauen Sie, ob sich dort noch Fahrzeuge entsprechend innerstädtisch bewegen. Muss man eben beantworten, der Zeit fangen? Tschö, mir geht's. Tschö, mir geht's. Tschö, mir geht's. Lass du mich raus. Oder rein. Wenn die das mal kurz hier rein so. Oder auch nicht. Ein Moment. Oh, die Tür ist eigentlich auf. Ah, das ist doch möglich. Ja. 423 und 536 für EL Palito Bay. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. 423, hört sie kommt. 536, hört sie kommt. Wenn sie in Palito Bay Streife fahren und sehen, dass ein Laden offen ist, gerne einmal in den Laden reingehen oder bei größeren Menschenansammlungen und einmal die Personalausweise nachfragen. Könnte sein, dass die Personen sich auch in Gruppen verstecken, komm. Ähm, gib mal bitte gleich einen Punkt durch, dass vor dem State Prison mehrere Personen stehen. Die El Palito Bay werden. Ähm, spanischer Akzent. Und sind hier plötzlich einfach aufgetaucht. Ja, die 419, wir dann eben von dem Funk von dem State Prison stehen gerade einige Personen mit spanischen Akzenten, die gerade hier aufgetaucht sind. Ein Formatiker könnte sich um die Insetzen der Schule zu handeln. Und es stand zumindest einer, ja, positiv. Okay, check in there. 422, 1020, Nord-Ost-Seite, Yellowjack in, an Lagerhallen für Überwachung. Ich hatte eigentlich gedacht, dass der Commissioner zuhört, weil ich relativ laut gesprochen hatte eigentlich, aber ja, gut. Ja, ich habe mir ja auch erst gedacht, so kann ich jetzt einfach gehen, oder du bist halt vorgesetzt, ich, ich, und ich kenne so viele Sachen noch nicht. Ja, ja, alles gut, aber er sei noch vor, vorgesetzt, ne, logischer Felsen. Ja, ja, ich... 536, 1030, Tiki. Okay. Hoffentlich schmort der in der Zelle. Sag ihm das, hoffentlich schmort der in der Zelle. Hoffentlich schmorst du in der Zelle. Leitstelle für die 411. Nee, das ist auch nicht. Du sagst jetzt so. Hört sich rum. Du sagst jetzt so. Ja, rutschen werden von der 1. Zelle am, ähm, der Baustelle am Highway by Dynasty 8 in der Nähe. Ja, ja. Dort vollbrand, FD bereits fort, wir sichern hier die Straße ab. Habe ich das gesagt? Habe du gerade eben gesagt, hör doch zu. Hat die Leitstelle so gekommen? 411 Ende. Und da hat er gesagt, oder? Einfach machen, ob du dann die Haupteinsatzleitung der 449, die beiden Personen, das ist, äh, geklärt, mit dem Marschland, wir werden hier immer mit innappetiert. 449 Ende. Ähnlich. Ey, gerne. Vielleicht bis später, ne? Ja, pflanzen, dem der neues Gehirn hat, der da nur eins in den Kopf gekriegt ist. Bei der körperlichen Auseinandersetzung habe ich ja gerade von dem Herrn Bannehelm einen Schlag abbekommen. Ich würde aber auf eine Anzeige dazu verzichten. Okay. Nur, dass Sie das mal gehört haben. Ja, weil das aus der Situation heraus war. Ach so, okay, verstehe. Ja, ja, okay, verstehe. Alles klar. Das ist mal Bescheid. Knast kommt ja trotzdem. Genau, ein 40 für L-Komm. 40, komm. Ey, da sind sie wieder. Ich bin nicht wieder. Also kurz in den Dünger. Nee, ich bin mit Frau Tata. Sie meinte, ich soll mich kommen. Checkt habe ich damit, ich kann auch nicht rumkommen. Die Trasten, den jetzt jedes Knochen ab, ne? Als ich im Schlumm lag, hat es auch keinen gejuckt, also wirklich. Da kommt gleich, glaube ich, nächste Anzeige. Die wird aber, ja, er hat den Leuten ins Gesicht gefurzt. Ich habe meinen Kollegen davor verteidigt. Er weiß, wenn der Durchfall hat, dass er den mit Krupp beschmiert oder so, mache ich nicht mit. Du Scheiße. Voll wirklich. Ja, tut mir leid. Als solchen Menschen traue ich denen alles zu. Das ist auf jeden Fall eine Form von Belästigung, das schon. Und, ja, ich fühle mich auch angeekelt. Dann könnte man sich übergeben. Er hat ja auch mehrmals gesagt, tasten ab, tasten ab. Ja, geh mal runter, geh mal runter. Und als da unten war, hat er den dann angefurzt. Also das ist natürlich. Widerlich. Er will darauf hinaus, dass er nicht ins Prism muss, dass er ins MD will. 3,53 meldet sich ab. Was ich meine, Natschi? Kriegt er auch vielleicht durch. Dann warte ich vor seiner Zimmertür mit Frau Bahns und ihm, bis er wieder rauskommt. 4,02 mit der Information, ein weißes Fahrzeug, vermutlich aus der Ferne schwer zu erkennen, zwei Insassen, die jetzt das Yellow-Check-In gleich betreten. Herr Check, beobachten Sie es so weiter. Denken Sie auch daran, die Lokalität hat regulär geöffnet kommen. Ja, Check. Hela, kommen Sie mal her zu mir. Bleiben Sie mal kurz hier. Ich muss kurz zum Yellow-Check gehen, weil ich was klären muss. Mit meiner Streife. Ich bin sofort wieder da, ja? Fassen Sie auf, dass der Trottel nicht telefoniert. Äh, der Herr, Entschuldigung. Mit der Streife? Ja. Also bügel jetzt. Das ist die 414 gewesen, wenn wir jetzt eine geballert bekommen. Das hätte ich niemals gemacht bei der 414. Äh, Frau Bahns? Ja. Immer gerne die Inhaber fragen. Ja? Ob die Leute vom... Alli, hallo. Sie haben so eben gerade beim Stay-Person einen schwarzen Tulip gemeldet, oder? Äh, nein, habe ich nicht. Das war ich nicht. Das war wahrscheinlich der Herr Bahns, nicht ich. Okay, geht klar. Weiß ich Bescheid. Danke. Bis dann, Schau. Den 3. Ihr sitzt den... Verlegen Sie auch mit Ihrer Streife hier zum Einsatzort östlich vom Yellow-Check-Innern, an den Route 68 und unterstützen Sie bei der Abwanderung. Wo sind die, wo sind die anderen? Wir fragen ja nur was nach. Wir machen ja so. Genau, nach der Ende. 3.46 für Leitstelle kommt. Sind welche reingegangen? Wurde den Punkt gesagt. Hinten ist ein Eingang. Wurde gerade fragen, gibt es noch ein Hintergrund? Wiederhole 3.46 für Leitstelle kommt. Leitstelle erinnert. Zwei Personen fahren jetzt weg auf Motorrad. State Police. Einmal stehen bleiben. Einmal stehen bleiben. Einmal stehen bleiben. Runter von dem Motorrad. State Police. Beide, Hände nach oben. Hände nach oben sofort. Und auf die Knie. Los. Runter, 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 runter. Wo wollen wir denn so zügig hin, Freunde? Runter. Wir wollen gar nichts. Runter, runter. Auf die Knie. Auf die Knie, habe ich gesagt. Du auch. Soll ich dir helfen? Los. Gehen Sie langsam ran, Kukum. Entspann dich doch mal, Alter. Halt die Schnauze. Ran gegen Kukum. Ja, die 419. Wir brauchen eine 1010. Wir haben Yellow-Check-In. Entschuldigung. Da haben sie vor Vorsicht. Vorsicht. Ja, 402. Hände hinterm Rücken. Vorsichtig. Bleiben Sie bitte so. Super. Sie auch, Ma'am. Vorsichtig. Einmal Hände hinterm Rücken. Vorsichtig rum. Ich mache das zu da. So. Einmal die Personale hinüberprüfen. Einmal festgesetzt. Genau. Jetzt brauche ich mal kurz. Das sind wir. Wenn Sie eben was anderes ziehen sollten, werde ich das Feuer auf Sie erwähnen. Wie gesagt, das ist hier eine interessante Situation. Sie merken ja schon, wie wir vorgehen. Das ist nicht wirklich so. Warum geht es noch gar nicht? 2,31 Kukum. Da habe ich heute sehr free erkannt. Ja. Der Tulip wurde mehrfach sehr spät. Passt zu weit. Dankeschön. Wurde angewiesen. Da ist es der Kukum. Sagen Sie bitte einmal den Ausweis nochmal. Auf Abschluss. Ich kann niemand den besuchen auf jeden Fall. So. Ich mache ihn auch einmal Handschellen ab. Ja, vorsichtig. Ich komme rum. 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 Zeigen Sie mir auch einmal kurz den Ausweis. Herr Greer. Super. Das ist so negativ. Dann, Liam, würden Sie einmal kurz bis zur Seite treten? Ja, check. Liam, einmal zur Seite treten. Ja, Sie dürfen kurz was... Ja, also würden Sie bitte jetzt nicht... Ja, okay. Das geht noch. Sie sollen auf Seite treten. Gehen Sie zu meinen Kollegen da drüben, bitte. Zu den Kollegen da drüben. Danke. Aber ansonsten, wie gesagt, Sie sind festgenommen. Sie werden per Haftbefläche gesucht, Herr Greer. Ich bin jetzt gerade in der Nähe von jeder Check-in. Soll wir einfach mal hier umkreisen, komm. Kommt auch noch eine größere Ordnungswidrigkeit auf Sie zu. Ich bitte Sie noch einmal, wie gesagt, die Hände wieder hinter den Rücken zu legen. So, vorsichtig. Zu 31. Die Kollegen, die beiden, bringen Sie die Dame erstmal bitte nach vorne hervorladen, weil wir hier eine Inhaltsdame durchführen müssen. Klären wir Ihnen. Ja, ja. Klären wir Ihnen gleich. Gehen wir schon mal erstmal zum Ordner. Die Dame darf uns einmal folgen nach vorne. Bitte? Ja, wir gehen also... Gehen wir erstmal ein Stück, kommen Sie mit. Kollegen, warten Sie kurz. Kollegen, was hat die... Kollegen warten kurz mit der Dame. Die Dame soll nicht weglaufen. Hat die Dame zu Ihnen gesagt, ficken Sie sich? Ja, check. Ja, Beleidigung, rein, los, zack. Handschellen dran und los geht's. Oh, wir gehen immer mit. Wir gehen außen rum einmal. Also, vorgeworfen. Sie haben auf jeden Fall... Gehen wir hier direkt mal hier rum zum Parkplatz. So. Vorne zum Haupteingang. Es geht um versuchten Totschlag, so viel weiß ich. Gut abgesichert, Frau Barnes. Und das kommt von der Staatsanwaltschaft. Mehr weiß ich auch nicht. Herr Kukum, das ist einer von denen, die Ihnen letztens ins Gesicht getreten haben. Er nennt sich nicht. Da kommt ja der Herr, der sich hinter... Ja. Da kommt auch... Also, wahrscheinlich sind alle hier, alle dabei gewesen. Deswegen sage ich ja, die Ordnungswidrigkeit kommt noch dazu. Allerdings, das ist dann betreten von Sperrzone, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Herr Greer, die ist auch noch dabei. Die kommt extra noch. Das ist jetzt was anderes, okay? Warum Sie jetzt mitkommen. So weit verstanden? Ja. Weil wir machen nichts wirklich. Wir stehen nur rum und gucken, ob jemand kommt. Und da können Sie dann auch Ihren Anwalt und alles anrufen, okay? So, wunderbar. Okay, super. Einmal rein, Vorsicht im Kopf. Irgendwie abzugucken, was die machen. Ich bin an plötzlich, Gott, den dreistigen Mal, dass wir ihn haben. Achso, kommen Sie noch mal kurz raus. Herr Greer, Mensch. Greer. Und abtasten bitte noch, ne? Ja, genau. Voll vergessen, ey. Sollen ja nicht... Gehen Sie noch einmal zum Auto ein bisschen. Super. Haben Sie irgendwas dabei, was Sie jetzt nicht mitnehmen sollten ins Gefängnis? Okay, dann muss ich auch nachschauen, wenn Sie das nicht wissen, ne? So, alles gut. Also, Gideon weißt, dass du überall nachgucken musst, ne? Ja, das heißt überall, ne? Also, es... Ich werde mich jetzt nicht bücken und husten. Das kannst du knicken. Ja, aber dann tut es mir weh, Herr Greer. Das kann ich Ihnen sagen. Ich hoffe, es ist auch nicht nötig, bitte. Dann können Sie jetzt einsteigen, Herr Greer. Ihrdet? Ja, super. 415, 1020, sind die Schausgangsstand. Ja, ja, die PD90, eine Information, wir fahren sofort los. Wir haben soeben aufgegabelt, gegen den Herrn, das vorkommt. Positiv ist auf der Liste der Tatverdächtigen. Wir schreiben mal irgendein Haftbefehl. Ja, check, wenn ich... Ja, natürlich. Oh mein Gott, danke schön. Ich mach's gleich wieder gut. Okay, let's go. Ja, ja, Information. Depp ist aber nur für die Leute mit Haftbefehl. Alles gut? Ja, check, also bei Ihnen ist das die Ordnungswürdigkeit. Hast du frittiert oder so, weiß ich nicht, ist das? Herr Greer, Sie haben eine Ordnungswürdigkeit, ja? Bei Ihnen ist nichts wegen Mordes. Da haben mein Kollege was verwechselt. Wir haben, was ist insgesamt das Strafmaß, Herr Kukum, für Sperrzone und Sachbeschädigung? Ich hoffe, das ist schon angelegt, ich kann's nicht ganz genau sagen. Das war vorhin eine Sperrzone, 125 bis 1.000 Hafteinheiten. Ja, wenn im Maximum. Die Dollarzahl. 1.000 Hafteinheiten? 1.000 Dollar. Ach, ich dachte gerade. 1.000 Dollar war das, okay. Das müssten wir gleich nochmal genau prüfen. Ich glaube, bei Hausfriedensbruch war es auch bis zu 1.000 Dollar. Und bei der Sachbeschädigung sind es 500 Dollar. So, genau, Moment. Ja, wir müssten das, die OVI ist hier erstellt, das können wir, ich prüfe das schnell. Können Sie sich vorstellen, Sir, worum es geht? Nicht um meinen weißen Wagen, den Sie demoliert haben gestern. Aber sie waren ja dabei. Doch, man hat sie gesehen. Irgendwo mit einer Kutte? Ich habe ein neues... Die Information haben wir von Homeland persönlich. Da ist ihr Name genannt worden. Check. Gehen Sie doch wenigstens zu Ihren Taten, mein Gott. Ich habe kein Auto angelangt. Ja, aber sie standen dabei. Und haben es gesehen. Sie standen auf dem Grundstück der Polizei. Ne. Das ist auch nicht richtig. Oder an dem Grundstück. Ich stand vor dem Grundstück. Also haben Sie die Demolierung gesehen und nicht eingeschritten, richtig? So sind Sie mit hinter der... Ich habe nicht gesagt, dass ich irgendwas gesehen habe. Ich habe nur gesagt, dass ich vor dem Grundstück stand. Ja, ja, ja. Da vertrauen wir natürlich auf die Aussage von Homeland. Müssen wir auch machen. Die Kollegen hinter uns, die können einsteigen. Sie können mit ihrer Schreife fortsetzen. Verstanden. Ja, checkst du mit. Ich muss kurz die Uwe erstellen. Alles gut. So, ja. Kollegen, fallen Sie einmal ganz kurz zum Stapris und checken Sie die Lage und geben Sie per Funk durch, wie es vorne auf dem Hof aussieht, ja? Ja, check. Ja, bis gleich. So, Tatvorwurf. Was machen wir da jetzt? Das ist ja mit Tat... Also einmal... Betreten in die Sperrzone und Sachbestätigung. Mit Täterschaft. Wird gleich bestraft. So, das war... 402 aktiv zum State Prison. Ja, gut, dann nehmen wir schon mal ein Police Department. Wissen Sie Ihr Kennzeichen? Aus dem Kopf. Eins? Ja. Äh, nee. Okay, schreibe ich nur ja. Es wird auf jeden Fall wahrscheinlich über 2.000 Dollar kommen, ja? Haben Sie das Geld zum Bezahlen? Ja, da müsste jetzt, äh... Miss B, würden Sie kurz nachschauen? Äh, was denn nachschauen? Ich glaube, er ist pinkeln. Ich brauche das Gesamtstrafe. Was sagen Sie doch, wenn er aussteigt mit Handschellen? Bescheid. Sperrgebiet 1.000 Dollar, das sollte ja die höchste Strafe sein. Ja. Was war das jetzt noch? Äh, Sachbeschädigung? Ja, genau. Die Sachbeschädigung. Sachbeschädigung. 500 Dollar, glaube ich. Oder ist das die Mindeststrafe? Moment. Die Höchststrafe, ne? Haben Sie auch Höchststrafe bezahlt? Äh, Entschuldigung. Sachbeschädigung 500 Dollar, 0 bis 60 Hafteinheiten. Ja, 60 Hafteinheiten und 500 Dollar. Also 1.500 Dollar. Und 60 Hafteinheiten, ne? Check. 405 Leitzeinheiten kommen. Ich schreibe einfach durch Homeland Gemälde, ne? Das muss Sie auch erreichen. Wenn Sie entsprechend getauscht haben, sofort Richtung Sponjuwelen aktive Überfall kommen. Check somit. Leitzeinheiten. Also wenn er 1.500 Dollar zahlen kann, kann er jetzt direkt im Knast. Rechne mal vielleicht 10 Minuten an. Ich habe schon wieder Hunger. Das hat nichts gemacht von Ihnen. Ja, das muss ich ein bisschen im Magen setzen. Das sättigt schon. Ach, ich fall gleich um so. Ja, okay, ich habe noch ein bisschen Zucker. Oh Gott, wir müssen unbedingt was holen gleich. Äh, bitte schön. Herr Weiß, geben Sie nur ab das Mountie denn? Das kriege ich nie wieder. Das ist das selber. Gut. Dann, bitte schön. Oh, jetzt habe ich 2, danke. Was? Ich habe aber auch richtig Hunger. Könnte auch noch ranfahren. Ja, gut, schon war auch. Dann kommen. Meinen Sie, der ist hier? Der ist hier pinkeln? Meinen Sie? Ich hoffe. Das heißt, der auf dem Motorrad saß. Allerdings schon aus der Reichweite. Nee, 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 nee. Bitte schneller, damit wir den Einsatz anfangen können. Ja, wir müssen jetzt mal langsam losfahren. Wir können uns anfahren, da der Kollege 151 Grad 1030 ist. Wir wollen mal langsam los, ne? Ja, klar. Bitte rein. Sie wissen, ich bin so ein kleiner Heimscheißer. Ich gehe nicht gerne so, ne? Verstehe ich auch. Jetzt, das verstehe ich auch. Wir fahren hier nur kurz ums Eck, damit wir es hier nicht klären, okay, Herr Greer? Es handelt sich jetzt um eine Ordnungswidrigkeit. Einmal, wie gesagt, die Mittäterschaft, der Betreten der Sperrzone, Sachbeschädigung. Da müssen wir sagen, wir haben die Information durch Homeland erhalten, weil das müssen wir als gegeben sehen. Sie können natürlich dagegen auch im Nachgang vorgehen, okay? Sie haben jetzt... Es geht jetzt um 1.500 Dollar und 60 Hafteinheiten. Ich bin pleite. Sind sie wirklich pleite? Das tut mir leid. Dann würden wir es auch... Also Haftstrafen muss ja nicht sein. Wir können ja einfach das Motorrad fänden, Herr Kuckum. Ja. Machen wir das lieber, oder? Schaffen Sie es in drei Monaten, die Strafe zu zahlen? Also, nee, das sehen wir dann. 4, 2, 3, 4, LL Palito, bitte. Ich habe gesagt, weiß ich nicht, sehen wir dann. Kann ich Ihnen das sagen? Ihr könnt dann auch so langsam wieder in die Stadt verbringen. Aber wollen wir nicht so sein, bringen wir Ihnen zu sein Folgen, oder? Okay, komm. Wollen wir unser Moped nicht wegnehmen? Ja, 4, 2, 3, so mit 5. Haben wir letztens schon einen zerstört ausgesehen? Ja, das ist auch nochmal sorry, ne? 3, 3, dann vorsorglich erst mal. Nein, wieso, ich habe eins angefahren. Er meinte davor den Tag. Wo ich bin zugepackt, meinen Sie, Sir? Oh, aus Versehen, natürlich. Ja, aus Versehen. Da wurden wir zugepackt, Sir. Unser Auto stand da zuerst. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern. Wir wollten Ihnen ja sogar eine Runde spendieren. Wir haben 12, 10, 20 State Prison. Also, in der Parklücke, die da war, hätte ein Panzer ein- und ausparken können, ohne Probleme. Ah, kann ich mich nicht daran erinnern mehr. Also, für mich war das sehr eng. Für meinen Kollegen auch, oder? Herr Kokum. Da war ich, glaube ich, nicht dabei, ne? Wenn er auch mal dabei war. Bin sicher, das war eng. Denke ich. Das ist eng. Wen habt ihr jetzt hier? Herrn Grier, wegen der Ovi, die habe ich schnell geschrieben. Okay, soll er jetzt hier im 6.000 absitzen, oder was? 1.500 Dollar, 60 Hafteinheiten, er kann nicht zahlen, sagt er, es bleibt. Okay, gut, dann. Das Problem ist, jetzt habe ich die Ovi schon geschrieben, das sehen die aber auch, glaube ich, ne? Ja, ja, das sehen die. Kannst du ja dann Bescheid sagen, das Strafmaß ist, was ich absitzen muss. Okay. So. Super, ey. Alles klar. Das geht. Ach, guck mal. Jetzt setzen Sie sich ruhig, Herr Grier, neben Ihr Kumpel, oder was? Oh, der wartet auch, oder? U26 für Leitstelle kommen. Geht so. Also eigentlich ganz gut, ich habe ja ordentlich hier so Mittelchen gekriegt. Die sind geil. Und Tränchen am Auge, oder was? Ja. Das ist ein Teddo, oder was? U26 für Leitstelle kommen. Was waren das gestern mit dem Auto denn da? Machst du eigentlich bei den Boxdings mit? Wer denn? Ja, einer von euch. Ratschi macht da mit, ja? Wann denn welches? Geil. Sonntag geht's los, ne? Ratschi kann es. Ich hätte mitgemacht, da ist was dazwischen gekommen, beruflich. Wir sind verletzt auch beruflich. Äh, wir wurden beruflich da. Ja. Ich bräuchte von den beiden Herren vor mir einmal bitte den Vor- und Nachnamen. Niklas Dunaham ist da. Tränchen war als erstes da. Ja, Herr Dunaham, der andere? Das ist der Herr Grier. Max Greer. Grier, genau. Das sagt mir was. Waren Sie schon mal hier? Das ist eine rettobische Frage, oder? Kurze Frage, wir müssen natürlich prüfen, wann Sie das jetzt mal die Ordnungswidrigkeit begangen haben. Plus, ob das der gleiche Tatergang ist, beziehungsweise die gleichen Strafen. Herr Barnes, das haben Sie sicherlich schon geprüft, oder? Die beiden? Damit die Strafe nicht doppelt zogen. Die beiden, die jetzt gerade hier sitzen, das habe ich noch nicht geprüft, nein. Dann prüfen Sie die beiden an. Mit Totschlag oder so, hat er erzählt. Ja, so, es kommt ja noch eine Ordnungswidrigkeit. Welche Ordnungswidrigkeit? So, bei Ihnen war es wirklich, bei Ihnen ist es wirklich so. Ja, genau, aber bei Ihnen kommt ja noch die Ordnung. War sein Name nicht auf der Liste, die wir von oben bekommen haben? Wie ist denn sein Name? Wie heißt es denn hier? Niklas Dunaham. Doch klar, jetzt kommt es auch noch die Ovi. 1.500 Dollar, 60 Haftanheiten rum drauf. Wofür? Wir wegen irgendeiner Sperrzone und irgendeinem Auto, was angeblich dem Reden wurde. Ach so, das Auto, das kaputt kam. Ja, da war ich dabei. Werden Sie noch benötigt beim Unjurena-Einsatz kommen? Muss man auch. Stand jetzt, ja. Ich habe zwar nichts gemacht, aber ich stand da. Mit Täterschaft, wurde gemeldet durch Homelandschaft. Das wird auch noch da. Ja, check. Ach so, dann warten Sie dann, sag ich still. Ersetzen Sie sich doch wieder, ne? Nicht das, ich schwindelig wegen dem Schlagwein auch. Ich habe ja auch richtig... Oh, ich glaube, ich schwindelig wegen dem Schlagwein nicht, aber das war echt das Ballert. Das ist das denn für ein Zeug, das war ich auch mal. Boah, keine Ahnung. Ich habe mir so eine Ordnung anhandgekriegt. Das Ballert, ich sage dir leid. Aktuell haben wir keine Spur für einen, das überfallt, als wäre ein normaler Bezichert. Willst du nachfragen, was hat bei Homelands kommen? Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Wiederholen Sie mal den Funkspruch, warte, dafür brauchen Sie eine Schreife. Der Funkspruch hatte nichts mit Homelands zu tun, komm. Ah, check, dann ist das gerade an dem Gespräch gewesen, für die in der Nordkennung. Ja, 402 nochmal, äh, wiederholen bitte. Vor Ort hatte es kein Anschein aktuell, dass eine... Ist das jemand im Kasa? Wir klären das gerade. Meinen Sie, was ist mit dem Kasa? Ja, das ist so ein... Weiß nicht, elf Leute sind anwesende und zwei arbeiten. 423 für Leiterelecom. 423. Echt? In Kauserlässe, okay. Ja, die fahren Sie den Standort des 411 an und lösen da Frau Reed entsprechend Abkommen. Hart 423 somit, ja. Check, Leiterelel Ende. Äh, worauf warten wir gerade? 405 für Leiterelecom. Darauf, dass es da gibt. 405 für Leiterelecom. Ach so, okay, okay, alles klar. Entsprechend Kronenjuwälen und nähere Umgebung, Anfahren und Nahbereichsfahndung, äh, entsprechend einleiten. Wir suchen aktuell eine Person beige gekleidet, komm. Ja, eine Person beige gekleidet, so mit, äh, irgendwie ein Fahrzeug bekannt oder ähnliches. Kann man das machen? Fahrzeug negativ, war wohl zu Fuß unterwegs und hat, äh, Commander McKinney entsprechend, äh, mit einem Messer, meine ich war, überfallen. Ähm, aber es richtete sich persönlich gegen ihn, nicht gegen Kronenjuwälen. Wenn das ist, äh, halt, am Ruper auch, auf jeden Fall. 405 so mit. Hallo, jetzt ist ein Hallo auch. Meinste länger. Gut, ich meine, die setzen die sowieso mit der Uhrhaft ab? Frage, ist das schon weiter? Können wir machen, okay. Ist unserem Ding, Helder? 410S, vielleicht willkommen. Ich frage mich jetzt darauf, ob die gleich wieder nach der Durchführung rauskommen oder nicht. Was ist denn denn das? So, also erstens haben wir noch die Durchführung gar nicht terminiert. Und wenn wir die Durchführung erst auf der 25.11. durchführen, dann sind wir bis zum 25.11. Weitere Füße sind in der Kronenwählen checkt. Und ich weiß nicht, das finde ich, kann irgendjemanden... 415 mit einer 1026, ehemalige Freibildstankstelle, ein roter Sportwagen, ein 727. Also sagt ihr dem einfach gleich, dass ihr so lange... Können Sie solche Leute nicht, Frau Barnes? Nein, bitte? Mögen Sie solche Leute nicht, Frau Barnes? Äh, nein, wir hatten ja mit denen Yellow Jacks zu tun und das sind sehr laute Männer, mag ich nicht. Oh, das sind halt Verbrecher, ne? Wir sind täglich Brot, Frau Barnes. Naja, aber Sie haben mich ja gefragt, ob ich... Ja, ich sag nur. Also ich möchte aus dem Süden wirklich viel angenehmer. Das stimmt. Aber die Mentalität des Nordens einfach, ne? Da sind die... Ja, es sind wie... Ich hab ein Wort für die tatsächlich... Was wäre? Hm, Primaten. Kennen Sie die? Wenn die so auf ihren Brustkörben schlagen, so... So in etwa. Genau, genau. Einfach... Wie Berserker einfach rauskommt. Das ist gar nicht mehr zu produzieren, weil dann ist die Brustgelehr. Schatz, komm. Ja, wir sind jetzt aktuell in der Nahberechtsverhandlung. Glauben wir, da bitte den gleich da. Frage, können wir vielleicht mal bei Kontaktunternehmen fragen, ob es hier eine Verhandlung vielleicht gab? Kommt. Und das ist richtig schlecht. Machen wir die 89. Ray kurz rein, kümmern sich ja entsprechend drum. Und wie gesagt, müssen wir ihn jetzt entsprechend die Informationen, die das darverdächtigen. Die 405 so mit und beenden Funkspruch. Herr Reich? Ist die Vorsitzung denn genehmigt? Äh... Ja, können Sie machen, Frau Wahl. Also kann ich mit Herrn Kowalski reden dann? Ja, können Sie machen. Oh, sehr gerne. Dankeschön. Und wegen diesem Streetworker, den vielleicht können wir trotzdem nochmal separat irgendwie reden und sein Konzept ausarbeiten. Es muss ja nicht möglich sein, aber vielleicht einmal reinschauen. Okay. Okay. Ich glaube, das sollte auch eine weitere C sein. Das ist absolut okay, weil das sind ja alle, dass ich dann persönlich weiß, ja, auf jeden Fall die Gehütze zufass. Also, ne? Ach, dann verlieren wir dann Kondition. Am Konditionen können wir, dass die anderen sitzen jetzt in der Kondition und in der Holloway sitzen, dass die auch noch die Ehe bekriegen. Okay, wir sind uns ja einig, dass das dann fein ist, oder? Okay. Ja, dann können wir mit dem Herrn Konditionen sprechen, dass die mit dem Musikerraum kommen. Ja, Sie gehen jetzt auf die Masse da vorne zu. Ja, aber für Sie nochmal hier auf dem Ostmasse. Die 116 hat sich beendet und ist wieder aktiv. Ja, okay, aber das ist super. Ich kriege noch die Ofen und sagt, dass man es nicht in den 30 sind, oder was ist das? Die 116 hat sich beendet und kommt. Die 116 hat sich beendet und kommt. Ja, für Sie zur Information, es befinden sich aktuell in Ihrer Nähe drei Streifen, die nicht in den 30 sind, entsprechend würde das machen. Viel Spaß, ja. Lieblingsam ist der Rivera. Ja, check, hat die Leitstücke mitgekommen? Ja, Leitstücke, Ende. Hey, Milla, die kriegen jetzt, die, die schon drin sind, alle noch. Ah, wieder welche eingebuchtet, Frau Barnes. Ja, aber sind noch nicht alle, ne? Viel fehlen noch, also ich hab... Check. Es fehlt noch ein Dallas Coachman, der müsste auch direkt hierhin. Der Coachman. Also so der Einzige, der jetzt noch nicht mehr markiert hat. Danke dir. Okay. Sollen wir jetzt vielleicht nochmal nach Palito? Also, Banu und Herrn Stahl bei Ige Mutters schon? Können wir machen. Aber ich würde... 5,7 für Leitstücke. Kurz den Sandy dann kurz einmal austreten, wie der Kukuma das immer so wunderbar sagt. Und dann geht's weiter. Wir haben zwei wieder aktiv. Kukuma am Apparat. Ja, Frage der Leitstücke. Haben die Kollegen... Noch schwierig. Ja, so positiv. Okay, ich kümmere mich dann morgen vorm Dienst, kümmere ich mich drum. Mein... Ja. Das tut mir leid. Ich kümmere mich wieder morgen vorm Dienst rum. Dann kann auch sowas nicht dazwischen kommen. Sorry auch, ey. Sorry. Das ist nicht das Gefängnis. Gefängnis... Ist auch gut, dass du kein Kuk... Verdammte Scheiße... Das ist auch Quatsch. Kukka zu kommen. Aber brechen Sie die Nahabereitsfahndung mal ab und fahren Sie den Standort des K1-1-Komm. Ich guck mal, aber das wird nix. Also mit Kokain geht gar nicht auf jeden Fall. Sag ich direkt. Kokain? Nacho, was hast du denn da wieder bestellt? Hm? Ja, wie gesagt, ne? Das muss man gucken. Leibniz, wir können 10.05 kommen. Auf jeden Fall keinen Quatsch machen. Ich komme morgen auf jeden Fall. Können wir gerade einen schönen Alarm bekommen haben? Und wir kommen still. Kommen. Also ne. Das brennt gerade auch alles, ne? Äh, die Frage geht an den Fortline weiter. Kommen. Aktueller Anruf? Nee, denn da ist ja die Staatsanwaltschaft schon mit drin und die sagt ja auch, dass das weitergeht. Also können Detectives... Kurz hier austreten und dann können wir was zu essen kaufen. Verstehe ich. Aber ich... 92 vielleicht, oder komm? Was soll ich machen, ne? Guck mal an Sie. Gut, komm. Haben Sie gerade einen Anruf über den Fortline bekommen? Komm. Wo ist denn hier der Klo eigentlich, ne? Äh, ja, Moment. Moment. Check. Vielleicht ist das mit, vielleicht ist das eine. Äh, falsch. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Eben. Ja, hier ist es. Und dann da. Alles klar, danke Frau Banz. Ja, ich gehe nochmal aufs Damenklo. Bin sofort wieder da. 402 für Leitstelle, komm. 402 für Leitstelle, komm. 402 hört. Ja, Status vor Ort, komm. Aktuell immer nach 10.30 bei Conway, komm. Ja, benötigen Sie 10.10 dort, komm. Negativ, komm. Ja, check. Wenn Sie dort fertig sind, einmal aktuell neueren Dispatch nordwestlich von Ihnen erklären, ob da irgendwas in der Nähe ist, komm. Bitte, äh, Dispatch präzisieren, komm. Nordwestlich Ihrer Position, direkt in Ihrer Nähe. Dispatch 21.22, entsprechend einmal anfahren, ähm, und die Lage klären, komm. 415 mit der C-26, graue Shopper, ein Aufsatz, äh, Südausgang, Sandy Shores. Check. Check. Ja. Ja. 405 für der Telekom Gautier aufpassen, das ist einer der Gesuchten Ja, checkst du mit, dementsprechend die 45 hat Herr Claiborne gerade gefunden Perfekt, bitte denken Sie dran noch die Ordnungswidrigkeit zu schreiben So wie bei Herrn Grier, gucken Sie sich dadurch die OVI an 1500 Dollar 60 Hafteinheiten Homeland durch Homeland bestätigt Fragen? Melden Sie sich bei der 2.31 405 für Leiter, willkommen Leiter, Lender 405, Leicester, ist in die Schlacht 10.3 45 Fäder 10, 10 zu 4, 1, 5 an Check 405, Leiter, Lender, 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 L So, Entschuldigung, wir dekadenten Schweine haben zwei Küchen. Ich bin nach oben gegangen. So. Oh. Nun. Hey. Hey. Geht's Ihnen gut eigentlich? Ja. Ja. Auch privat. Ist da alles schick bei Ihnen? Ja, mir geht's sehr gut. Ey, das ist schön. Und bei Ihnen? Alles schick. Alles schick. Fantastisch. Fantastisch. Sehen Sie mal, ey. Ist doch passiert, ne? Was ist mit mir passiert? Mit dem Jo. Oder wie? Was sind Spitzname für Jo? 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 Wissen Sie den Josi? Wissen Sie mir nicht sagen bei Beweisen, ne? Müssen Sie gar nicht sagen. Interessiert mich nur. Also, Jo oder Joske? Jooski? Nein, auch nicht Joske. Besteht er da drauf? Ist er so ein dominanter Typ? Einfach, wie ich ihn nenne. Ich mag seinen Namen. Ich sag ihn gerne. Wie kam das? Wie haben Sie sich denn da rein verliebt? Wie haben Sie da durchgeguckt? Durch diese harte Walnuss-ähnliche, durch die Schale. Wie haben Sie da durchgeguckt? Also wie kam das? Naja, Sie wissen ja, da war ja diese Golden Olympus-Sache. Und aus Schutz habe ich dann bei Ihnen gewohnt. Der hatte das mal angeboten und ich habe es dann nach ein paar Tagen angenommen. Da haben Sie die andere Seite mal kennengelernt. Weil ich kenne nur die Seite, sag ich Ihnen, wie es ist. Ich kenne nur den, so wie man ihn kennt, sag ich mal. Ja, ich bin ein ganz normaler Mensch. Jeder andere auch. Ja, also wie... Jeder Mensch ist ja schon verschieden. Sind Sie auch ganz anders als in die? Ich würde sagen, als wer? Nee. Nee, Sie sind nicht genauso da. Ich bin immer eigentlich, wie ich bin, ja. Achso, ja. Ja, alles so. Weil da so ein... Ja, so ein... Der kommt doch eher kalt drüber, oder nicht? So ein kalter. Ach, finde ich ja. Also ich weiß, das ist er ja nicht, weiß ich ja, dass das eher wirkt so, deswegen sage ich es. Ich fand ihn immer ganz nett. Ich habe natürlich heilen Respekt vor ihm gehabt. Also habe ich immer noch natürlich. Klappt das, rein verlieben und Respekt so großen? Also Respekt, so einen gesunden Respekt, aber jetzt nicht so. Nein, natürlich. Wie geht es Ihnen denn sonst so? Ey, super, aber kann der auch so entspannt auf der Kaufe sitzen? Oder sitzt der ganz gerade? Das müssen Sie ihn fragen. Das müssen Sie ihn fragen. Ja, das ist, ich weiß ich auch. Vielleicht will er auf den heute wieder klicken. Er wird sagen, na klar, oder geht mich nichts an, oder so wird er vielleicht sagen. Ach so. Das interessiert mich halt, ne? Ich bin aber wirklich sehr interessiert an ihn. Haben Sie sich auch verliebt? Nee, ich bin hetero. Ich kann gerade sagen, der ist jetzt aber, äh, ist aber meins. Ich bin ja auch hetero. Das ist alles cool. Nee, das, manchmal, aber kennen Sie das nicht, wenn man sich sagt, okay, wie funktioniert das bei denen, wenn man so ein Pärchen sieht? Fragt man sich doch manchmal, wie das wohl ist bei denen? Echt? Und das frage ich mich bei Ihnen. Nee, bei Ihnen, bei Ihnen, bei Ihnen frage ich mich das schon. Wussten Sie, dass der Kowalski, äh, auch gerade wahrscheinlich verliebt ist? Ich habe da mal was gehört, irgendwie, ja. Ja, der scheint auch, äh, sehr glücklich zu sein im Moment. Wie? Also, ich bin Ihnen, äh, jetzt ein paar Mal begegnet und tatsächlich schiene mir, äh, sehr ausgelassen und glücklich zu sein. Okay, deswegen arbeitet der nicht so viel, ne? Keine Ahnung, ich glaube, die Stadt tut ihn einfach sehr gut. Aber der muss noch eine Woche so, so rumlaufen, wie er halt rumläuft. Ach so, mit den Haaren, kam das von ihm? Nee, er weiß, ich würde niemals irgendwas machen, dass sich ein Kollege unwohl fühlt, ne? Das mache ich nicht. Ah, ja, ich finde aber, das steht Ihnen tatsächlich sehr gut mit den Toupet, nennt man das, ne? Okay, vielleicht sind Sie einfach auch ein bisschen, also, vielleicht anders. Wie, wie meinen Sie das? Allgemein, so. Also, ich bin, wie ich bin. Ja, ja, jeder Mensch ist ja so, wie er ist. Genau, genau. Aber das ist klar, das macht, langsam macht das alles auch Sinn. Ich wollte wieder, ich wollte mich bewerben bei Mountain Hand Style, was halten Sie davon? Ey, cool. Cool, oder? Kann man mit vielen Leuten reden. Werden viele Leute kennen. Mountain Hand Style ist der hier in Palito Bay? Ja, genau. Okay. Hängt doch auch hier West-LS und so hängt da da immer ab, oder nicht? Check. Ja, ich habe da so ein bisschen was gehört. Wer in deinem Telefonkomm? Habt ihr was von der Beziehung auch irgendwie da? Wer in deinem Telefonkomm? Wer in deinem Telefonkomm? Zwischen wie in Mainz? Wie ist der, ich habe für die Lage vorkommen? Co.co und einem aus West-LS. Soweit Coach 4, so wie das aussieht, beginnt gerade die Nachlöscherbeinkommen. Ist tatsächlich auch wahr. Obwohl West-LS? Ja, check. Also mit. Doch, oder? Strand hier. Die Leitungen laufen. Also ist alles Strand eigentlich? Ja, ich bin gerade noch ein bisschen drauf. Ja, aber, ja, tatsächlich, ja. Ich meine den, der keinen einzigen Satz rausbringen kann ohne Motherfucker. Das sind so viele, fallen mir da jetzt ein, ich weiß nicht. Ich glaube Funkgeräte. Aber ich habe irgendwas da gehört, ja. Meinen Sie denn, das ist gut? Meinen Sie, das wäre schlecht tatsächlich, wenn ich da anfangen würde? Oder eher vom Vorteil? Das Problem ist nur, ich habe schon gemerkt, dass bei der Wiedereinstellung, ich war da ja mal Co.co, dann so ein bisschen gehadert wird. Zeitstelle für 517M, es kommt. Wegen, weil Polizei und so? Genau. Sie kommen. Wäre schon bestimmt interessant, ne? Bisschen so Augen und Ohren offen zu halten, denke ich. Die Kleibern kann ebenfalls von der Liste gestrichen werden im schwarzen Brett. Das wollten Sie jetzt aber nicht mehr. Das wollen Sie jetzt aber nicht mehr. Mir hat sich jetzt ein bisschen ergeben, dass ich da jetzt wirklich jemanden Schlussstrich ziehen musste. Alice Taxi, der hängt doch auch mit komischen Leuten ab, da, oder? Der Salah. Der hängt mit sehr komischen Leuten ab, ja. So ein bisschen was habe ich ja mal mitbekommen und dann auch mal weitergeleitet. Genau. Aber jetzt nicht probieren, wenn jemand was dagegen hat, oder? Hier, Chef, oder so? Ja, 25, take press. Dann muss das auf jeden Fall probieren. Ja, ja, ich bin schon im Gespräch geblieben. Auch nicht, dass die Ärger kriegen, oder so. Wie meint ihr das? Ja, nicht, dass die dann sagen, ey, dass die so auf die Idee kommen, dass du da rumspitzeln bist, oder so. Ich spitze ja nicht wirklich. Ich rede hier einfach nur. Ich kann ja nicht kontrollieren, wer meine Kunden sind. Und was die erzählen auch nicht, ne? Deswegen kenne ich ein paar der Mitarbeiter und dann könnte ich auch ein bisschen was mitbekommen. Wäre bestimmt nicht schlecht. Es wurde mein bester Freund tatsächlich, ich finde es tatsächlich was passiert. Er wurde in den Rücken gestochen, mit dem Blut wurde dann Gesicht beschmiert, also ganz krankes Zeug. Gott, okay. Genau, und... Auch von LS Taxi und Leuten, oder was? Nee, nee, das hat indirekt mit Mountain-Hand-Style zu tun, aber mehr weiß ich leider nicht. Du Scheiße. Die haben dann auch mitbekommen, dass er Anzeige gestellt hat. Was ist das denn für ein kranker Scheiß? Ja, das habe ich mich auch gefragt, das habe ich so in der Form auch noch nicht gehört. Nein. Also auf jeden Fall mega aufpassen, glaube ich. Ja, man ist ja nur Friseur und man macht ja nichts, ne? Man hört nur zu. 519 aktiv Richtung Send-Shirt-Departement. Check. Kommt immer drauf an, wie man das macht. Ja, das stimmt. Wir haben auch einen, der arbeitet bei Yellowjack, das muss ich auch noch gleich klären, ob das so gewünscht ist oder ob man den dann eher gebrauchen kann, auch als Ohren einfach nur oder Augen. Ist das in jemandem, dem man vertrauen kann? Bisschen Rekrut, nee, eigentlich nicht. Das ist, glaube ich, eher umgekehrt ein Problem. Aber der ist erst eine Woche hier oder so. Ah, okay. Und die wissen noch nicht, dass er Polizist ist. Aber das kommt halt auch sehr schnell raus, ne? 402 vielleicht, der kommt. Ja, spätestens, wenn sie ihn irgendwo im Dienst mal sehen. Eben, man müsste den vielleicht, wenn Detektives das wollen, so komplett einschleusen. Aber ich weiß auch nicht, wie viel so ein wahr Mensch da mitkriegt, ne? Ja, fahren Sie mal den Standort des 411 an. Er weiß, wir haben Herrn Conner als Rekrut, ne? Er ist noch nicht lange hier in Los Santos. Der arbeitet nebenbei im Yellowjack und wollte einen Nebenjob anmelden. Ja. Jetzt ist die Frage, also generell, klar, geht das gar nicht, klar. Aber meinen Sie, dass die Detektives das vielleicht nutzen können irgendwie für Augen und Ohren? Oder sagen wir, es ist zu gefährlich einfach? Gefährlich für Rekruten sind halt zu früh, ne? Ja. Aber wenn, ja klar, wenn der jetzt ganz normal Polizeizist wird, logischerweise, wie er es jetzt ist, im Streifendienst, und irgendwann mal nur gesehen wird, dann da arbeitet, kann der auch massiv Probleme kriegen. Ja. Deswegen, also könnte der nicht im Streifendienst sein und so. Wenn, dann müsste man ihn komplett undercover. Aber wollen wir das überhaupt, ist die Frage. Ne. Ne, dann sagen wir... Im Grunde ist der gleiche Interessenkonflikt wie damals bei der Staatsanwaltschaft. Der sollte da kündigen. Ja. Ne, macht er ja auch bestimmt, ja. Dann rede ich mit dem, das geht nicht klar. Wohl, dann wird das... Halt mal mal. War da am Telefonieren grad? Weiß nicht. Ist nicht verboten. Ja, ja, ja. Ich hab noch was Leuchtendes haben, was er das Handy vorne hingelegt hat. ich bin drin 63 meilen habe ich lassen oder ich habe es schon gemessen wir hatten das fahrzeug gekommen ich guck nach 75 bh polizeiwahl auflegen telefon weg motor aus aber überlegen und auf weitere anweisungen warten die hände aus lenker liegen micky elliott mckenzie das ist der vom links 1 3 mit einer zehn sechsund zwanzig schwarzer suv ein im besitzer viktor milos was haben sie denn gemacht dass ich den tag nicht da was sie können ja funken ich habe heute guten tag glaube ich fahrer kommen sie aus dem auto raus und gehen sie auf die beifahrerseite jetzt sagt ja jetzt rein mit den ganzen pedern in die hände aus den taschen ich habe schon wieder nicht den genauen standort machen sie keinen quatsch was das panorama dr eke joshua linksbums das ganz komischer name weiß ich nicht ja ein bisschen schnell meinen sie nicht oder was ist mir kennen sie was machen sie hier ich wohne hier unterwegs sind jetzt ja zur arbeit oder nicht ja weiß ich doch nicht wann sie arbeiten ach so ja was ist denn los mit ihnen können wir bei ihnen heute mitarbeiten die mitarbeiten haben sie denn in den kofferraum ist der mckenzie zwei ist hilfekästen und ein paar blumen sagen sie doch mal kollegen die hilfekästen und geben sie der kollegin mal ein paar blumen was so das sind nicht für kollegen so ist ja auch nicht ihr kollegen ist ja auch nicht ihr kollegen stimmt seine damen oder hat letztens jemanden angefahren gestrichen und jetzt habe ich schon dabei wie willst du direkt an kofferraum und hier auch sorry oder was ja sie kommen ok würden sie mich vom mpd mit dem lameser überführen kommen ja können sie gucken ja selbstverständlich wir kommen wieder vorgefahren komm fragen sie meinen kollegen nochmal ihren personal aus letztes Ende natürlich doch hier ist einer hier ist einer äh hat ja auch immer so älter gesagt muss ihm ganz schlecht ging wissen sie noch wo sind wir nicht schlecht ging hier 0 2 vielleicht willkommen das kind eliotis ja eben direkt direkt super traurig wo war das waren sie auch vielleicht noch maximalen umsatz ne ja und ich hoffe silberschmuck im wortiment ähm hallo mit geklärter herkunft hä ok ok geklärter herkunft ok irgendwas ist grad arsch langsam check ok eliot mckenzie ich die fünfte streife ist jetzt anscheinend den 30 gegangen äh wird ein wenig dauern fahren sie weiter dann erkennt sie ok einen schönen Abend noch vorsichtig fahren tschüssi die so Ruhig vorne, wenn sie vorne möchten. Ich auch, Philipp Rolk. Ne, alles gut. Scheiße, Robbenz. Gut reagiert. Wüsterchen. 5, 1, 7, 7, 8. Ich glaube, ich wäre ein bisschen krank. Okay. Gott sei Dank. 4, 1, 2, aktiv. Gut, dass ich Abstand heute zu Ihnen hatte, Frau Barnes. Gut. So eine Maske wäre jetzt ganz gut. Ja, super, cool. Wollen wir ins Krankenhaus fahren? Holen wir mal kurz eine ab. Aber wissen Sie, wenn ich es rein theoretisch Ihr Bruder wäre und hätte Ihnen heute einen Gefallen getan, dann würde ich mich richtig freuen, heute mit Ihnen Zeit verbracht zu haben. Wissen Sie, Frau Barnes? Aber wir sind ja Arbeitskollegen, wir können das hier ab, ne? Ja. Frau Barnes. Meine Güte, wenn Sie mein Bruder wären, hätte ich Ihnen bestimmt aber auch einen Gefallen getan. Ja, was denn zum Beispiel? Weiß nicht. Oder ist es Ihnen für ein Knopf süd? Ja, natürlich. Okay. Ja. Ja. Ja, das haben wir so mit. Bald Feierabendzeit, ne? Ich habe gesagt, ich mache mit hier noch ein paar Wichser in den Knast bringen. Aber ich habe noch mal... 2 Uhr machen wir heute. Ja, auf gar keinen Fall. Es ist 10 Uhr. Oh, ich wusste, nein, nein, nein. Auf gar keinen Fall. Das Ding ist ja, morgen ist ja auch noch ein Tag, ne? Das ist es ja halt auch. Nachi, ey. Check. Ne, es ist auch so, morgen ist Einstellung wieder viel zu tun. Wir haben fünf Leute jetzt weggeknastet, ist doch gut. Check. Okay, Nachi. Willst du mich mit der Bahn voll alleine lassen? Ich kann... Das ist nämlich Frau Barnes. Ich frage doch jeden Polizisten an, der bei drei nicht auf dem Baum ist. Ne, das ist super. Ne, das ist super. Ne, das ist super. Sie nehmen die Frau Barnes mit? Das war... Das war... Das gehört Frau Barnes. Ach, das war... Sie versteht das schon. Sie müssen das jetzt nicht hier so ein Ding... Also, so lange kann ich heute auch nicht. Ich muss nach Hause packen gehen. Wie packen? Ja, ich werde heute auf Barbaras Yacht fliegen. Mit Korayami zusammen? Ne, der ist gerade nicht da. 5190, aktiv. Ja, ist auch... Ja, ist ja. Ist schon nicht mehr so? Er ist halt einfach nicht da, er ist im Urlaub. Alleine? Also, wenn ich eine frische Beziehung eingehe, würde ich... Hätte ich gar keine Lust alleine in den Urlaub zu fliegen. Dann mache ich doch noch Zeit mit meiner Partnerin. Ach was? So bin ich, ja klar. Ich bin nicht drauf. Weiß, ne? Ich glaube, Korayami geht ja auch ganz... Wo ist denn auch der hingefahren? Was ist Yakuza? Wo ist denn der hingeflohen überhaupt? Äh, das müssen sie hinfahren. Ach, das wissen sie gar nicht. Doch, ich weiß es schon, aber ich weiß nicht, ob ich es sagen darf. Deswegen müssen sie hinfahren. Was? Irgendwas von New York hat er erzählt, glaube ich. Wer heißt denn die Eltern von den Korayami? Ja, Herr und Frau Korayami. Das weiß ich tatsächlich nicht. Check. Check. Die Vietnam-Flashbacks. Ja, ja. Oh, wie geht's auch nicht Frau Marshall? Hat ordentlich zugenommen, ne? Echt? Check. Ich meine, da fühlst du sich anscheinend wohl, oder? Nee. Den ganzen Tag immer Pudding. Nein, der geht's gut. Der hat nicht zugenommen. Kommt bald wieder. Oh. Ja, dann muss ich mal mit dir reden, was Skinner gesagt hat zum Ring-Thema. Um das mal abzuschließen. Uiuiuiui. Da habe ich auch Skinner mal gefragt, letztens. Den habe ich gesehen. Geh los. Der hat das... Dementiert hat er das, ne? Äh. Ja, natürlich hat er das. Hat er gesagt, das ist eine Lüge? Mhm. Dreiste Lüge. Das ist schon nervig. Was passiert denn hier? Hä? Das ist die Brücke, die vielleicht nicht... die nicht befahren werden darf, oder? Ja, ich... Das könnte wirklich gut sein. Ich glaube, da wird etwas gedreht gerade, oder so. So sieht das aus. Cool, dass die Vargos auch gefragt wurden. Oh. Oh. Oh, wir sollten vielleicht einen großen Umweg fahren. Der Osten soll sehr schön sein. Ja. 405, die Leitschule kommen. A to the B. Niiiiii! 405 für Leitstelle kommen. 405 kommt nicht. Naja, ich möchte kurz anmerken. Das... schon Leute im Knast waren. Es wurde doch... alles gesagt mit den Ordnungswidrigkeiten und so weiter, ne? Keine Ordnungswidrigkeit wurde erstellt, das wäre alles... So 83 für Leitstelle kommt. Das wäre unten hinten rüber gefallen, oder wie man das sagt, ne? Ich sag's wie es ist. Jetzt? ist alles geregelt aber das wäre glaube ich fast werden die obis nicht abgehandelt worden von den ganzen leuten wie man ja dann kommen wir doch nicht immer die offizie anpacken wenn wir die scheiße ja wenn die unnötig lange warten wollen können sich gerne Richtung 411 aufmachen gegenfrage wo ist die 411 nördlich ihrer positionen highway brücke nördlich deine p8 live tracking nutzen dann absprechen entsprechend aufnehmen ja kann er machen ja ja aber die obis wurden dazu alle gar nicht gemacht und sonne jetzt mittlerweile schon hat sich wohl geklärt man der kukum was ich glaube auch nicht mehr rein ich habe gerade was gelesen ich glaube wir kommen auch nicht mehr rein ich glaube wir kommen vielleicht haben wir ja glück ich glaube ich werde nie wieder nicht husten ich würde gerne mit arian natürlich heute direkt schon umziehen ich glaube wir machen wir ja Ja, okay. Ja, gut. Arbeiten des Beratern. Jo, cool. Dann warten wir mal. Mrs. Freak-Muffin, hast du Geburtstag? Dann herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich guck mal ganz kurz in den Mod-Discord. Moment, das mach ich eben mit Hande. Entschuldigung, ich musste gerade jetzt noch lachen. Was ist das? Oh, übrigens, die erste Folge von Paranormal HK. Hey, von Paranormal HK kam heute auf YouTube raus. Es wird ein bisschen wunderbar verteilt, weil es ist Horror. Aber ja. Hab wieder something gemacht. Achoo. 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 Was war das dran? Guck, er singt von Erik ein Thumbnail von Stray Souls. Das ist schon sehr, sehr witzig. Mann. Hilfe. Wenn jemand Geburtsdach hat, dann müssen wir aber eine Sache tatsächlich machen, oder? Darf ich das machen, oder ist das jetzt so doof? Warte mal, was denn? Aber nur, wenn die Person zusagt. Wer war das nochmal? Nur, wenn die Person zusagt. Ja, ich will hier nicht, dass man denkt, wir sind voll die Schweine. So. So. Warte. Wo ist es? Hat die Person zugesagt? Ja, mach. Warte. Aber nur, weil das jetzt ein Insider bei uns ist, ja? This girl's number... Happy birthday, baby. At home. Well, look at you, boy. Grown up and tall. Who would have thought? You'd stick around this bar. It's just another time. I've been through from... Ja. 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 Ich zeige dir ganz ehrlich, wo das Problem liegt, ne? Was meinst du, Bob? Was? Geh mir dein Geld. Na ja, das Ding ist, wir sind in einem Crash-Loop. Ja, ja, ich weiß, ich habe das da gerade schon gepostet bei dem Dingens da, bei dem anderen Chat. Ja. Ja, die Üter sind weg. Hier ist ein klaffendes Loch auf jeden Fall jetzt, ne? Ich glaube, ich werde um 8 Uhr nicht mehr geweckt werden, durch das aggressive Trinken. Und bei dir so. Aha. Ja, bei mir ist, ich habe heute meiner Schwester geholfen, ne? So Getränke. Und dann hat die einfach so in einem Videospiel in so einer RP drin, hat die mir einfach vermittelt, dass er wohl krank ist. Super, ne? Und die habe ich heute auch noch umarmt. Geil. Nee, nee, das ist tatsächlich schon seit, boah, anderthalb Wochen oder so, dass ich einfach, äh, ich weiß nicht, was los ist, aber vielleicht liegt es doch so ein bisschen daran, dass ich die Ariane-Stimme gerade nicht machen kann, ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich einfach wieder Rose spielen, um mal richtig durchzuspülen, die Stimme. Meine Frage, ich habe mal eine Frage an dich, Tati. Hattest du schon mal, also ich frage das paar Freunden von mir immer und mich interessiert da auch, aber, sei jetzt auch eine ernst gemeinte Frage, auch wirklich jetzt ehrlich sein, ne? Ja. Was denn? Hattest du in deinem Leben schon mal einen Bierschiss? Nee, tatsächlich, aber nicht. Ich muss noch ganz viel pupsen, wenn ich Bier trinke, weil ich die Kohlensäure ja nicht loswerde bei mir, ne? Boah! Ich kann ja nicht rülpsen. Aber, ähm, nee, das hatte ich nicht. Du? Aber du trinkst ja gar keinen Alkohol, ne? Ich trinke gar kein Bier, nee, nee, nee. Bier stelle ich mir richtig ekelhaft vor, ne? Jetzt frage ich mal, die Chat hat jemand, bringt euch einen Bierschiss? Aber Bier, wenn es, also im Sommer wirklich, wenn es heiß ist, ist ein Kühlschiss, kühles Bier, so kühles Weizen ist schon sehr nice, ey. Ja? Na, ich bin nicht so Biertrinker, ne? Ich hab einmal ja letztens, ich kann ja keinen Alkohol mehr trinken, also geht nicht mehr bei mir, ne? Weißt ja. Ich weiß, ich hab noch die Narbe am Knie davon. Was ist, äh, 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 ja, was ist denn Tattys Highlights aktuell im RP? Können wir mal kurz zu besprechen jetzt, wenn wir warten, ne? Also alle haben sich, alle haben sich sehr gefreut, dass Ariane zu Davis kann, auf jeden Fall heute. Und, ähm, ja. Da sind wir dann wieder zurück, ja. Alle haben gehofft, dass Ariane ins Koma geschossen wird. Ich hab den Chat genau gesehen, Chat. Ne? Ja, die hoffen aber immer, die hoffen immer, dass das Schlimmstmögliche ihr passiert. Das ist immer ganz toll, ja. Genau, Lob vom Walter steht hier, da ist der Chat auch durchgedreht, ja, reicht schon. Sie hat zwei Lob bekommen, ja. Also Ariane kriegt bei mir, immer wenn ihr bei mir im Stream zehn Subgifts dalasst, dann kriegt Ariane immer ein Lob pro Jahr. Du bist ein Wichser, ne? Du bist ein Wichser. Und schon ist das VOD wieder gelb auf YouTube. Ein Mixer, ich habe heute gemixt, und zwar, äh, Rucola. Mit Öl. Die kommen jetzt Rainbow Battlefield, alles. Ne. Dennis hat heute einen XXL-Windbeutel gegessen. Dennis, konnte man den denn essen? Der war ja gigantisch. Ja, ich muss sagen, leider, also ich fand den irgendwie doof, weil... Hab den Erik auch mal geholt, der mochte den auch nicht. Da ist halt so, was war denn da drin? So Himbeer oder sowas. Genau, genau. Das macht es irgendwie kaputt, ne? Ey, ich hab mal eine Frage, ne? Ich hab letztens mit der Vivi über was gesprochen, während wir warten. Kennst du Industriesahne? Naja, ich denke mal, das ist das, was in diesen Sprühsahnflaschen ab... Guck mal, wenn ich mir jetzt, wenn ich mir beim Revi jetzt eine Sahne kaufe, ne? So in der Flasche, ne? Und ich mach die in meinen Mund rein, ne? So, dann schmeckt die anders, als wenn ich zur Eisdiele gehe und da Sahne esse. Warum? Also die Sahne, diese Industriesahne ist ja so richtig, also die ist ja richtig hart gezuckert und ich will nicht wissen, was da noch alles drin ist, damit das halt haltbar gemacht wird, ne? Ah ja, gut, das ergibt Sinn. I don't know, keine Ahnung. Sag mal, Vivi soll mir Industriesahne machen, weil ich die halt voll geil finde. Hm. So, was... Wie hat denn der Salat heute geschmeckt? Erstmal ist gleich, erst mal. Erzähl mal, äh... Warte mal, erzähl mal, bitte... Oh, Dennis, warte, jetzt schon wieder. Dennis! Wir sind erwachsen, was soll ich wieder erzählen? Oh, Leute, heute war es so ein kleiner Moment. Wir waren irgendwo beim Rebo oder so und dann sag ich zur Tati so... Irgendwie sagt Vivi zu mir so, ja, Dennis, wir müssen mal wieder backen oder sowas, ne? Und dann sag ich zur Tati so, ja, äh, backen ist von... Sag ich zu Vivi, backen ist von cool. Dann sagt die Tati, ja, will ich auch mit... will ich auch machen. Dann sagst du, ja, ich mach mit, ich komm vorbei. Und dann hast du doch irgendwie gesagt, ne, für den Erik und mich! Ja, für den Erik und mich und er, ich sag Bescheid wegen dem Teig. Sag ich, ja, ich ruf dich an, komm mal mit dem Auto vorbei, ich hab grad gebacken, hier ist noch Teig drin. Dennis, weißt du, bei einer Sache haben wir nicht erzählt, die relativ aktuell ist. Aber die musst du erzählen. Punkt zwölf. Ja. Ist ja aktuell. Weil du kannst das tatsächlich am besten erzählen, weil ich weiß nicht warum, denn das ist und ich hatte einen ultimativen Nachkrieg, die Sache im Kino, wo ich einfach nur diese verfickten M&M's haben wollte. Alter, Leute, ne? Ey, ich war, ich war ja damals, ich bin ja Influencer so, ne, wisst ihr ja. Also, und dann war ich... Guck mal, ich stehe mir nicht mal selber ernst. So, pass auf. Also, pass auf, Leute. Und dann habe ich Tati gefragt, ich hab gesagt, guck mal, ich wurde gebucht, damals von Sony, und da kam ja Gran Turismo raus, der Film. Der echt gut war, tatsächlich. Der war echt gut. Leute, guckt den Film, der ist echt nice. So, pass auf. So, und dann, ähm, 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 genau, waren wir dann, äh, im Kino, da hab ich die Tati mitgenommen, so. Und dann, ähm, waren wir, also... Erstmal, diese intimität der Arsch, denke ich, aber... Ja, ja, da haben wir so einen Gutschein bekommen von Sony, Leute, ne? Und mit diesem Gutschein durften wir uns ein Getränk und ein Popcorn umsonst nehmen, also ein Essen auch, ne? So, dann gehen wir zu einer Frau, da ist so eine kleine Frau, die das so Kopftuch, war so eine Tückin. Ähm, die hat uns, ähm, aber, glaub ich, nicht so gut verstanden, egal. Auf jeden Fall, die war so groß, ich würd sagen... Wie groß war die? 1,60 oder so, ne? Ja, relativ fein, ja. So, und dann stehen wir da und dann sag ich, sag ich, hallo, ich kenn einmal so Pommes, äh, Poppommes, sag ich. Ich sag einfach Popcorn und einmal Cola. Die so, ja, okay, machen wir fertig, ne? Die macht's auch fertig. So, und ich muss vom Popcorn halt auch pupsen, deswegen hab ich gesagt, ne, ich kann kein Popcorn nehmen, ne? Nehm ich mal im Rims. Tati steht so links von mir, ne? Und dann ist da so, ist da so ein Tresen, ihr kennt ja, ne? Ihr kennt doch diesen Tresen immer, ne? Wo du dahinter stehst und da ist so Popcorn im Tisch drin. So, und dann, sag, sag, sagt die Tati so, zeig dir so, mein Finger. Ja, jetzt fängt's ja erst mal ab. Zeig dir mit dem Finger so voll traurig, auch so eine M&M-Packe und was auch so. Ja, ich wollte eigentlich auch Popcorn haben. Tati so, Entschuldigung, kann ich dann auch haben, anstatt Popcorn. Und die Frau, ich weiß bis heute nicht, was die verstanden hat, sagt so, und rennt auf einmal weg. Und dann sag, die steht einfach so, und ich hab so die Popcorn in der Hand und die Kohle ist so, hä? Und dann guck ich so links und dann zeig ich so immer noch mit dem Finger auf dieser Popcorn. Und dann kommt die Frau wieder und dann sag ich so, hallo, können wir die Popcorn verbinden? Ja, 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 ja. Und dann nehmen wir so Popcorn und dann sagt die so, hä? So, dann kam der zweite Versuch, ne? Ja, und dann kam jemand, kam der Chef, also der war auch, keine Ahnung, 14 Jahre alt oder so, kam der Chef. Und dann hat die Frau ihn nur so angeguckt und dann sagt der Chef einfach so und so, zu dem Influencer-Pack, was umsonst da war. So, ja, nimm mit und mach so eine Geste mit Hand nach oben, ne? Aber, Junge, mein Highlight war einfach, wie diese Frau wirklich einfach aus dem Bild gerannt ist, ne? Wie bei der Fernsehsendung, die ist einfach weggerannt. Ja, und als sie weggerannt ist, war kurz so eine stille Pause und ich sag nur, ich bin verwirrt. Das war einfach, und dann hat er sich fast bepisst, weil er das gesagt hat. Weil ich war so verwirrt, so, was hab ich getan? Ich wollte doch nur diese kleine Packung Elm und Elves haben. Aber das Geile ist, wir beide sind ja auch sehr introvertierte Menschen, auch wenn man das vielleicht nicht glauben mag, Leute, ne? Das war so peinlich, ey, ja. Pass auf, das sind ja alles so krasse Influencer, so Streamer und so, die sind alle heftig cool und so, ne? So, und wir kommen dann da rein, so, und wir wollten einfach, da war so, überlegt euch mal, Leute, was das für eine krasse Challenge für uns war. Da war einfach nur so ein Absperrband, ne? Das war ganz klein, so. Das war wirklich ganz klein. Jetzt einfach so, einfach eine Seite machen, so, weißt du, ist egal. Aber wir stehen vor diesem Absperrband und für uns war das ein Hindernis, als ob wir die Mauer beklimmen müssen, ne? Wir wollten uns einfach nur hinsetzen, weißt du, das war vor den Sitzen, vor der Reihe, wo die Influencer da saßen. Alle Influencer standen davor halt und haben die gehalten. Genau, und dann, wir standen so abseits und dann sage ich zu Tati, so, geh mal fragen, so, ob wir durchgehen dürfen durch Absperrung, ne? Und dann sagt Tati so, ja, nee, mach jetzt nicht, ne? Und dann habe ich gesagt, Dennis, frag du doch mal ganz kurz, ey. Und dann, ich wollte zu fragen, aber in mir war auf einmal so, als ob einer mit Seilen mich festhält, wie bei Red Dead Redemption, so am Pferd, weißt du, ich bin hinterhergeflogen mit introvertiert. Und dann sage ich, pass auf, das war jetzt. Nee, will die auch nicht, ne? Und dann guckt die Tati mich so einfach an, so, sagt so, wir sind so introvierte Wichser. Ja, ja. Ich glaube, ich habe im Arschlöcher gesagt, boah, was sind wir für introvertierte Arschlöcher einfach, keiner traut sich zu fragen. Und dann am Anfang, wie wir, wie der Dennis dann bei dem, da war halt so ein Bild, ne? Da hast du halt die Schauspieler gesehen auf der Leinwand und Dennis holt einfach sein fucking Handy raus. Warte, 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 das ist wichtig, das ist wichtig, die Leute, die Influencern, alle waren schon so bereit, Leute, ne? Der Film geht gleich los, alle waren so ernst, alle filmen so. Und mir war halt langweilig in dem Moment, ne? So, dann habe ich halt mein Telefon rausgenommen, hier mein Smartphone, ich habe so eine App drauf. Und dann kannst du Leuten so ein Gesicht filmen und dann haben die so einen traurigen Kopf, kennt ihr das? Und dann waren da so diese drei Charaktere, ne, von diesem Wallpaper, einmal Gronkh und die zwei Rennfahrer, die dabei waren. Und dann habe ich meine App genommen und die da so hingehalten. Wenn alle voll ernst sind, kriege ich sofort die Lachen. Ich schwöre, wir waren so die Clowns dieser Reihe, wie peinlich wir einfach waren, aber ich konnte nicht. Wir waren einfach die Ältesten. Wir waren die Ältesten, ja. Und die nehmen, ich meine, zwischen uns ist ja schon nochmal eine spannende Tat, ne? Aber egal. Und neben, ähm. Ne, nicht wirklich, wie alt bist du denn? Ich bin, du weißt doch, wie alt ich bin. Nein, ich vergesse das wirklich immer. Ich weiß nicht, wie alt du bist. Du weißt, du weißt nicht, wie alt dein großer Bruder ist. Da bin großer Bruder, ey, leck mich am Arsch. Äh, weiß ich nicht. Ich bin 34 jetzt bald. Boah, Alter, was ist das denn passiert? Ja, du bist bald 40, was willst du denn? Werde ich überhaupt gar nicht. Ja, ich bin in meiner jungen Blüte, ich sehe wunderbar aus. Bist du schon Bombenträger? Wieso Bombenträger, hä? Das verstehe ich nicht, Dennis. Das ist äußerst fragwürdig, was du gerade gesagt hast. Das erklär auch nie, ne, lieber. Nee, mach das, das war lieber. Oh Gott, ey. War denn dieser Crash-Loop? Ja, war gehört das denn nicht aus? Ich muss pinkeln, ey. Ey, geil ist, ich rede so mit der Vivi, ich sage so, mach dir auch mal Cop-Charakter, dann sagt die, damit du deine Dominanz auch in den RP ausleben kannst, ne? Ich liebe Vivi, ey. Oh Mann, Mann, Mann. Aber Chat, ihr seid doch bestimmt auch introvertiert, oder? Ne, 100%ig introvertiert, aber es ist, äh, aber es ging ja auch ein bisschen länger so, ey, du meintest so, nee, ich frag nicht. Und dann meinte ich so, Dennis, frag jetzt mal. Und dann auch, mh, frag du. Und, weiß ich nicht, manchmal, manchmal... Oh mein Gott, das Willen. Ne, wie bist du geisteskrankt, mein Herz, Alter. Was denn? Ja. Ich bin ja nebenbei noch im TeamSpeak, in so einem Channel, in der Leitung-Channel. Oh. Und dann kommt der Navy hier rein und so, Dennis, hörst du mich? Ja, was denn? Warte, ich geb mal, ich mach, ich mach, äh, Telegram, ja, sag. Was war das Problem? Nachschicht, Glaberlampe. Okay, Ehrenteam, Leute. Ne, Lucky Five einmal loben in den Chat, komm, jetzt mach rein, ja, da jetzt. Danke, Navy, ne? Chris-Kuss, ey. Chris-Kuss? Ja, geht jetzt wieder, Tati, ne? Muss ich sagen, Crash-Schlup ist behoben. So, schön, dann komm ich jetzt wieder in meine Rolle rein. Ich jetzt auch. Aber vorher, du Wichser, du Wichser, du kleiner Pisser. Deine Mom! Deine Mom, ey. So, bis dahin. Du weißt, warte, warte, ganz kurz. Weißt du, was das Schlimme ist, Tati? Hm? Du hast das mal damals den Weg geebnet und musstet mir diesen Eispickel zuerst raus. Ich bin, ja, wollte ich gerade sagen, ich hab den Weg freigemacht, ey, und dann kam nur noch Scheiße da raus. Jetzt, aber er ist weg, ja. Aber ich bin gehört. So, Moment, warte. Ähm, wir haben einen sehr eigenwilligen Humor. So, guten Tag, ihr Lieben. Da sind wir wieder. Es geht weiter. Schön, dass die Folge jetzt genau so auf YouTube auch erscheinen wird. Boah, das war echt, ich hab nur gefragt, ob ich, und ich hab das so nett gefragt, einfach so, kann ich stattdessen auch die M&Ms nehmen, ne? Und dann, ja, dann ist sie einfach komplett, also die hat mich angeguckt, als hätte ich jetzt was ganz, also die hatte richtig Angst vor mir, aber ich weiß nicht warum. Weil ich, ich strahle wirklich keine Bösartigkeit aus, würde ich jetzt mal behaupten, ne? Und, ja. Und dann hab ich nur, dann ist sie weggerannt und dann war diese kurze Stille und dann immer nur, ich bin verwirrt. Und dann hat er halt so laut losgelacht, ne, und ist immer so in die Knie gegangen, weil er halt wirklich den übelsten Lachflash hatte, ey. Weil, ja, ich wollte einfach nur, und die Packung war wirklich, das war eine Mikropackung M&Ms, ne? Wirklich eine Mikropackung. Vielleicht war das das Code-Wort. Ich hätte die auch bezahlt, wenn die nicht dabei gewesen wären, so, meine Güte, ne? Ja. Vielleicht ein heftiges M&M-Traum, mein London, ja, so mein London M&M-Laden. Boah. So, jetzt bin ich nicht mehr krank. Die 292 löst sich aus der 519519 überführt Richtung Aliso Department. Hey, Miss B, alles klar? Ja, Herr Koko, mal ist er bei Ihnen? Ja, klar, auch alles klar bei mir. Fantastico. Schön. Super. Hallo. Bisschen über die Autos davor. Ja, ich bin schon über die Autos davor. Ja, ich bin schon über die Autos davor. Ich bin schon über die Autos davor, ja. Ich bin schon über die Autos davor, ja. Ja, alles gut. Bitte? Wunderbar. Ach ja, wir haben heute Donnerstag. 4.05, Bleib, Befugungsfahrt, Davis, Biddy. Hatte, er weiß das mit der, mit der Blase? Check. Ich glaube, ne? Ich glaube. Oh. Meinen Sie, ich fahr schnell zum Mission? Mission Row? Nee. Ich glaube nicht. Nee. Moi auch nicht. Dass der dann hier rauskommt zum Toiletten links rechts und dann weint ja auch, der weint ja schnell, wenn er alleine ist. Jetzt setzen Sie sich durch, damit Sie schnell in den Feierabend können. ja so jetzt mich noch keine diskussion können sie das noch mal in genau in dieser tonlage wiederholen ja könnten sie mich zum mission wo machen sie das bitte mit was sie mir versprochen haben noch gleich denken sie war ich weiß ich weiß ich doch nichts weiterfahren weiterfahren bitte da fahr ich nicht lange okay ich fahre einmal aus der renz noch glaube ich ja ich würde dann heute an ja ich habe noch nicht geantwortet und da reden sie erst mit kowalski darüber sie sollten mal ein bisschen honig essen ja mach ich heute mal um ja würden sie eigentlich sagen sind ein intro oder extrovertierter mensch intro was hätte ich jetzt nicht gedacht gegen so als ob sie schon sehr viel erfahrung mit menschen zu hatten also locker mit umgehen können auch menschen zu dem man das heißt ja nicht das kann ich auch habe ich kein problem mit aber es heißt nicht dass ich jetzt unbedingt auf jeden menschen zu gehen muss bin gern für mich beobachte gern stehe nicht gerne im mittelpunkt oder so das was ich eher das würde ich eher für den extrovertierten sagen oder das tue ich nicht floris ich lasse sie dann jetzt hier raus wenn sie morgen da sind müssen sie mal hier ACLS anrufen wegen ihrem auto habe ich schon habe ich schon alles erklärt ja perfekt schönen Abend passen sie bitte auf sich auf danke Frau Banz ab nach vorne mit Ihnen bitte Frau Banz wir können uns über die Toppie äh geparschen und äh ja trennen und zusammen kommen Frau Kata muss echt mal ein bisschen durchatmen wenn sie redet ist mir mal aufgefallen ne ach ich finde da gibt es Leute die ein bisschen schneller reden ich tage kurz aus Check wo sind wir denn? 159 und 159 melden dich ab 10.15 im APD Ich trage den Typ da mit dem mhm? Arbeit die anderen bleibt da mit dem Fahrrad stehen die geht einfach weiter also ermitterte Drogen denn da waren sie dort machen sie dort am rennen sie damit in die ganze zeit hinterher dass meine frau ist die muss ganz dringend aus klo ganz danach dann habe ich gesagt rennen bevor jetzt drei wieder aktiv und nicht so wahrscheinlich wieder Ich habe keinen Funkspruch, ne. So, der wollte hier fast mit dem karierten Nummer teil, war das glaube ich. Ja, guck mal die Eltern, die stehen hier auf dem Parkplatz, also auf dem Platz, wo sie nicht parken dürfen. Echt, Sir? Ist das so? Erklären Sie mir, wie kommen Sie darauf, Sir? Weil es die durchgestricheneste Dinge ist, man so weiß und durchgestrichen darf man nicht stehen, man nicht parken. Hab aufgepasst in der Fahrschule. Echt, haben Sie einen Führerschein? Ich fahr auch kein Auto, also ich brauch ja keinen Führerschein. Aber Sie haben doch in der Fahrschule aufgepasst, warum waren Sie denn dort? Haben Sie da gearbeitet? Ja, ja, ich hab gehört, man, ich war der Hausmeister. Echt? Jajaja, man, ich hab bisschen Müll zusammengekehrt und so ein Schild. Wir suchen auch nach Hausmeister bei uns, hätten Sie Lust? Krieg ich auch einen Zugang zum Asservatenkammer? Krieg ich doch. Hm, ah je, brauchen wir so einen Lebenslauf, man? Ja. Crazy, crazy, ah, wie viel gibt man noch so pro Stunde, so 300 Dollar? Herr Hausmeister? Für 210. Ah, crazy, man, ich die möchte. Ja. Ja, bewerben Sie sich. Jaja, man, ich bewerbe mich so, Free Gun und so. Zeigen Sie doch mal einen Ausweis, dann kann ich mir doch mal Ihren Namen merken. Alles gut, man, ich muss langsam los, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Namen. Äh, jetzt warte doch mal. Warum willst du denn jetzt weg? Ich wollte ein bisschen frische Luft schnappen, war ein bisschen kalt da drüben. Ja, wie sind wir an der frischen Luft? Äh, ich würde gern gehen, Mann. Echt, dann zeigen Sie doch nur einen Ausweis, Sir. Ist die polizeichliche Maßnahme, oder? Der Witz ist, bis jetzt war es keiner, sie haben uns einen Grund gegeben, Sir. Ja. Ehh. Hm? Hm? 406. Zwei Lameser-Tanksteller. Ich sehe mir so die Stadt an. Okay. Schön. Ja, ja. Mir gefällt die Stadt. Sehr schön. Hm. Chamberlain, ihr Ort? Auch schön da unten. Echt? Ja, ja. Sie spritzen sich den ganzen Tag. Ähm. Ich habe keine Ahnung von Drogen und so, man. Deswegen keine Ahnung. Nun. Was denn, Frau Barnes? Nach ihm wird gefahndet. Ha? Können Sie sich vorstellen, warum? Ich habe mich heute beim Department auf irgendwas gemeldet. Die heißt nicht, diese Staatsanwaltschaft da. Ja. Wir haben ein Intimino ausgemacht für morgen 19.30 Uhr. Ihr da schon hin, Mann. Keine Angst. Ich schaue mal ganz kurz, ja. Ja. Check. 4.06.20 am Apedion. Röst sie auf. Check. Tatsächlich jetzt nicht so vermerkt. Willkommen. Also vor, ich habe heute angerufen. Ich gucke mal nach, um wie viel Uhr das war. Ja. Aber wen war das denn? 511. So ein Typ, Mann. Der so einen holländischen Namen gab. Ja. Holländischen Namen? Nein, Mann. So holländisch, Mann. Holländischen Namen? Jaja. So komischer Nachname. Äh. Wie heißt der Freis? Oder so ein Shit, Mann. Meine Frage ist jetzt, Frau Barnes. Was steht denn in der Anmerkung, warum der Mann gesucht wird? Äh. So zwei Strafverhandlungen. Ich könnte nochmal nachschauen. Äh. Nicht geschehen. Und ähm. Bei Ergreifung. Ja mitnehmen. Ja mitnehmen. Dann muss ich sie leider mitnehmen, Sir. Stellen Sie sich doch bitte einmal da vorne ans Auto. Ich würde sie mal durchsuchen. Und die Hände nach oben. Ei, ei. Äh. Das Auto können Sie wieder abschließen, ne? Ist abgeschlossen. Okay. Gut. Dann werde ich sie jetzt durchsuchen. Ja, alles gut. Haben Sie mal Spitzes dabei, warum ich mich verletzen kann? Nicht, dass ich... Ne, 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 ne. Ah shit, Mann. The Taser. Schlechte Erfahrung. Echt? Warum haben Sie schlecht erfahren damit, Sir? Tummen, ins Bein, im Rücken, in den Nacken. Oh Gott. Das Willen. Ja, Mann. Ihre Beine kann nicht zielen. Ich kann zielen. Ey, ich sehe mein Reifen zerschossen, Mann. Tummen, 7S für Leitstelle. Ach, Sie sind das? Die? Ah, der hat auch mal meinen Komet mal geklaut. Fünfer, 10S, Überflugungsfahrt nach Sandy, Department, die 418 ist in Lamesa PD. So, können die Hände wieder runternehmen? Ah ja, muss es sein, Mann. Ja, Leute, schau so mit und dann das. Yo. Über Chopper zu reden, Mann. Taser-Lot stehen. 24, ne, der hat sich ab. Boah, uns legen Sie dem Herrn mal Handschellen an. Mhm. Ich hab Chopper das Leben gerettet, einmal. Was? Je, Bro, aber der ist jetzt da zu. Wieso? Das ist ziemlich scheiße. Das ist wirklich schön, Mann. Also, Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen kann und wird gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Können sich kein Neißen. Wird in einer gestellt. Ist kein Anwalt erreichbar. Müssen sich selbst verteidigen. Haben Sie Ihre Rechte verstanden? Ja, alles gut, Mann. Gut. Was für Haftanheiten hat der Herr denn auf? Oder für Strafmaß? Äh, da müsste ich jetzt nochmal ganz kurz schauen. Ich würde mich jetzt... Ja, machen Sie. Kein Scheiß. Mein Gedächtnis ist heute so scheiße. Mein Gedächtnis ist so scheiße heute. Und das ist was, wo ich immer Probleme habe. Uh, jetzt nochmal. So, Überführung zum DOJ. PD51, da hat er tatsächlich die Wahrheit gesagt. Äh, wo kann man das denn sehen? 410S 1020 stellt Peropidi und löst sich auf. 360 meldet sich ab. Check. Ähm, du-du-du-du-du. Einer Zeugen in zwei Straßwellen vorzuladen. Freiheitsberaubung? Da kann man das doch bestimmt sehen, oder? Da kann man das doch irgendwo da oben. Gott. Ich hasse das, dass ich sowas nicht weiß. 410S 1020, MAPD. Okay, warte. Warte. Check. Vorsicht, ich kann das jetzt nicht fragen da vorne. Kramsstrafe. Steht hier? Das ist doof. Das steht hier nicht. Okay, ich glaube, ich bin doof, oder? Die Leitstelle für die 519 kommen. Herzlichen Glückwunsch. Äh, es werden diverse Personen beim Winko gemeldet, die sich auffällig verhalten. Jetzt wird peinlich werden. Die sind wohl auch einer Person gefolgt. Äh, die sind jetzt auch ein Teil davon gegenüber vom Bonus-Bitstop vielleicht einmal an der Streifaufbau vorbeischicken. Ja, Leitstelle mit. Können wir uns nicht drum kommen. Weck von beiden Freiländern. Ayo, Ma'am, können Sie mal kurz vorbeikommen? Sekunde, lass mich kurz telefonieren. Miss Barnes, hallo? Ja, hallo. So, äh, ich hoffe, ich hoffe, ich habe die richtige, äh, 51. Es geht um einen Herrn, äh, Hernandez, äh, Diego Luis Hernandez. Äh, nach dem Gefahrnetwerk. Ja, ja, ja. Okay, äh, welche 51 suchen Sie denn? Äh, hier steht nur tatsächlich, ähm, die PD 51. Boah, es gibt nämlich zwei, es gibt die 1, 51 und es gibt die 5, 51. Oh, scheiße. Danke. Aber der Name, der Name sagt mir jetzt nichts, deswegen gehe ich mal davon aus, dass ich nicht der richtige bin. Die 1, 51, okay, dann weiß ich Bescheid. Dankeschön. Und? Alles klar, sehr gerne. Tschüss. Ey, ich konnte der, der hatte jetzt tatsächlich nicht übernehmen, deswegen rufe ich den zuständigen Office an. Die Einsätze im Norden und im Mayhem sind damit offiziell beendet, ähm, dennoch am Abend, äh, der 1, 2, 3, März greifen im Norden umfahren lassen, weiter Aktivitäten kosten. Überführung zum DJ auf jeden Fall. Könntest du dich noch an die PD-Nummer erinnern, äh, mit der sie geredet haben? Ja, wir haben mit einem Staatsanwalt telefoniert, ne? Ich hab mit einem Staatsanwaltschaft telefoniert, ein Case de Freys oder so, Mann. 412 hört sich kommen. Ja, einmal bei der Staatsanwaltschaft. Genau. 511. 611. 611. 412, so mit. 412, aktiv, in Richtung Binko. Ich hab die Nummer leider nicht eingespeist. Hab ich wohl. Ja, ich hab die Nummer leider noch nie eingespeist. Ich hab die Nummer leider noch nie eingespeist. 519, was ist beim Binko los? Komm. Die Fünfquenz waren Hakt kurz ein, äh, es wurden mehr aus gute Personen gemeldet. Ja, hallo, die, äh, PD ist 419 hier. Äh, ich hab eine Frage, wir haben hier ein, ähm, ähm, ein Herr-Herr-Herr-Herr-Herr-Nandes. Moment, ein Diego Luis Hernandez. War der heute bei Ihnen? Hat er da vorgesprochen? Moment, Moment. Morgen hat er einen Termin, ja. Okay, weil der steht jetzt aktuell noch zur Fahndung in der Akte und wir haben ihn gerade bei uns. Hat sich das erledigt oder wird es noch gefahren? Anscheinend hat sich noch nicht erledigt. Aber der Kollege, es ist halt auch gerade keiner bei uns im Haus. Ja. Weil doch der Ihnen vernehmen kann. Gut, okay, dann gebe ich das so weiter. Klick. Okay, ja? Ja, gut, bitte. Tschüss. Also wir haben keine kleinen Gangster bei uns, die haben keine Kriminellen bei uns vom Block, so. Keine Ahnung. Ja, also stimmt, er hat vorgesprochen dort. Es ist aber gerade keiner im Haus, der das abkommt. Ich weiß nicht mehr, 10, 20, sende die Department, löst sich auf. Aber er hat einen Termin, ja? Morgen, 19.30 Uhr. Die 5-1-2-2. Aktuell befinden sich drei Personen vor dem Winkurs. Ach, nur die Handschellen fester, warum freust du dich? Ist das jetzt richtig so? Aber mal ein bisschen fester, die Handschellen, ne? Ja, ist schon mal fest genug, man. Wenn du morgen gar nicht erscheinst, ich weiß ja, wo du wohnst, komm vorbei. Machen wir da ein bisschen Kaffeekränzchen. Ich habe ja, was für ein Kuchen kannst du mir denn empfehlen? Check. Die haben ja so gute Donuts und Croissants, aber Kuchen, keine Ahnung. Sehen wir dann. Wir spielen jetzt ein Spiel, okay? Was ist der? 10 bis 10. Wenn du innerhalb von 10 Sekunden nicht weg bist, kommst du in die Zelle. Weshalb? Ja, du bist eigentlich auf der Planungsliste. Ich bin jetzt gerade nur nicht. 10. 9. 3. 5. Hey, hola, mir kannst du mich fahren machen. Ich habe ein Piste. Komm. Weg. Was ist denn jetzt da? 5, 1, 9, 10, 20, Berlin. Entschuldigung, parken Sie. Check. Geht. Du hier, komm mal her, komm mal her, du mit dem weißen Oberteil. Warum ich, Mann? Fahr mit dem Gesicht zum Auto. Was doch. Fahr mit dem Gesicht zum Auto, Mann. Gesicht zum Auto, los. Oh, yo, chill, 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 Mann. Leg die Hände auf. Chill, Mann. Ja, chill, Mann. Ja, chill, Mann. Ja, chill, Mann. Chill, Mann, chill doch. Ja, was ist mit dir, Mann? Ist das dein Parkplatz? Ja, du stehst auf dem Parkplatz, Mann. Sagt Entschuldigung, Officer. Ja. Sagt Entschuldigung, Officer. Oder ich nehme dich mit. Sagt Entschuldigung, Officer. Kann ich meine Hände runternehmen, Mann? Nein, du sagst erst Entschuldigung, Officer. Und du suchst dich, du suchst dein Auto, fahr mit dir nach Hause. Du suchst deine Wohnung und dann kommst du in die Zelle. Weil ich werde irgendwas finden. Sagt Entschuldigung, Officer. Und ich lasse dich einfach gehen. Entschuldigung, Officer. Mein Gott. Und jetzt auch piss dich. Mann. Was geht denn hier? Hab ich gesagt, du sollst herkommen? Hab ich gesagt, du sollst herkommen? Hab ich gesagt, du sollst herkommen? Ich esse nur meine Pizza, Mann. Lass dich doch ihre Pizza essen, Mann. Ja, ich will dich auch sehen, Mann. Jo, andere Sache, Mann. Wir hatten noch ein Boxfight auf ihn. Wie viel Meter jetzt? Alright, aber dann kein Boxkampf, Mann. Ey, sei nett zu mir und ich bin nett zu dir. Wenn ich aber da im Weg stehe und du sagst zu mir, verpiss dich. Ja, alright, alright, alright. Wie heißt du? Sag mir, zeig mir dann aus was. Ja. Nächstes Mal, wenn wir uns sehen, bist du vorbei zu mir. Nein, Mann. Ich will erst mal so machen. Nee, geh mal weg. Ich weiß nicht, was du alles... Warte mal, du warst doch hier... Hey, ich will nur ein Handshake, Mann. Warte mal, du... Nee, 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 nee. Du warst doch hier... Du warst doch der Penner, den ich hier im Genki getroffen habe, oder nicht? Ja, aber ich bin kein Penner, Mann. Kann sich ein Penner nur für 2800 Dollar leisten? Ja, wer weiß, wo du geklaut hast? Oh mein Gott, die kann ich mir nicht leisten. Boah! Ja! Wo hast du die geklaut? Zeig mal, geh mal her. Ich will mir die einmal angucken. Gib mir mal die Uhr. Ich will mir die angucken, ob die Uhr ist. Nein, ich will wissen, ob die Uhr ein echtes Modell ist. Wenn die Uhr ist, gebe ich dir 100 Dollar drauf. Nur, dass du mir vertraust. Wenn du mir die Uhr gibst, gebe ich dir 100 Dollar drauf. Nur, damit du mir vertraust. Nein! Ich vertraue dir nicht, Mann. Das ist meine Uhr. Ich hab die heute gekauft, Mann. Ich gebe dir 100 Dollar, wenn du mir... Ich wollte ihn wirklich eine Uhr klauen, oh what? Ich gebe dir 100 Dollar, wenn du mir vertraust. Scheiße auf die 100 Dollar, Mann. Das ist die letzte Herausforderung, Gank. Abstand da ist. Ich hatte ein bisschen mehr als du, Freunde. Ey, hättest du mir die Uhr gegeben, ich hätte sie mir kurz und ich hätte sie dir zurückgegeben und ich hätte sie dir zurückgegeben und 100 Dollar nicht gegeben. Denkst du, ich begehe als Kopp-Diebstahl? 1 Dollar nicht, du wolltest dich mit mir beim Ganky prügeln, Mann. Naja. Hau ab jetzt, komm. Gehst du noch ein High Five? Ne. Gehst du mal, wenn du dich benimmst, dann hast du ein High Five. Oh? Einen hast du frei dann, okay? Alright. Okay. Bin ich dann von dieser polizeilichen Maßnahme so entlassen? Jetzt bist du entlassen von der polizeilichen Maßnahme. Jetzt muss ich ja nicht mehr meinen Ausweis geben, Mann. Ah. Damn, crazy einfach, Mann. 412, 10, 20, MRPD. Ich sag's nicht gerne, aber ich muss mal ganz rein pinkeln. Ja, fangen wir zumischen los. Ja. Jacks? Ach, sieh, jetzt. Ah, fuck. Oh, shit. Ah, fuck. Das war dann für den Mittelfinger, Arschloch. Verpest dich. Ja, ich wollte eh ein bisschen Luft tanken heute. Mann, ey. Ich bin die ganze Zeit nett zu ihm, und er zeigt dir mir einfach den Mittelfinger. Warum? Für die Dame hat die Mittelfinger gezeigt. Ja, er hat den Mittelfinger gezeigt. Ah, das richtig. Ich hab's nur bei der Dame gesehen. Meine Güte. Die hat doppelt den Mittelfinger gezeigt. 4 0 5 mit einer 10 26. So. Hier ist ein Pickel, Frau Barnes. Begehrung, ZX, ein Insache. Oh Gott, ich muss so dringend. Jack. Ja, die PD19 am Startpark geht einher mit einem Tattoo auf der Stirn. Ein weißes Oberteil mit einer Dame. Hallo. Die haben gerade auf den Pia ins Graf einen Polizeiwagen eingeschlagen, während der dort abgestellt war. Können sie eine Einheit vorbeischicken, die einmal die beiden Personen die Personalin überprüft und guckt, ob das in Ordnung ist. Können wir mal aktiv melden können und so. Der ist immer alles so schnell und komisch und anders. Check. Hier 3 0 S verletzt mit. Ich weiß nicht, was richtig ist. Ich mach's einfach. Können Sie sich das auch am Startpark annehmen? Komm. Ja, Jack, komm. Leitschlüssel somit, Leitschlüssel Ende. Boah, wie eine schwer verletzt ist durch Glas, ne? Ich geh kurz pinkeln. Ich geh kurz pinkeln. Oh mein Gott, ich hätte gerade gehen sollen. Oh. Ach, ich wollte hier unbedingt eine Toccolade. Moment. Ich kann mich nochmal anh colour nicht. Und wo soll ich an, wirieni mal nach�네? Alles stimmt nicht. Joach gar nicht gerne noch. Also, kein demoner. Oh Gott. Move an. Ich nicht sch cut. Ich würde mich noch nicht sagen, wir gehen. Dann w Lamb. Fortline kommen. Leitfelle hört kommen. Das MD hat gerade angerufen. Es gibt eine Person mit Schussverletzungen in der MD. Checkt die Leitfelle somit kommen. In Fortline-Länder. 405, Leitfelle kommen. Hört sie, kommen sie. Nach ihrer 1026 das MD anfahren wegen der Schussverletzung. Leitfelle kommen. Checkt 405, Leitfelle mitkommen. Leitfelle, Ende. Nicht wieder. 402, Überführungspart, Grapezieder, so. Ich hab das Ganze schon wieder nicht gefolgt. Checkt. Ich pack es gleich einfach vorne da ein. Wir wollen jetzt die Stadt weg. Ach, schon wieder. Check. 415 aktiv. Check. 415 aktiv. Check. 515 aktiv. 515 aktiv. So geht man mit solchen Idioten um vor Bahns. Gut, könnte ich mir jetzt nicht erlauben, aber ja, verstehe ich natürlich. Also, ich kann es nicht tun. Wir müssen tanken. 4.05 hat die 10.26 beendet und ist aktiv Richtung MD. Stadtpark heute wird nicht recht belebt. Check. Ja, ja. 4.13.20, Strawberry-Tankstätte. Check. 4.05.10.20, MD. Ich bin beobachtet. Check. Ich bin enderstens freundlich geworden. Aus einer Freundin? Ja. Da wird der Gerichtsprozess, der wurde ja verschoben, sie hat allerdings noch keinen neuen Termin, habe ich vor ein paar Tagen gefragt. Er müsste jetzt aber eigentlich auch schon wieder laut Ehren der Stadt sein. Und ja, er möchte unbedingt beim Prozess dabei sein. Wenn ich den, ich werde auf jeden Fall auch vor Ort sein beim Prozess. So. Wird auf Dezember verschoben. Also nächsten Monat. Wir haben es drei wieder aktiv. Check. Schauen Sie mal, ob wir für die Turfs eine 10.10 haben. 412.20, Flamesa-Tankstelle. Check. Leitstelle für die 413 kommen. Leitstelle gehört kommen. Die 413 benötigt eine 10.10, um die Turfs anzufahren im Jüden. Check. Wird organisiert kommen. Okay. Ende. Check. Ende. Also sie machen das heute, muss ich ehrlich sagen. Dann wird der Dreh raus heute. Wir haben jetzt zwei Sachen. Wir haben mit diesen kleinen Sachen funktioniert mittlerweile besser. Ein paar andere Schwächen. Check. Ich werde organisiert kommen. Aber das klappt ganz klar. Welchen sehen Sie? Ja, die 05. Welchen sehen Sie denn noch? Oskentnis. Ich weiß in manchen Situationen nicht, was man genau machen soll, deswegen hatte ich Beispiele. Lisa hat am Start verkommen. Personenkontrolle. Personen hat Drogen dabei. Elektronik werden beide Streifen benötig kommen. Ich beobachte es einfach so, wie die Kollegen das machen. Deswegen, da haben wir ein paar Streifen hier in der letzten Zeit echt geholfen. zur verfügung kommen er hat mir noch mal ein paar auffrischungsfahrten gemacht und die machen wir dann auch noch mal können sie drei unterstützung kommen ja damit kommt und mir wurde gesagt ich soll nicht nachdenken richtig 412 1020 lamesa pd 412 löst sich auf leider machen das immer viele kollegen die zerdenken alles wissen sie und dann haben sie das problem dass sie anfangen fehler zu machen weil sie wollen so viel denken dass sie gar nicht mehr handeln 413 20 östlich forum drive find out about your elf on the mountain steht hier rechts von mir die position darf 413 anfahren und diese bei der turfkontrolle unterstützung kommen ich hätte gerne für die neuen uniformen einheitliche barretts aber das naja es gibt ja es gab ja bei schwarze und die könnte man einfach aufkaufen und dementsprechend umändern ja oder man bestellt eine neue samstag wird super vormans ich bin ja morgen im dienst und samstag morgen ist vorbereitung und samstag ist ja der umzug da kommt ja die 1 3 kommen ist der fix rix wie geht es ihnen und dann werde ich mich kümmern wer waren das aussage hat er aufgenommen ja warum labert die die ganze zeit kann man ja können finde ich gut das kann man ja gleich auf venture lesen sagen sie wissen sie was man nicht auch wissen kann ja wie das nicht wie bald die polizei aussieht denn das sieht man dabei wiesel ja entschuldigung da jetzt geht alles gut ich rufe an sie hatten mich mal gefragt bezüglich dem 27 12 genau überraschung spotty für den korea ja ich möchte zusammen ich kann also okay oh gott wer waren sie jetzt noch mal mr barnes ist kein problem ja ich meine kollegin wir sind schon ein paar mal gefahren aber es ist okay das verkrafte ich schon was zu meinen haben wir vergessen wir alles was jetzt gerade in den listen sinken passiert okay weiß ich bescheid freue ich mich danke danke schönen dienst tschüss ach so tschüss was war das herr bahn 413 wieder aktiv super hallo waren sie mal auf die tankstelle ich fahre mal rum da ist mit einer person die gleich ich glaube da war eine person maskiert da war doch schon bestattet nur einer oder wo ist denn der andere gerade auf jeden fall hier lang gegangen 100 prozentig sehr lang gegangen ich habe die person ich habe die person so schnell kann er nicht ja erinnert sich ja kurz auf der suche nach einer person die hier gerade noch war wie viele personen sehen sie kollege kriemann vorsicht eine person wenn wir die kontrollieren kommen ja da war eine zweite die ist weg gerannt pro street haben die aktivität also wir jetzt absolut gar nicht hinfahren ja ich mich gut 402 meldet etwa sechs personen mit kutte haben sind jetzt mit motorrädern beim yellowjack in vorgefahren ja check dann aufsetzen prima wir holen uns die anderen drei kandidaten let's go 405 wieder aktiv fahren es einmal yellowjack in ja 404 27 kommt ja würden uns gegenüber an der nord-ostseite das yellowjack in positionieren und die person weiterhin beobachten hat diese wieder sich entfernen kommt ja check machen sie das aber was sind wenn es geben auch völlig damit wir uns an überraschend moment her weiß ich weiß nicht genau das kann sein dass sie jetzt heute mal jemanden verprügeln dürfen aber ich schon mal jemanden verprügelt mit dem knüppel mit dem knüppel noch nicht nein du hast du essen vor bahnz äh ne ich brauche unbedingt was zu trinken oder ist jetzt also was zu essen habe ich für sie äh ich steck sie in meine Hüse äh warte egal er ist noch eingepackt was ist das okonomiyaki das ist japanisch okonomiyaki okonomiyaki das ist so ein herzhafter äh fanko mit kohl mit kohl vor bahnz können den polizisten der lange im streiten wagen sie es kohl geben also ich helfe oder was ich musste davon jetzt noch nicht irgendwie pupschen oder so die sind sehr gut gemacht sind vom genki kennen sie noch äh äh helmut von damals ja den vermisse ich manchmal tatsächlich den gibt er noch keine ahnung ich habe zudem gesagt treten sie vor das fahrzeug dann ist der vor das auto gelaufen dagegen getreten ist das so also uns fehlt noch Gogo Ayaka ich hoffe Gogo ist jetzt richtig äh Ava Reese Lorcan Clybourne und Dennis Coachman falls davon schon einer festgenommen wurde weiß ich das einfach nicht hab jetzt nur das im Funk halt mit gehört ok und der Dennis Coachman müsste auch direkt zum Prisoner Waffle kommen aber die 4133 gibt es am Jena Check in Hachner wer weitere Einheiten dort vor Ort wegen der Festnahme kommt ja ich geh an der West über Öuh höh Steffel Check äh sie sind um in den beiden von mir ich warte ganz kurz auf die den ok äh Motorräder sind mir entgegengekommen, sind gerade weggefahren, komm. Ja, scheint so. Ja, die sind jetzt der Flüssungsfahrer in Richtung Süden. Äh, Kollege Barnes? Ja, so positiv sind gerade eben wieder angefahren. Personen sind weg, müssten die Personen auf dem Motorrad sein. Warum fucken Sie denn nicht, wenn Sie wegfahren? Da wir dementsprechend nicht mehr vor Ort waren zu dem Zeitpunkt, sondern dran vorbeigefahren sind, komm. Eine Märchenkuppe? Äh, okay. Ah, da sind die Kacklors. John-Andreas, State Police, alle mal absteigen und rechts auf den Boden. Rechts auf den Boden, habe ich gesagt. Los! In den Knien, zack, zack, ihr wisst doch, wie es läuft. Ich muss mal auflegen, die Kops halten uns. Ich sollt euch hinknien. Oh, ich bin doch schon dabei, Mann, Alter. Ich bin auch hin. Check, 4-0-2, bedankt ihr bekommen. 4-0-2, hört. Als 10-10-Baller 10-26 ankommt. So, wenn jemand von euch schmetzelt macht, ihr wisst ja, wie es läuft. Der Kollege in meiner Hand ist Bruno und der schießt zweimal. Ich will nur eure Nachnamen, keine Ausweise. Ich prüfe das, ob ihr die Wahrheit sagt, an zwei Kandidaten von euch. Fangen wir mal hier an. Ada, ist das Ada Jenkins? Ja, immer noch, Mann. Okay. Die Dame hier vor mir. Moriarty. Gut. Ihr drei? Henderson. Wie war's? Wie war's? Okay. Gut. Alles klar. Design, die Wahrheit. Was habt ihr beim Yellowjack-in gemacht? Wir wollten nur ein Bier trinken. Nee, ich hab dort mein Bike, das du übrigens angefahren hast, abschleppen lassen. Ja, mein Beileid. Welches Bike von Ihnen habe ich angefahren, bitte? Das war eine blaue Hexer. Die, die über die andere Straßenseite geflogen ist. Ja. Okay. Ja, Sie haben damit natürlich nichts zu tun. Sie werden, also Sie können mir Bescheid sagen, ich erstatte Ihnen das natürlich, die Reparaturkosten, ja? Ja, okay. So, aber was will ich jetzt nicht erstatte, dass Sie jetzt mal alle aufstehen? Schluss. Zack, zack. Umdrehen. Und die Kollegen einmal abtasten, bitte. Nur abtasten, nicht durchsuchen. So. Hat irgendjemand eine Waffe dabei? Messer, Schusswaffe? Jo, was haben wir denn jetzt gemacht, jetzt mal ganz ehrlich? Ich hab einfach nur ein Problem mit meinem Gashebel gehabt, ich wollte kurz neben dran stehen. Ey, es geht nicht um euch. Ich will nur wissen, ob ihr nicht irgendwie wieder einen Scheiß gemacht, ne? Oder ein Basey hier. Ja, eine Taschenlampe noch, aber... Ja, Frau Cenk, jetzt kommen Sie, trennen Sie sich mal zu mir. Ja, genau. Ich hab in der Tasche Inwestern, eine Tattoo-Maschine. Ja, Motorrad schon mal, ja? Jo, ich kann doch nicht mit so viel Kohle jetzt hier rumfahren. Ja, steck's dir in die Tasche, ist mir egal, dann fliegt's raus. Dann sammelt der andere es ja wieder auf. Ich hab der Dame 630 Dollar gegeben, weil ich ihr Motorrad kaputt gefahren hab. Ich hab dafür auch schon eine Strafe kassiert, ja? So, nur damit, Herr Creamer, Sie haben's gesehen. Ich hab der Dame 600... Da, äh, Miss Jenkins, bezeugen Sie das, dass ich Ihnen 630 Dollar gegeben hab? Also, Sie haben ja nicht gesehen, wie viel es war, aber ich hab Ihnen Geld gegeben fürs Motorrad. Ich wollt grad sagen, ich müsste mal nachzählen. Ja, zählen Sie nach, an Sie wollen. Gut, alles klar. Ne, tut mir leid, ich wusste nicht, dass es dir ist. Also, bis dahin, ja? Ihr könnt fahren. Oh, vielen Dank, Sir. Grüßen Sie Mr. Borges, den alten Pisser. Der 630 ist beendet. An Mitgliedern der Outlaws. Alle drei Streifen sind aktiv. An. Ich kann endlich rumprügeln. Also, wir können immer noch nach Palito fahren und da mal nachschauen. Ja, machen wir jetzt auch. Das nehmen wir gleich. An die Kollegen hinter mir, das ist eine gute Arbeit, die schnell sich auch absichert haben. Haben Sie sehr gut gemacht. So, ich hab's Ihnen markiert. Meinst du? Ungewohnt, dass, äh, so viel im MRP die gerade los ist. Was da so viel los ist? Mhm. Warum? Also, mir wurde jetzt gesagt, das ist so derzeit das Hauptgebäude. 413, verleitetelekommen. Ja, aber es ändert sich ja Samstag. Und was wird es denn am Samstag? Äh, das VPD. Ach so, ah, okay. 413, verleitetelekommen. 413, komm. Setzen Sie die Tür auf Kontrolle, somit fortkommen? Äh, so negativ. 413 ist Richtung, äh, verleitete Bayerung zu überprüfen, ob wir weitergeleitet werden. Hat sie 413 gesagt? Ich hab was ganz anderes gehört. Deck, part, seite besonder, leitete Ende. Ich, ich bin so müde. Entschuldigung. Ja, Frau Börs, ich muss mich mal kurz hier halten. Ich mach weiter. Ja. 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 Ich liebe euch. Ich hab da nur so eine Idee gerade gehabt. Aber schön, dass da wieder alles aufgebaut wurde. Achso, sie haben ja das ja alles mitbekommen, ne? Ja, wir standen ja beide direkt ganz vorne, als die mit dem Laster da unten reingefahren sind. Kommt er dann auch da. Können wir kurz zu Brunos Pizze da kurz halten, um mir was zu trinken und zu essen? Ja. Ja, ja. Für uns beide. Trotz Essen holen. Wir sind heute so alles im Dames. Ja, machen Sie denn mal ne Freundeswoche mit, Frau Bahns? Na, ich glaub da wäre ich nur ein bisschen, das wäre ein Hindernis. Nee, eben nicht. Wir sind alle da ein Hindernis, weil wir nur noch Quatsch machen. Aber das ist so lustig, da passieren die verrücktesten Sachen. Ja, dann sagen Sie mal Bescheid. Ja. Weißt du, mit der Hild, den hab ich schon ewig nicht mehr gesehen und ewig nicht mehr im Funk gehört. Der ist aktuell vormittags oft da. Ach so. Ah, okay. Das ist ja auch ein bisschen traurig, weil die Frau Barbara hat ihm einen Korb ja gegeben, glaub ich, oder so, ne? Ja, ich glaub Barbara ist gerade anderweitig glücklich. Wem? Sie war noch dabei am Mielo-Chen. Ist das jetzt, ist das Kowalski jetzt ihr Freund oder was? Nee, das nicht. Sondern? Also, ich krieg aus ihr nichts raus. Ah ja, oder was ist das? Ja, nein. Sie ist doch keine Hure. Nee, der Kowalski ist die Hure. Oh mein Gott. Ich würd jetzt sagen, wenn ich jetzt das hier, wenn ich jetzt so einen Inhalt machen würde auf so ne, auf Venture, ne? Hier so ein Video über unsere Polizei war, ne? Ja. Ist das Kütter jetzt das hier? Wird da jetzt stehen? Dieses Video wär jetzt gelb. Ja. 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 430S 1020, Sandyshop, Fidi, Zwangsstelle. 6 5 6 7 7 8 10 11 12 15 15 15 15 16 16 17 18 18 19 22 22 22 23 24 25 25 25 25 22 75 26 25 25 25 Ja, haben Sie mitgebracht? Sie sind ja organisiert, Leuchte oder Ende? 413 wieder aktiv? Hier vorne links, ja? Genau, das ist Hauservat. Wenn wir da vielleicht einmal vorbeifahren und einmal reinschauen. Genau. Unser E-Motor ist halt nicht auf, das wollen wir jetzt sehen. Weitere Informationen der Leihstelle. Es sind noch 80 Dollar bei dem Fahrzeug. Offen. Soweit, bis die noch abgehandelt werden. Oder der Fix? Der hat ja coole Haare da vorne. Okay, sind Mitarbeiter rumgerannt. Oh, was haben wir denn hier links? Da sind kurz ein Träger. Wo? Hier geradeaus? Oder sehe ich das falsch? Ich glaube, Outlaws bin mir nicht sicher. Ja, ich bin mir gerade auch nicht sicher. Ems? Hey! Bleiben Sie stehen? Hallo? Wir reden mit Ihnen. Na ja, was gibt's denn? Ja, ganz entspannt. Ja, ganz entspannt. Bleiben Sie mal stehen einfach, ja? Einfach stehen bleiben. Ich bin nur zwei. Cool. Was ist das teuerste Motorrad, was Sie haben? Fängt drauf an, wofür Sie sich interessieren. Ob es ein Sportback sein soll oder eine Chopper. Eine Chopper, die teuerste Chopper. Eine Sanktus. Sind so bei 66.000 noch was. Boah, was ist daran so besonders? Warum kostet die so viel? Die hat zum Endeffekt eine umgebaute, na wie heißt sie noch mal eine umgebaute Avarus? Ja. Ein Showbike mit einem riesengroßen Schädel drauf. Hat das so Tonkopf drauf, ne? Richtig, genau. Und so ein Skelettgerüst allgemein. Tausend, ja. Ja gut, ja. Sie ist absolut auch da drauf. Ja, ja, ja. Gute Verkäuferin. Ne, passen Sie auf. Ich wollte mir sowieso ein Motorrad kaufen, dann würde ich die Tage nochmal hierher kommen und mir das mal angucken, ja? Heute ist es ein bisschen schwierig, wegen dem Arbeiten und so. Und weil wir jemanden suchen. Ja, so im Dienst, ne, macht man sowas ja auch nicht. Da haben Sie absolut recht. Okay, dann wünschen wir Ihnen aber noch einen schönen Abend, ja? Ja, schönen Abend. Das ist gut. Frau Winchester aus der Dienst hat in der Nähe vom Flughafen Richtung Vavarhof eine größere Gruppe an Biker gesehen. Mit Einheiten am Vavarhof höchste Vorsicht. Vavarhof? Ja, kurze Nachfrage. Es könnten die Outlaws sein, weil wir gerade auch eine große Gruppe. Wird ein Fahrzeug der Outlaws oder Ähnliches zum Vavarhof gebracht oder dort positioniert kommt? Ja, die Outlaws haben Connections nach West Putschi. Ja, die Outlaws haben Connections nach West Putschi. Check, fühle ich gleich den Namen, gibt es euch nochmal mehr Informationen? Ja, check. Frau Warns, ich geh mal kurz hier rum und fangen, weil das in Ordnung ist. 14, 20, Martin, hier in Style. Check. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Die LT, der 10, für Vavarhof, Airport, kommt. Gut, ne? Ja. Ja. Ja, die Klinik ist jetzt für Vavarhof, kommt. Ja, check. Noch eine weitere Information an der Leitstelle. Die Person, die das Fahrzeug auslöst hat, Connections zu den Aztekern. Das ist die Information. Weitere Ende. Ja, auf jeden Fall ist ein zweites Fahrzeug. Sie gibt sich zum Vavarhof. Ja, ich sag's, wie sie ist. Dass er gleich getroffen wird. Ja, ja. So eine Masche, ne? Vavarhof ist immer oft... Weil bei uns stehen auf Vavarhof, die Fahrzeuge beispielsweise in härteren Straftaten involviert sind. Mhm. Und die wollen sie rausholen? Ja, ja, genau. Das sind ja richtige... Also, wir müssen sich das so vorstellen. Wir haben ja Davis als Parkplatz, ja? Mhm. Da kommen so Autos hin, die so temporär stehen. Auf Telefon. Und Flughafen ist immer die größere Sache. Goskela. 4-1-3 wieder aktiv. Check. Haben sie das gerade eben geschickt? Warten Sie mal. Ok, Moment. Ich... Ich... ... Entschuldigung. Egal, ich muss gerade irgendwie was anderem lachen. Äh, Frau Barnes, ich leite hier mal was weiter. Warten Sie mal. Avengers? ich habe einen auftrag an jemanden geben und dem im bild davon geschickt das war dieser witzig ja was sie noch anfragen können ist ob sie mal barrette machen für frauen und männer im kleinen ssp lokom drauf aber okay passt alles klar alles klar das können sie so rausschicken streifenpartner ich ihn auch herrkuskiller ja sein können sie mir noch ein gefeind tun was denn können sie den herrn kowalski nur gleich eine kurze sms schreiben dass die die versetzung gewährt haben von der morgen sowieso da und übermorgen ich werde ihn ja wahrscheinlich sehen was steht denn auf der notiz warum was hat die dame denn also was wie kommen sie jetzt auf die notiz da steht dabei und die gewünschte notiz ach so für ihre beerdigung liebe grüße walter weiß doch witzig so humor hat mich 5000 4000 dollar kostet ja ich schlafe woanders ja ja ich habe ein hotel und mit ja sind auf dem weg ja die fähre ich so witzig so witzig so witzig so witzig so Ja, wir sind da auf dem... Also höre ich mich überhaupt gar nicht an. Sehen Sie den Strand hier? Ja. Hat mir mal erzählt, dass in der Stadt man rum erzählt, ich hätte Joseph Napier hier entführt, ihm das Jackett geklaut, neben sein Ohr hergeschossen und eine Zeit lang hätte er nichts mehr gehört. Sollte sich in der Stadt alles erzählen, oder? Wissen Sie was? Soll ich Ihnen mal was erzählen? Das wurde mir erzählt tatsächlich, unter vier Augen. Echt? Mhm. Glauben Sie so nicht? Quatsch nicht. Nee, hab ich auch nicht geglaubt. Kennen Sie noch April Stone? Ja, die Kifferin. Sie hat es mir mal unter vier Augen erzählt und ich hab ihr aber auch gesagt, dass ich das... Sie hat gesagt, mach mit der Information, was du willst. Und ich hab gesagt, nee, glaub ich tatsächlich nicht. Joseph und ich, wir sind ja auch Freunde und ich glaub nicht, dass eine Freundschaft so was aushalten würde, oder? Oh, das war damals der Meterschutz. Endlich konnte ich das mal sagen. Sind Sie befreundet? Wir sind so semi-befreundet, sag ich mal. Also ist das so ein, halte deine Feinde näher an dir? Ja, genau, genau, genau. Ja, das kenne ich. Ping ist ja zum Beispiel... Harry Skinner ist ja ein Arschriecher, deswegen. Der will ja mit den Leuten da richtig gut sein. Nein, von der Hört, komm. Kein mit den Napier... Der Sing ist nur... Napier ist ja mein Notfallkontakt. Er meinte, er respektiert, äh, Herr Napier. Das hat mich damals sehr, sehr wütend gemacht, als er das gesagt hat, weil er hat mich ursprünglich vorher, Herr Napier, beschützt, als wir uns kennengelernt haben. Schenk, soll die Situation am Verwahrung gleich so zu dir sein, dann wird da eine Streife abbekommen kommen. Das ist ja ein Widerspruch an sich, ne? Ja, das passt das FD selbst noch auf. Ja, es ist alles. Ich mein, wieso wird der ins Unicorn eingeladen von der Napier? Wie meint ihr? Ja, es ist ganz schräg gewesen. Aber vielleicht weiß Herr Napier, dass Herr Skinner ein sehr leicht manipulativer Mensch ist, also den man leicht manipulieren kann. Er nutzt ihn als Werkzeug gegen... Also er wollte, vielleicht wollte Herr Napier ja Ihre Beziehung beeinflussen. Wissen Sie, was ich meine? Ja, was hätte er davon? Das weiß nur Herr Napier. Bin ich ja schon fast froh, dass passiert eigentlich nicht immer. Hätte ich früh aus der Beziehung gesehen. Kann ich Ihnen eine Farbe stellen, Frau Franz? Würden Sie sagen, nachträglich, ja? War die Zeit mit Larry Skinner? War alles fürchterlich? Also ist er ein schlechter Mensch? Oder ist er einfach so, er hat einfach sich ein schlechter verändert? Anfangs war er kein schlechter Mensch, aber anfangs war ich auch sehr naiv. Ich denke, da hatte er jemanden zu manipulieren. Mittlerweile denke ich das. Ich hatte sehr viele Gespräche, auch mit meinem Psychologen. Und ich denke, desto mehr Selbstbewusstsein ich erlangt habe, desto mehr hat es ihn gestört. Und ich denke, wenn er mal wieder in einer Beziehung sein sollte, wird es auch jemand sein, der leicht zu manipulieren ist. Also ich halte ihn mittlerweile für keinen guten Menschen. Weil er die Kontrolle haben will, richtig? Ich denke, er ist ein wenig narzisstisch. Ich bin einfach nicht mit dem. Der Herr in der blauen College-Jacke ist Herr Favest und wird aktuell gefahren mitkommen. Das ist nur RP, das ist nur RP, Leute. Was haben Sie denn da? Ein Röpfchen, ein Gemüsespieß. Hat aktuell 100 Dollar einer Ubi aufgekommen. Ich würde so ein Gemüsespieß da irgendwas nehmen. Ja, korrekt Ihre 800. Hallo. Kann man Ihnen auch helfen? Ich habe leider Hausverbot. Ich darf leider nicht. So gern ich Ihnen auch einen Gefallen tun würde und Ihnen großzügig wiedergeben würde. Aber wenn jetzt zum Beispiel Herr Trambley bei Ihnen was bestellt und das auch bezahlt und Ihnen ein großes Trinkgeld gibt für uns alle, was Herr Trambley bestimmt macht, oder, Stuart? Ja, klar, natürlich. Dann wäre das doch in Ordnung, oder? Ich würde es auch selber haben. Ja, Sie, wir würden es auch selber haben, aber das ist so ein bisschen für Sie eine persönliche Abrechnung oder Rehentierung. Ob Sie mich jetzt bestellt und ein großes Trinkgeld anbieten? Ich habe Ihnen so oft jetzt naiv und dumm in der Räne geschickt, das ist schon mal gut. Nee, aber das ist eine Geste, das macht man einfach so. Das hat Sachen mit Respekt zu tun. Also ich kann Ihnen gerne eine Portion Rippchen rausbringen, aber wenn Sie mir jetzt wirklich sagen, ja, das versteht sich von selbst, dass ich da nicht reinspucke. Ah, du willst das hitziger finden, wenn Sie gesagt hätten, das überlege ich mir mal. Egal. Das habe ich nie gesagt. Das habe ich nie gesagt. Ich kann Ihnen gerne ein Rippchen rausbringen, aber also ganz ehrlich, wenn Sie mir jetzt hier ein übergroßes Trinkgeld dann auch zustecken möchten, dann halte ich von dem Geschäft lieber Abstand, weil eigentlich haben wir ja auch gar nicht geöffnet. Okay, gut. Wie gesagt, wir würden erstmal die Rippchen nehmen. Was erstmal? Also eine Portion Rippchen. Hören Sie auch was? Frau Barnes? Ich würde auch gerne, ich hatte so lange keine Rippchen mehr hier, die sind so lecker. Sie sind Stammkunden. Also zwei Portionen Rippchen. Oh, vorhin. Ja. So, kann man Ihnen sonst weiterhelfen? Also ich glaube, Sie sind ja nicht einfach nur hier um Rippchen zu essen. Alles gut, ich würde erstmal die Rippchen nehmen. Alles gut. Dann können wir weiterreden danach. Alles gut. Achso. Dann will ich Sie das sagen. Da haben wir zumindest keinen Personenausweis dabei, hat mir den Führerschein gezeigt. Ihr Name ist laut Führerschein Cynthia Dunaham. Bestimmt die Freundin von dem anderen Idioten im Knast sitzt. Ja, wie heißt er denn hier? Nicolas Dunaham. Das ist der Press, glaube ich sogar. Ja, oder schwächter. Warum ist... Warum? Wie geht denn so auf 180? Weiß nicht, ich kann auch nicht... Wann doch noch verpurgelt heute, aber das weiß sie wahrscheinlich noch. Weiß nicht. Merkwürdig, dass wir da nicht rein können, aber... Tut mir leid, ich habe gestern halt ein Motorrad hier von der Einfahrt weggekickt. War dabei. 405 aktiv Richtung 111. Herr Tremblay, Stuart, das war letztes Mal nix hier. Das wissen Sie auch selber hier, ne, die Nummer. Ja, war nicht so gut, ja. Da kannst du besser, Stuart. Ja. Mach dich bald zu Stuart Little, wenn ich mit dir fertig bin. Ey, ich muss Ihnen aber auch echt... Wenn ich Ihnen das wirklich sagen darf, dass Sie mitmachen, ist Ihre Entscheidung, ja. So, wirklich. Mit dem Motorrad, warum haben Sie das gemacht, wenn ich frage, ne? Was meinen Sie genau? Warum ich da nochmal reingefahren bin? Mich hat das keine Ruhe gelassen die Nacht über, ich weiß es nicht. Soll ich Ihnen die Geschichte erzählen, warum das passiert ist? Gerne. Wenn die Furie kommt, sage ich es Ihnen, wenn die weg ist, okay? Erzähl es Ihnen. Okay, ja, ich würde es echt gerne nicht verstehen. Ja, das erkläre ich Ihnen gerne. Ich zahle die Strafe auch jederzeit immer wieder gerne. Ich habe gerade der Dame, die das Motorrad eigentlich besitzt, 600 Dollar in die Hand gegeben. Kein Problem. Ich zahle das gerne, dass Sie es reparieren können. Oh ja, also ich habe eine gute und ich habe eine schlechte Nachricht. Sie haben Rippchen und haben aber reingespuckt. Nee. Also ich habe nicht reingespuckt. Aber, ja, das ist die gute Nachricht, nehme ich an. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte? Die schlechte ist, leider müssten Sie Ihre Rippchen roh verspeisen, weil leider, also irgendwie kriege ich den Herd nicht an. Oh nee. Herd nicht an. Aber da war ja auch kein rohes, rohes Beispiel. Wollen Sie den Herd nicht ankriegen oder Sie kriegen den Herd nicht an? Hören Sie, ich bin, ich bin eine kleine unschuldige Frau. Ich kann doch, also Elektrizität und sowas ist doch gefährlich. Ja, aber wenn Sie uns so lange Stäbchen geben, können wir der ja da vorne, das ist ja Feuer, dann können wir uns die ja selber machen. Ja, nee, also das muss ja auch auf den Punkt gegart werden, ne? Also ohne Elektrizität und ohne irgendwie die richtigen, also ich bin da echt ein... Aber der ganze Laden leuchtet doch, Sie haben doch Strom. Ja, scheinbar ist der vom Herd kaputt. Ach genau, vom Herd ist der kaputt. Das ist ja ein Jammer. Also ich habe da bestimmt noch was zu trinken, oder? Aber was ist denn jetzt, wenn ich vor Hunger gleich umkippen würde, dann würden Sie sich ja strafbar machen, ne? Ist das so? Ja, natürlich. Also Sie haben mir keine Hilfe geleistet, obwohl Sie es könnten. Da müsste meine Kollegin jetzt reingehen und nachweislich prüfen, ob der Herd wirklich nicht funktioniert. Geht der Herd jetzt oder nicht? Naja, der Herd geht, aber ich habe einfach noch keine Lust, dir was zu geben. Aber der Kollege hat doch gar nichts bestellt, sondern ich und ich. Ja, wissen Sie, manchmal wird man verurteilt durch die Leute, die neben einem stehen. Ich weiß ja nicht, ob Sie das aus Erfahrung kennen. Ich kenne das ziemlich gut. Obwohl ich Ihnen heute ein Geschenk gemacht habe. Sie haben mir ein Geschenk gemacht. Ja. Ich habe Ihnen Blumen im Wert von 4.000 Dollar vor die Tür legen lassen. Vor welcher Tür? Vom Yellow Jack-In. Ich habe keine Blumen gesehen. Ich bin hier ernst. Da waren keine Blumen. Doch, hier waren Blumen. Was haben Sie sich jetzt ausgedacht? Soll ich Ihnen das beweisen? Wie wollen Sie mir das denn beweisen? Ich habe ein Bild. Sie haben ein Bild? Ja, ich habe mein, jemand, der das gemacht hat, hat ein Bild davon gemacht. Wollen Sie es sehen oder nicht? Ich stehe nicht so auf Blumen. Warum haben Sie mir denn Blumen hingelegt? Naja, vielleicht habe ich Sie ins Herz geschlossen. Wir haben uns doch noch nie unterhalten. Aber ich habe vielleicht viel von Ihrem Mann über Ihre Person gehört. Oh, das wage ich zu behören. Also das bezweifle ich. Wieso? Der hat heute mit dem Gesicht im Schlamm gelegen, nachdem ich ihm einen mit dem Knüppel über den Kopf gezogen hatte. Und dann war er sehr redseilig, weil er nämlich beim MD etwas... Einmal die Zufahrt komplett gesperrt. Aktuell warten auf... Du musst jetzt mal nachlesen. Nee, ich musste im Funk können, ich habe ein Funkgerät. Wissen Sie, als Police Officer hat man ein Funkgerät. Ach so. Ja, genau. Ja, richtig. Und danach hat er so ein Zeug bekommen vom MD. Ja. Dann war der Mann, ja. War dann richtig... Der war da richtig drauf. Hat er geredet, ne? Frau Barnes, die war dabei im Prison hier. Ja, ich habe hier und da was mitbekommen, ja. Vor allem, er nennt sie immer Rote Zora. Die Rote Zora. 4 0 2 10 3 Ist das so? Das hat er gesagt, ja. So hat er mich noch nie genannt. Die haben das nicht mitbekommen. Sie haben noch mitbekommen, deshalb hat sie gesagt, ich bin drauf. Weil ich meine, die sind die wichtigen Dinge. Wer im Hausputz dran ist und wer kocht. Ist das bei Ihnen so klassisch verteilt, dass Sie dann die Frau sind und Sie müssen dann kochen und Hausputz machen? Nee, nee, wir teilen das auf. Das ist gut. Bei Ihnen Trampley zu Hause? Ich wohne alleine, ne? Haben Sie alles? Ja. Eine Hausfrau als Police Officer, der viel Geld verdient? Ich? Ich hab kein Geld, ich bin arm. Ich spende mein Geld immer an Euren Auffangstationen und so. Ich hab mal die Frage, ist das jetzt Ihr Laden hier? Nein. Noch in der Provenz, nein. Dann nehmen Sie sich, also weiß die Besitzerin, dass Sie dann die Kunden vergrauen und denen nichts geben wollen, weil sie ein persönliches Problem mit denen haben? Welche Besitzerin? Dame, die den Laden gehört. Ja, die weiß, wie ich bin. Ja, und die würde das jetzt in Ordnung finden, dass drei Police Officer, die bei Ihnen Geld da lassen würden für den Laden, dass Sie die vergraulen, nur weil es Polizisten sind? Vielleicht nicht. Das würde die, ja, dann gibt's ja mit der Probezeit nichts mehr, oder? Ja, dann suche ich mir halt einen anderen Job mit einer Probezeit. Ich weiß nicht, wo das Problem ist und ich weiß auch nicht, was Sie das angeht. Ja, letztendlich verweigern Sie uns als die Nahrungsaufnahme. Nein, wenn's wirklich schlimm wird, dann bekomme ich bestimmt was von mir zu sehen. Herr Schade. Also, ich habe aber schon darüber gesprochen, dass ich mich nie anmachen wollen, mein Gott, dann nehme ich auch was, was nicht auf dem Ofen muss oder auf der Welt. Wie ist die Lage bei mir durchgekommen? Also, ich habe hier noch so ein paar angegabte Rippchen von zu Hause mitgebracht. Und, äh, pass, warum? Ja, mal bitte, was? Der Funke. Ich habe mir von zu Hause habe ich mir ein Rippchen mitgenommen und das habe ich halt zwischendurch ein bisschen angearbeitet. Würde ich schon gerne den Laden unterstützen, indem ich da, indem ich spreche, was bezahle. Okay, so, wir können jetzt auch mit der Tanzerei aufhören. Ihr sagt mir, was ihr wollt und wir können das Ganze hier abkürzen. Also, man, ganz ehrlich, es gibt eigentlich nichts. Wir wollten eigentlich nur vorbeikommen und uns was zu essen holen. Weil mit der Dame, die ja den Laden betreibt und ihrem Geschäftspartner, gibt es absolut keine Probleme. Nur Sie machen Probleme. Ich mache überhaupt gar keine Probleme. Doch, Sie und Ihr. Da würde ich auch so gerne ins Maul scheißen und dann nochmal schön nachdrücken, damit alles flüssig wieder rausläuft. Zeige ich Ihnen ehrlich, wie es ist, ne? Ja, es ist irgendwie, irgendwie ist das merkwürdig. Vor allem, wenn es hier reingeht, wieder rauskommt und dann so eine Aussage tätigt. Ich weiß nicht. Ich traue dem Braten nicht. Wollen Sie, dass da Leute drin sind, ne? Weiß nicht. Also, es stehen zu viele Fahrzeuge vorne. Und das, weil ich weiß, der Weiße gehört auch. Entschuldigung. War wichtig. Jeder Telefonanruf, den ich bekomme, ist wichtig. Ehrlich? Ja. Haben Sie Personen in dem Laden? Nein. Sicher? Ja. Wir wissen, dass die State Police jederzeit auch die... Soll ich euch die Tür aufmachen? Natürlich. Machen Sie mal für meinen Kollegen die Tür auf, bitte. Frau Barnes, gehen Sie mal mit. Herr Tramp, gehen Sie mal nach. Gucken Sie, raube Toilette. Kommen Sie. Bewaffnet oder unbewaffnet? Ich glaube, unbewaffnet. Ich? Ich glaube, dass, wenn wir gleich rauskommen, der Laden hier voll umgestellt ist. Telefonieren wir zu viel. Äh, Alp, Stopp. Der wartet da hinten. Ansonsten hat hier gar niemand einen Zutritt. Wer wartet da hinten? Naja, Sie. Ja, das können Sie mir gar nicht verwehren, Ma'am. Naja, das können wir nicht machen. Warum können Sie das nicht machen? Weil Sie verpflichtet sind, mich hier reinzulassen, wenn ich als Police Officer Ihnen die Anweisung gebe, mir zu beweisen, dass darin keine Personen sind. Naja, aber er wollte sich ja auch was zu essen holen, also ist das ja scheinbar doch nicht einfach nur ein... Genau, aber ich möchte jetzt gerne wissen, ob Sie darin Personen beherbergen, die Sie da nicht drin haben dürfen. Also... Da sind keine Personen drin. Dann öffnen Sie die Tür jetzt oder ich nehme Sie fest. Suchen Sie es sich aus. Haben Sie nicht Hausverbot? Das spielt keine Rolle. Wenn Sie sich mit dem Gesetz im Staat des San Andreas auskennen, dann wissen Sie, dass wenn die Polizei einen Verdacht hat, darf die Polizei ihr Hausverbot in jeder Zeit aufheben und das Gebäude betreten. Und das ist hier, weil wir nämlich drei Leute fahnden aus dem Mechel-Motorrad-Club. Tun Sie das Telefon weg, 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 lassen Sie mich ausreden, dann können Sie nämlich reden. So, wenn aber jetzt der Nachweis müsste jetzt von Ihnen erbracht werden, weil Sie gehen dort rein, sind am Anfang voll nicht zu meinen Kollegen, kommen raus, benehmen Sie sich wie die letzte Sau. Jetzt haben wir die Vermutung, dass Sie da Leute drin haben und wir prüfen das. Ach so, ja. Also, wie, wie, also muss das jetzt einfach glauben, weil Sie mir das... Halt, stopp, jetzt rede ich aus. Sie öffnen jetzt die Tür, korrekt. Ruhe, Mensch. So, und wie soll ich jetzt nachdenken? Die Tür, korrekt, Ma'am. Kann ich bitte mit dem Nass zusammenkommen? Boah, das wäre so lieb, wenn Sie das Gesetz nachlesen. Ja, ich darf ja mein Telefon nicht rausholen. Ma'am, also im Grunde können Sie immer gegen Maßnahmen nachträglich vorgehen. Ich habe voll das Schippchen jetzt gesagt. Jetzt ist es gegenwärtig so. Genau. Also, im Starte, San Andreas, ist das Gesetz so ausgelegt, dass die Polizei Handlungsspielraum hat und Sie können jederzeit dagegen nachträglich vorgehen. Da Sie aber ohnehin geschlossen haben, machen Sie auch keinen Verdienstausfall oder ähnliches. Ich sehe den halt immer auch noch hier, Sie können nicht klagen dagegen. Tatsächlich. Ach so. Darf ich das jetzt nachlesen? Darf ich mein Handy rausholen oder nicht so? Können Sie machen. Oder soll ich es jetzt wieder wegstecken? Sie haben mich ja gerade gefragt, ich habe es Ihnen ja beantwortet. Ach so. Wo ist das denn hier, ne? Authority, das war doch, ne? Die Parten durch Justice. Ähm, Gesetze wahrscheinlich, ne? Ich denke, da wird es stehen, ja. Gut, unter welchem Punkt? Das müssen Sie selber herausfinden. Da fangen wir mal an, ne? Ich habe Zeit mit mir. Ich werde bezahlt für die Scheiße. Gerne können Sie das nachgucken. Also, mir ist das egal. Das dachte ich schon. Ich habe schon überlegt, das Angebot von der Kaya Winters anzunehmen, ihren Job mal für eine Woche zu machen. Also, bei gleicher Bezahlung sehe ich mich. Ich glaube, dass Sie die Erste sind, die heulend in der Ecke liegen wird, weil Sie keinen Mann haben, der Ihnen den Arsch in ganz Zeit pudert, damit es Ihnen gut geht. Ich habe auch so keinen Mann, der mir den Arsch pudert, damit es mir gut geht. Na, anscheinend ja schon. Sie sind ja keine selbstständige Person, die sich selber einen Überblick über Situationen beschafft, oder? Ist das so? Ja, Sie haben etwas gehört von Ihrem komischen Typen, der jetzt im Gefängnis sitzt und spielen sich jetzt hier gerade auf. Welcher Typ sitzt im Gefängnis? Passiert ist, warum Sie Hausverbote hier haben. Wieso gehen Sie nicht auf Personen so zu? Warum sollte ich denn bitte jemanden fragen, der in einem Wahnsinn, in einem Anklub von Wahnsinn mit einem Auto, das von einem Halb auseinander ist, mit einem Fahrzeug, Motorrad, ein Skund, die hier fährt, am besten noch hier wahnsinnig lacht, bei dem soll ich mich absichern? Und wie sieht es aus? Ich glaube ja nicht. Wurde, solange wir nicht angeschrieben werden, mache ich es einfach. Holy shit vor dem Bild. Wann haben Sie mit der Besitzerin gesprochen? Meine Kollegin mit den weißen Haaren hier. Der hat zwei männliche Besitzer. Eine Dame mit roten Haaren. Eine Dame mit roten Haaren war das. Das ist keine Besitzerin. Da war ein Herr und eine Dame mit roten Haaren dabei. Ja, das ist aber nicht die Besitzerin. Aber ist okay. Ist doch egal, oder nicht? Das ist nicht die Besitzerin. Wissen Sie was? Öffnen Sie die Tür jetzt. Ich habe langsam die Faxen dick. Machen Sie die Tür jetzt auf. Also was denken Sie, wer Sie sind? Öffnen Sie die Tür jetzt. Los. Ach, Wilbo. Moment. Da mannt wie immer. Ja, dann bitte. Okay. Not Venture, ist ein James Rogers, der Besitzer. Ja. Oh, oh. Mit dem Band-Tünnchen. Ja, muss die Dame öffnen. Ja, ich würde es sehen. Okay. Ich trage sie Loppen. Das war in den Kindergarten wieder hier. Herr Schien hat die ganze Zeit so, als würde sie Zeit schicken, aber ich weiß nicht, woher der Mieterausgang ist, deswegen bin ich mal rumgegangen. Ich habe auch das Gefühl, Frau Bahns, genau das gleiche. Oh, jetzt ist hier abgeschlossen. Das ist alles nicht so einfach. Ja, ja, verstehe ich. Komm so ruhig einmal her, dann schaue ich mal nach. Dank Ihnen. Was ist das? Die Tür links? Und sie keinten. 4301. Leitschiller kommen. Ja. Eine Meute von Menschen auf zwei Polizisten, die auf dem Boden lag, noch eingetreten Namen, die dessen Fahrzeug demoliert haben, wo der Gewaltpotenzial von den Personen zuerst ausging. Halt, stopp, stopp, stopp. Reden wir von der gleichen Situation? Stopp, 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 stopp. Sagen Sie erst mal, wir sind nicht beim Du. Ja, haben Sie ein bisschen Respekt, wenn Sie mit mir reden. Okay? Ich unterhalte mich ganz ruhig mit Ihnen. Dann können Sie das doch auch machen, oder? Ja, okay. So. Also. Genau, wir reden von der Situation, die kürzlich hier passiert ist. Wie ist die Person dann, haben Sie mitbekommen, wie die Situation dann überhaupt zustande kam? Naja, was ich mitbekommen habe, ist, dass Sie angefangen haben auf die Jungs. Nein. Bitte? Wir haben Treffer bei der linken Dame, laut Schwarzes Brett, Coco Ayaka, weiblich, gefahndet. Moment, die Dame, die da jetzt gerade steht, aber die hatten wir heute schon durch. Aber scheinbar geht das nicht. Aber die Weißmarkierten sind auch gefahndet, oder? Naja, dann nochmal nach. Die Linke hatten einen Führerschein dabei mit Coco Ayaka. Dann können wir die festnehmen. Dann ist das perfekt. Na dann. Was hatten wir gesagt? Was war das? Mal kurz nachgucken. Was war das? Sperrzone, Hausfelsbruch und Sachbeschädigung. Sperrzone 1000 und Sachbeschädigung 500. Und 60 Hafteinheiten, meine ich noch. Also 1000. Was war mit 1000? Wie viel? Die Sperrzone, oder? 1000 müsste die Sperrzone sein. Da wollte er ja weiß, dass man das maximal macht. Achso, ich will ja. Hausfelsbruch, was war das? Wissen Sie das? Das müsste 500 Dollar gewesen sein. Also 1500. Sachbeschädigung, was war da? Wissen Sie das? 60 Hafteinheiten, oder was? Ne, ach, scheiße. Entschuldigung. Sachbeschädigung war das. Also ich war heute dabei und da wurde bei den Leuten 1500. Sperrzone, komm. Ingerichtet. Hausfelsbruch, hat tatsächlich meine ich glaube ich nicht dabei gewesen. Also 1500 Dollar für alles drei, ja? Genau, genau. Check, Kati, Leitschüsse mit Leitschneidung. Bei der Sachbeschädigung müssen aber auch noch 60 Hafteinheiten, aber ich kann da aber tatsächlich, äh, selber nochmal. Alles gut, ich frage irgendwas, Kehle. Alles gut. Dankeschön, alles gut. Passt schon. Wie süß. 4215 am liebsten. Sex. Hallöchen, sag mal, gar kurze Frage hier, ne? Ich hab hier eine Dame von der Fahndungsliste, von dem Scharzenbrett, ne? Was ist das, was wir jetzt da alles abhandeln? Die Sachbeschädigung, Sperrzone und Hausfelsbruch, ne? Alles maximale Strafe. Hast du da zufällig gerade Info, was das alles war? 1500 Dollar und 65 Hafteinhalb, ne? Achso, ich frage mich immer noch, wo der Punkt, äh, in ihrer, so ist mein Bike holen. Ja, Mem, es ist doch alles okay, sie können ja auch wegfahren, sie haben ja nichts gemacht. Hallo? Ah, jo. Werden Sie abgeholt? Nö, warum? Achso, nö, ich habe nur so eine Frage. Nö, keine Sorge, hab nicht vor zu gehen. Gut. Also Herr Weiß hat gerade gesagt, wir können gehen. Nein, nein, Sie können nicht gehen. Nein. Was ist hier los? Was wird hier gespielt? Das klären wir gerade. Ich bin der Co-CEO vom Yellow Check-in, Sie geben mir sofort eine Information, ansonsten erteile ich Ihnen hiermit sofortiges Hausverbot. Wir sind gerade in einer Polizeimaßnahme, Sie können mir keine Hausverbot erteilen. Doch, kann ich Ihnen schuhen? Nein, können Sie nicht. Kann ich Ihnen direkt? Nein, das können Sie nicht. 4-0-2-10-40, Dispatch, Westputin. Check. Tschüss. So. So, wenn ist die Schildschau hier vorbei? So, für Sie, Sie kommen erstmal einmal zur Seite bitte, die Dame vor mir. Ja, wir reden einmal mit Ihnen unter 6 Augen. Welche? Sie, mit denen ich gerade rede. Mit, wie war Ihr Name? Ah, ja, was sind Sie, sorry? Oh, Ayaka. Ayaka, ne? Genau. Mhm. Kommen Sie damit, bitte zur Seite. Lange ist A am Anfang. Ah, ja. Gut zur Information, ja. Sie sind erstmal somit vorläufig festgenommen, auf Grundlage der... Das ist der scheiß Ernst, oder? Ja, auf Grundlage dessen, betreten von Sperrzonen, Hausverbot sowie Sachbeschädigung. Dementsprechend bitte ich Sie, sich einmal umzudrehen. Sie sind dann somit vorläufig festgenommen. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen kann und würden vor Gericht gesendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Können Sie sich keine leisten, würden einer gestellt. Ist kein Anwalt erreichbar, müssen Sie es selbst verteidigen. Haben Sie Ihre Rechte verstanden? Ich denke schon, ja. Es ist auch mein Recht hier jetzt in die Fresse zu hauen, oder? Ja, die 413, wir benötigen eine 10-10 am Gellocheck. Das sind theoretisch gesehen... Jack, ja, du sind voller Schrauben. Ich schreibe jetzt mal hinten hier über die Arme. Und drück mal hier hinten fest dazu. Wenn ich noch einmal höre, dass du hier jemanden auf die Fresse hauen willst, bin ich der Erste, der damit anfängt. Genau, wie denken Sie... Dann auch geht's, Hauskampf. Gut. So, dann freuen Sie uns. Die Info-Hotline informiert, die US-Marshaals haben sich direkt abgemeldet. Ich rufe McCoy an. Ich danke dir. Eine Dame mit roten Haaren mit Ihnen gesprochen. Waren Sie das, oder war das... Dame mit roten Haaren war das. Die hat gesagt, sie arbeitet hier. Mit so einem weißen Jackett hatte sie an. Ja, die Stimme kommt mir auch bekannt vor. Ich glaub, ah, ich glaub, ich weiß, ich bin mir nicht sicher. Also, dann will ich... Wir können die dann auch einmal abtasten, ja? Haben Sie welche Sachen dabei? Welche Spissen-Gehstände oder irgendwas Illegales? Du wirst mich nicht abtasten, wenn dann wird sie mich abtasten. Ja, haben Sie was dabei? Ist die Frage vorher? Nee. Gut, dann darf die Kollegin das einmal durchführen. Wurde schon belehrt? Ja, wurde schon, ja. Okay. Um 21.27 Uhr. So. Dann tass ich sie mal vorsichtig ab. Nimm mal in die Hosen. Vorsicht, hinten rechts ist ein Schlüssel. 413 für die 414. Okay. Alles in Ordnung. Gut. Okay. Klar, perfekt. Gut. Dann bringen wir die Dame einmal auf die andere Seite. Dann darfst du ja mal einsteigen, folgen sie mir. Jetzt kannst du nicht die 414 übernehmen. Von der Fahrschule. Das FD-Punkt jetzt ist im Parkplatz leer. So. Hat der schon ganz gut. Ja. Nee, du machst das besser. Und wir schüchern weiter ab. So, warten Sie. Ich helfe Ihnen. Also langsam. Ich hab da Übungen dran. Hat sie nicht gedacht. Brauche ich gut. Ich schneide sie doch einmal an. 10-0-2-10-20, Dispatch, Best-Butschi, Unfall. Aber ist sie es? Ist sie es? Weiß nicht. Dann bin ich in mein Auto eingestiegen. Ich hab mein Auto halt sehr zugeparkt. Ich hab den Rückwärtsgang eingesetzt und hab ein Motorrad von denen umgefahren. Aber das war nur, weil man mich in diese Situation brachte, Sir. Okay, stellen Sie sich vor. Bekommt Sie einmal insgesamt eine Strafe von 1.500 Dollar sowie 60 Haftanheiten. Das heißt für Sie, wir werden Sie jetzt so mit gleich einmal direkt in State Prison überführen. Aufgrund der 60 Haftanheiten. Hallo. Bei 1.500 Dollar. Die Dame, die gerade festgenommen wurde, ist die Frau Ayaka. Und hatte hier gerade schon mit Schlägeln gedroht. Ich beurteile Sie nicht nach ihm äußeren. Er schiebe mir gerade mit den Herrn Weiß. Er schiebe mir auch erst mal doch ein bisschen aggressiver. Deswegen hatte ich die zu entdecken, oder? Ich beurteile Sie auch, dass Sie hier 1.000 Ops. Ja, das ist gut. Und es kam auch immer mehr noch hin. Okay. Angezogen sind oder was auch immer. Dann gehen wir vor. Bitte Sie. Das wäre ja ein Unding. Stellen Sie sich das mal vor. Wer bitte, wie heißt der? Wie nennen Sie ihn? Ja, ist doch, ne? Ist doch die mit den geilen Haaren. Warte, wir müssen wir hier fertig schreiben. Na, kommen Sie, Miss Barnes. Wollte gerade fertig schreiben, dass wir die festgetragen. Da vorne steht er. Ja. Also der Co-CEO hat direkt gesagt, Hausverbot und wir sollen abhauen. Wir waren aber gar nicht in polizeilich ein Maßnahme. Deswegen habe ich ihm gesagt, dass er das nicht kann. Und dann ist er so ein bisschen lauter geworden. Und ja, jetzt redet er, weil ich sei die ganze Zeit mit ihm. Und jetzt habe ich aber Angst. 4-2-Absicherung bei VAU nicht benötigt. Das ist doch wahr. Die Dame mit den roten Haaren vor uns hat, das ist ins Bein aufgefallen, sehr viel Zeit geschindet und wollte uns nicht reinlassen. Wir waren aber drin und das war alles leer. Haben auch keine Motorea gehört, die irgendwie durch den Hinterausgang oder so rausgegangen. Äh, raus. Also wir müssen schon. Ja, ja, ja. Ja, alles gut. Ja, gut. Sind ja noch weitere? Wann ist die Schlüssel zur Tankstelle? Äh, nee. Es kam halt in der Zeit doch ein paar Leute mehr und dann habe ich die Sicherheit halt. Ja, alles gut. Lieber machen Sie es, bevor es zu spät ist. So, noch eine. Gut. Mit der Dame da vorne. Was? Wüsste ich nicht. Ja, gut. Ich würde schon mal, ich weiß nicht, ähm, wollt ihr die schon mal in State Prison überführen? Ansonsten mache ich das eben. Leider würde ich das ungern machen, ansonsten nehme ich den Kollegen da hinten mit. Äh, können Sie ruhig machen, alles gut. Sind denn die Marshalls da? Äh, weiß ich gar nicht, um ehrlich zu sagen. Also ich habe nichts gehört, dass Sie sich abgemeldet haben. Es gibt einen Transfer, ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob das die Person ist. Die Person ist und dann ist es eine Sieg. Gut, ich fahre mal rüber, ne? Alles klar, machen wir das. Ich klaue ich den Kollegen, ja? Ja, machen Sie ruhig. Kommen Sie in Heide wieder, ja? Ja, können Sie ruhig. Kann ich nicht versprechen. Von daher. Äh, muss die Memes auch noch, äh, durchsucht werden, oder? Äh, wie meinen Sie jetzt? Die Dame hier links? Äh, nee, die hatte tatsächlich jetzt nichts damit zu tun. Durfte sich auch entfernen, Herr Weiß, aber stand dann mit dieser Frau Ayaka zusammen. Deswegen habe ich jetzt mal gesagt, soll man hier bleiben. Okay, verstehe. Also aus, als wären die gerade auf dem Sprung. Okay. Als wären sie auf dem Sprung. Ja, ja, waren sie aber nicht. Die, äh, die, äh, Ayaka hat sich dann auch festnehmen lassen. Vorher noch mit Stegen gedrückt. Kann man es trotzdem zu mir ein Beistellen, falls jemand irgendwie drohen sollte? Ja, ja, aber ein bisschen weiteres weg, weil sonst könnte es eventuell wieder aggressiv wirken. Ja, ja, wenn wir jetzt alle dahin dran. Ja, genau. Ich bin dann ein bisschen mit hin, wir bleiben ein bisschen weiter entfernt stehen. Wir haben dem Herrn mehrmals gesagt, Entschuldigung, wir würden uns gerne einfach nur was zu essen holen. Bitte gehen Sie aus dem Weg. Er stellte sich so vor uns, hat gesagt, so verpiss dich, verpiss dich, du darfst nicht rein, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Ich sagte ihm mehrmals, bitte gehen Sie aus dem Weg, wir wollen uns doch einfach nur was zu essen holen. So, weil ich habe kein Problem mit Ihrem Laden und auch nicht mit Ihnen als Person. Ich wusste nicht, ob der das nicht darf oder nicht, aber ich denke mir, ähm, der kann jetzt ja nicht, der kann halt Hausverrug gehen. Aber der Herr hat sich dann so vor mir gestellt. Ach, der Herr hat ja gerade durch Weiß mitbekommen, dass wir hier gerade in der Polizeinausnahme sind, dass er uns ja nicht runterwerfen kann. Er war ja gerade noch in der Verhaftung da, weil ich habe nicht bedrängt gefühlt. Ja, hinter mir, ich weiß noch, mein Kollege und ich waren alleine und hinter mir haben sich ebenfalls Mitglieder der Merhems hingestellt. Also, wenn das ein Fehler ist, wenn das ein Fehler ist, ist es mir scheißegal, das meine ich, weil ich glaube, das ist tatsächlich kein Fehler gewesen. Das ist immer eine Gefahrensituation. Wir haben Waffen und Ähnliches dabei. Wenn da einer einmal eine Waffe zieht, kann er mir in den Rücken schießen und ich bin tot, ja. So, ähm, ich habe den Herrn hinter mir gebeten, bitte gehen Sie weg hinter mir und stellen Sie sich bitte in mein Sichtfeld. Er hat dann nur gelacht. Dann habe ich meinen Schlagstock eingesetzt und wollte mir tatsächlich freie Luft verschaffen, weil ich mich bedroht gefühlt habe. Ja, mal wieder. Das kam zu einer Schlägerei. Mein Kollege und ich wurden zusammengetreten von einer Menschenmenge. Also, ich würde es nochmal sagen, es waren wirklich acht bis zehn Leute, die Frauen waren das und Männer, die haben uns ins Gesicht getreten. Die haben uns gegen Körper, überall gegen getreten. Dann haben die unser Auto noch demoliert. Dann haben sie andere Police Officer angegriffen, bespuckt und sonst was. Und dann frage ich mich, warum kriege ich ihr Hausverbot und diese Leute, die in Massen auf zwei Menschen draufgehen, die auch Lebewesen sind, ohne Uniform, also ohne Uniform bin ich ein ganz normaler Mensch, also ich bin ja immer ein normaler Mensch, aber ich bin ja nur ein Cop, der einen Job ausübt. Dann frage ich mich, warum werden diese Menschen dann hier geduldet? Warum handeln sie dort nicht? Ist ihr Image ihnen dann nicht wichtiger, dass sie so, tut mir leid, solche gewaltbereiten Leute, die jetzt auch im Gefängnis zurecht einsetzen? Und jetzt kommt der Hammer, jetzt sagt man ja, er weiß, sie haben ja dann hier ein Motorrad angefahren. Habe ich. Gebe ich zu, mir sind die Sicherungen durchgebrannt. Ich bin nur ein Mensch. Ich bin ja auf ein paar Platz gefahren, ich bin gegen ein Motorrad gefahren. Ich bin zu der Besitzerin aber gerade gegangen, ich habe mich selber angezeigt, ich habe 500 Dollar Strafe bezahlt. Ich bin in Höchststrafmaß, ich bin gerade zu der Dame hingegangen, die ich, die Besitzerin von der Motorrad, sie habe hier 630 Dollar gegeben. Sie können die Fragen, Ada Jenkins von den Outlaws. Und dann habe ich gesagt, passen Sie auf, ich habe den Motorrad kaputt gefahren, ich bezahle die Reparatur komplett. Ja, ich habe nicht immer gesagt, geben Sie mir einen Nachweis, gar nichts. Ich stehe da zu dem Fehler ein. Aber, wieso kommt jemand wie die Dame da drüben zu mir und sagt, ich sage, ja hallo, wir hätten gerne ein paar Riebchen. Ich bleibe auch da drüben stehen, wissen Sie, ich komme hier nicht aufs Grundstück. Könnten Sie uns die machen? Dann sagt die, ich habe einfach keinen Bock, der Herr, der ist auch von euch, bediene ich nicht. Was ist das denn für eine Art und Weise? Wollen Sie keine Kundschaft haben? Also, das... Ja. Welche Dame hat von denen zwei in Bad ist da drüben? Die mit den linken Haaren, die mit der roten Hose. Der hat auch mehrmals gesagt, ich habe ihr versucht, die Situation hat sich gar nicht interessiert. Ja, das MD hat gerade informiert, an dem La Casa, der Ray Todeskurve, Redden Canyon befindet sich ein Verkehrsausfall. Wenn die Kanzlerin sagt, das ist mir egal, letztendlich habe ich der Dame gerade, Sie können alle meine Kollegen hier fragen, ganz ruhig bin ich ja begegnet. Ich habe gesagt, wir wollen doch einfach nur was essen. Meinetwegen bezahlt mein Kollege das auch, damit sie keine Probleme kriegen. Er bestellt das auch, wir bleiben drüben. Wir haben nichts dergleichen gemacht. Und dann geht die in den Laden, kommt wieder raus und sagt, die Elektronik ist ausgefallen. Dann sage ich, wollen Sie nicht für uns Riebchen machen, einfach weil Sie gar keinen Bock haben? Oder ist es so, dass es wirklich kaputt ist? Ja, ich habe keinen Bock, euch was zu machen. Was soll ich denn? Ist doch nicht für euch so. Nee, für euch mache ich nichts. So, und dann denke ich mir so, hä? Also, das ist doch für Sie doch auch nicht gut. Ja, da gebe ich Ihnen komplett recht. Das Problem hier an der ganzen Sache ist aber, wir haben das Haus, also ich habe das Hausverbot nicht ausgesprochen, genauso wie nicht wie der Co-CEO, das kam vom CEO. Und das ist halt das Schwierige, wenn man nur eine Geschichte kennt. Er kannte wahrscheinlich nur die Geschichte von den Mayhams. Und die haben wahrscheinlich, also die haben, das ist unsere Info, gesagt, dass sie absichtlich am Sonntag zwei Bikes angefahren haben. Und am Dienstag wurde daraufhin das Hausverbot ausgesprochen, weil das natürlich auch nicht gut für uns ist. Also, wenn Sie sind und da Bikes angefahren werden, ist es natürlich auch schlecht für uns. Aber das Leben von zwei Menschen, einen Job ausüben, ist weniger wert, die dann im Dreck zusammengetreten werden und deren Fahrzeug demoliert wird. Stellen Sie sich mal vor, jetzt mal ganz im Ernst, stellen Sie sich mal vor, wir beide waren ja bewusstlos, mein Kollege und ich. Wir waren mindestens, ich würde sagen, es waren schon acht Personen, die auf uns eingeschlagen haben. Wenn die jetzt uns das Dienstequipment weggenommen hatten, Waffen, unser Funkgerät, unsere Uniform und sonst was, sie hätten uns niemals wehren können, wir waren ja bewusstlos. Und das setzen Sie dann, das wird dann höher gesetzt, dass es unschuldig ist, anstatt dass man ein Motorrad anfährt? Also, das kann doch nicht wahr sein. Nein, 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 das will ich ja gar nicht damit sagen. Ich will halt nur sagen, wir kennen nur diese eine Story. Ich war am Dienstag selber nicht vor Ort. Ich weiß nicht, was hier passiert ist und warum unser CEO ein Hausverbot ausgesprochen hat. Ich meine, unser CEO ist halt einer, glaube ich, der nettesten Menschen hier und er wird wahrscheinlich seine Gründe gehabt haben, die ich in diesem Moment nicht weiß. Ich kann es nicht sagen, natürlich ist es nicht schön, wenn die Mayhams eure Leute zusammenschlagen. Aber das ist halt auch, da können wir nichts für. Nein, aber schauen Sie, aber Sie als Betreiber wollen doch nicht, dass wenn hier Kunden hin kommen, Police Officer oder auch normale Menschen, die jetzt eine andere Tätigkeit aus... Und ich sage jetzt mal, jetzt kommt der John, der lebt hier in der Nachbarschaft und der hat den Mayhams mal ein Auto zugeparkt. So, jetzt haben die Mayhams ein Problem mit ihm. Dann will er sich einfach nur abends hier ein Bierchen gönnen. Das ist ein ganz lieber Kerl. Dann kommt er hier aufs Grundstück und wird dann vertrieben und zusammengeschlagen. Einfach nur, weil es der John ist. Ist das dann, ist das so, ist das die Firmenpolitik, die Sie unterstützen? Also, wenn das die Runde in der Öffentlichkeit macht, das ist doch nicht gut für Sie. Und ich schätze Sie auch beide nicht ein, also für mich klingt das eher so, und ich meine das auch nicht böse, für mich klingt das eher so, als ob Sie ein bisschen so unterdrückt werden von denen, die hier so ein bisschen das Sagen haben wollen und Sie sich den unterbuttern müssen, weil, also wirkt das auf mich bei allem Respekt. Ich glaube, Sie haben einen super tollen Laden, super schöne Location, wo alle Menschen willkommen sind und da sollte man doch nicht auf Gewalt treffen. Das Problem ist, Mayhams haben hier ihr Clubhouse. Und wir, unsere Bar, müssen halt versuchen, auch wenn es nicht immer einfach ist, im Einklang da zu leben mit ihnen. Solange es noch dauert. Wenn wir Anfang des Jahres dann umziehen, ist alles super. Aber solange müssen wir halt mit ihnen noch klarkommen. Ja, ich verstehe. Dann muss man halt irgendwo einen Mittel wegnehmen. Der arbeitet auch da. Der vielleicht nicht alle zufriedenstellt, aber... Aber schauen Sie, dann nehmen Sie doch den Mittel... Aber dann nehmen Sie doch den Mittelweg der Polizei, weil die Polizei kann Ihnen immer helfen, wenn Sie Probleme haben. Wir sind nicht Verbrecher, wir sind keine Straftäter. Ja, ich habe meine Sicherung verloren und bin in ein Motorrad reingefahren. Ich stehe da auch zu gerade. Ich habe mich selber angezeigt und auch der Dame das Geld gegeben. Ich habe mich aufrichtig entschuldigt. Ich sage Ihnen, ich habe nicht verstanden, was hier passiert ist. Aber am Ende des Tages kann es nicht sein, dass man dann jetzt zu uns kommt mit dem Finger auf uns zeigt und sagt, Herr Weiß, Sie haben eine Motorrad umgefahren, Sie haben jetzt hier Hausverbot. Aber wenn Menschen hier kaputt geschlagen werden, beinahe wirklich auch tot geschlagen werden, wenn man mit einer Masse an Leuten drauf geht, dann ist das in Ordnung. Und das ist für mich so ein Punkt, wo ich dann sagen muss, wo sind wir hier in der Stadt angekommen, wissen Sie? Nee, also man muss uns als Cops vielleicht nicht gut finden, ich kann das verstehen, aber ich habe ja auch irgendwo eine Hemmschwelle. Wenn ich jetzt einen Einsatz habe und ich muss jemandem im Knüpfel aus der Gefecht setzen, das Erste, was ich mache, wenn er am Boden liegt, ist Erste Hilfe leisten. Und hier ist es so, hier wird man noch bespuckt und zusammengetreten und die Polizeiautos werden kaputt getreten. Und das ist wie Tiere, ja, und keine Ahnung. Also, ja, ich wollte Ihnen das nochmal mitteilen, also ich würde es schön finden, vielleicht kriegen wir mal ein Gespräch mit Ihrem CEO hin, also ich würde gerne mit ihm mal persönlich reden. Also Sie können natürlich gerne dabei sein, wenn Sie das möchten, aber overall, es tut mir leid, dass hier passiert ist, aber bitte kriegen Sie dieses massive Gewaltpotenzial hier in den Griff, weil das ist echt nicht schön. Und darunter leidet Ihr Laden halt, weil wir müssen dann jeden Tag hier vorbeikommen und das ist nicht schön. Verstehe ich komplett, aber wie gesagt, sind da auch ein Stück weit die Hände gebunden, weil wir halt auch in Einklang leben müssen. Es ist halt einfach Fakt. Und bis jetzt gerade kannten wir Ihre Sichtweise gar nicht. Wir kannten nur die Sichtweise von den Mayhams und dem CEO. Und wenn die uns sagen, hey, es wurden absichtlich Bikes angefahren, nehmen wir das natürlich erstmal so hin, weil wir Ihre Seite nicht kennen. Aber warum fragen Sie dann nicht einfach? Weil wir da noch gar nicht zugekommen sind. Aber schauen Sie, ich habe einfach eine E-Mail bekommen, wo drin steht, hiermit spreche ich ein Hausverbot aus. Warum schreibt er nicht, Herr Weiß, ich würde gerne mit Ihnen ein Gespräch führen, weil ich gerne Ihre Seite verstehen möchte. Und das ist so ein großes Problem hier im Staat. Die Leute, die hören eine Seite und das ist immer 100% dann wahr. Wissen Sie? Und das ist so nervig einfach. Ich glaube, dass es einfach war, um ein bisschen die Luft rauszunehmen, dass es hier nicht weiter zu solchen Vorfällen kommt. Deshalb hat er wahrscheinlich erstmal das Hausverbot ausgesprochen und wäre dann wahrscheinlich... Ich verstehe, ich hatte die SMS. ...wegen diesen Situationen. Und dann wären wir wahrscheinlich auch auf sie zugekommen. Kurz nur für Sie. Vier Mitglieder der Mayhams sitzen jetzt im Stay Prison erstmal eine Zeit lang wegen dem dringenden Vertat... Ich denke mal, das hat mit der Fahrerflug... ...Menschenleben genommen zu haben. Also die haben von der Staatsanwaltschaft, die sich von uns verlängerte U-Haft-Zeit bekommen... ...wegen Totschlag. Das sieht wohl auch so aus, dass es eine Verurteilung gibt. Also nur damit Sie schon mal Bescheid wissen. Das sollten Sie Ihrem Geschäftsführer auch mit auf den Weg geben, damit der... Ja, was soll ich sagen? Also ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mit tun. Aber ich könnte es mir einen kleinen Gefallen tun. Das würde ich wirklich sagen. Mit dieser Dame mit den roten Haaren da... Also schauen Sie. Sir, ich bin... Ich unternehme mich ganz ruhig mit Ihnen. Mit der Dame, das kann meine Kollegin, die hier steht, bezeugen. Ja? Wir haben uns ganz ruhig mit der Dame unterhalten. Wirklich. Wir wollten nur was zu essen haben. Wir sind sogar da drüben geblieben. Ich verstehe nicht, warum man dann so reagiert. Wir haben uns ja an der Anweisung sogar gehalten. Ja, aber Herr Weiß, ganz einfach, das ist die Old Lady vom Press. Ich weiß nicht, ob der jetzt auch von den Inhaftierten mit dabei ist oder nicht. Dass die natürlich auch Sie persönlich nicht gut zu sprechen ist. Aber das sollten Sie differenzieren, dass es doch als jemand, der ein Geschäft betreibt, sollte das doch für Sie da sein. Sie sollten doch den Umsatz sehen, den Sinn des Geschäfts. Herr Weiß, ganz ehrlich, sobald wir hoffentlich, dass das Chaos endlich mal den Go-Schuss gibt, beziehungsweise McGill, sage ich jetzt mal, und das in Angriff nimmt, dass wir unser neues Locator kriegen, werden wir auch keine Mitarbeiter von den Mayhems mehr bei uns im Geologic beschäftigen. Das ist besser so für Sie. Vorübergehend müssen wir, sage ich jetzt mal, aus der Not eine Tugend machen, wie es so schön heißt. Boah, Skog, Alter. Und halt, ja, wie soll ich sagen, zwar nicht den Bückerich, aber... Wir wollen einfach keine Probleme, ja, ich verstehe das schon. Richtig, ganz genau. Ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren hier auf dem Ding und sich mit Mayhems anlegen. Oder allgemein, sage ich jetzt mal, mit einem Biker-Club, die wohnen, ein bisschen Mannstärke haben und vielleicht sogar das eine oder andere... Ja, es tut mir leid für Sie. Andere Spielzeuge, sage ich jetzt mal, von irgendwo versteckt haben, habe ich keinen Bock drauf. Ganz ehrlich, hier die Dame zu meiner Linkin ist auch meine Verlobte. Also wir wollen nächstes Jahr heiraten. Ja, wunderbar, der Parkplatz steht immer noch wunderbar, das dauert ihr noch. Ja, das ist traurig. Also ich verstehe das da, ja. Ja, aber es ist traurig, ne. Das ist ja schon eine Unterdrückung dann einfach so. Also es gibt ja super viele Leute, die im Norden auch gerne Unternehmen und Geschäfte eröffnen wollten. Weil ich halte eins tatsächlich. Das ist ja schade, wissen Sie. Das tut mir auch echt leid. Und wenn Sie eine Idee haben, wie wir gemeinsam dagegen vorgehen können, können Sie immer mit uns reden, ja. Sehr gut. Ich glaube, wir alleine als Yellowjack können da nicht viel machen, weil wir halt quasi an das Gebäude gebunden sind. Ja, ja, gerade, ja. Aber ich sage Ihnen, ich glaube, dass wenn Sie da jetzt außerhalb aufmachen, dann sind das die Ersten, die da stehen und Schutzgeld haben wollen von Ihnen. Ja, das kann natürlich passieren, ja. Und glaube ich weniger, weil die CEO von Hanni Steiner, soviel ich weiß, ist mit einem von den Wolves of Mayhem verbandelt. Okay, okay, verstehe. Ähm, ich glaube, da können sogar Totten an der Location, an der neuen Location, eher noch zu Reibereien zwischen den Motorradclubs kommen, als woanders. Ja, ich hoffe, Sie haben recht. Also ey, schauen Sie, ich finde es, also Sie sind endlich mal zwei Leute, die ich hier treffe, mit denen man in Ruhe reden kann. Vielen, vielen Dank, dass es geklappt hat. Ja, dass Sie jetzt nicht hier mit Vorurteilen reingegangen sind. Das weiß ich sehr zu schätzen, ja. Und ich hoffe einfach, dass Sie Ihr Glück finden, ja, dass Sie dann in Ruhe Ihr Laden da aufmachen können, ne. Ja, wie gesagt, ich war schon mal Unternehmer, aber, ja. Ja, lief dann alles andere als es war anscheinend. Ja, nee, sagen wir mal so rum, das Mofag hat von Cool Beans die Lizenz entzogen, ganz einfach. Ach, Ihnen gehört das Cool Beans? Mir gehört das Cool Beans, ich war das CEO und die Dame zu meiner Linken war die Co-CEO, tatsächlich. Ich war, ich habe letztes Jahr gesagt, ich fand das Cool Beans so cool. Ähm, ich fand das... Gerade. Ja, definitiv. Ja, wir trauern beide ein bisschen nach, um ehrlich zu sein. Vielleicht kommt es ja wieder, ich drücke Ihnen die Daumen, ne. Wer weiß. Dankeschön. Ja, wir hoffen es, wir hoffen es. Das war aber die Yellowjack-In-Kette, ja, dann kann man da Drive-In, kann man sich ein Bier holen oder so. Ja, genau. Ja, irgendwas fällt dann schon an. Ich hätte es dir probieren. Nee, gut, aber wir werden auf jeden Fall unserem CEO Bescheid sagen und wir werden da bestimmt noch mal auf Sie zukommen und dann noch mal das Gespräch suchen. Gerne, ja. Passen Sie auf, dann lade ich Sie dann zu uns ein, dann würden wir das Gespräch suchen und dann hoffentlich klären wir das. Dann machen wir das dann alles. Ja, machen wir so. Okay, dann, ja? Ähm, nee, ich wollte, wenn Sie soweit fest sind, wollte ich kurz die Dame nochmal ansprechen. Ja, also es wäre nett, wenn die Dame einfach mal vier Gänge runterfährt und dass man sich normal auch mit unterhalten kann. Nein, 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 Ihre Kollegin zu Ihrer Rechten. Achso, ja, Frau Barnes, bitte. Okay. Ähm, Barnes war der Name, ne? Äh, genau. Ja, ähm, ich möchte mich entschuldigen bei Ihnen tatsächlich, dass ich so aufbrausend auf Sie zugekommen bin. Alles gut. Ich nehme sowas nur persönlich. Alles gut. Nichts für die Situation, aber, äh, wie gesagt, ähm, wir wurden angerufen, ja, Yellowchick wird durchsucht und, ähm, wurden halt nicht informiert. Und da das Sachverhalt jetzt geklärt ist, wie gesagt, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, das war nicht rechtens, was ich getan habe. Alles gut, Entschuldigung, angenommen, ist aber wirklich, alles gut. Also, wir haben das auch nicht durchsucht, weil die Dame, also schauen Sie, wir haben eine Fahndungsliste aktuell, wo wir noch fünf Mitglieder von denen suchen, ja. Wir haben den Nachnamen der Dame gehört, die ist dann ganz, äh, seltsamerweise immer wieder in den Laden gegangen. Und ich, Ariane, bitte. So, wenn ein Tatverdacht da ist, dann dürfen wir auch nachgucken, ob die Person sich hier verstecken. Wurde nicht erniedrigt oder verarscht oder nicht ernst genommen. Also, es sind fünf, äh, vier Leute, die des Mordes bezichtigt werden oder des Totschlags und, äh, eine Person davon fehlt. Und sie können, sie ist halt eine Gefahr für die Allgemeinheit, ja. Dann haben wir gesagt, die soll einfach die Türen öffnen und zeigen, wir haben nichts angefasst, wir haben nichts in die Schränke geöffnet. Wir sollten definitiv gleich außer Dienst, denn wir müssen wirklich auch noch gucken, dass die Person nicht dran ist. Das war's auch schon. Also, wenn Sie nächstes Mal ins Yellowjack wollen und irgendwie was nachschauen wollen, die können auch gerne unter der Leitstelle anrufen. Die ist eigentlich immer durch mich besetzt, ähm, dann mache ich Ihnen natürlich einen Auf, weil da ist nichts von den Mayhemms drin, also. Okay, weil die Dame hat nämlich gerade gesagt, sie soll mich verpissen und ich darf da nicht reingucken. Nee, also dann rufen Sie einfach unter der Leitstelle an, ich hab die in der Regel immer und dann, äh, lasse ich sie natürlich rein. Okay, alles klar, dann, ich danke Ihnen beiden. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Super, danke auch. Machen Sie das Motorrad weg, sonst fahre ich gleich um. Nein, Spaß. Dann wünsche ich Ihnen was, ja. Und, äh, ich hoffe, Sie machen das Cool-Beans wieder auf. Ich fand's cool. Ja, wir arbeiten dran. Okay, deswegen glaube ich. Wir haben gerade noch was anderes in der Pipeline tatsächlich, aber, äh, dann ist momentan noch ein On-Hold. Okay, ich lasse mich überraschen. Benchert, denke ich mal, ne? Ja, definitiv, ja. Okay, dann wünsche ich Ihnen was, ja, machen Sie's gut, ne? So, danke schön. Tschüss. Ciao. Ja, wir können fahren. Ja, Entschuldigung, ich wollte Sie jetzt nicht aufhalten, war alles in Ordnung eigentlich. Äh, warte, ganz kurz, äh, wir müssten einmal das Handy-SO anfahren, der State war nicht mehr besetzt, Commissioner, und Mr. Trambley und Mr. Palmer sind jetzt mit der Dame dahin gefahren. Okay, äh, ja, dann fahren Sie doch dahin, was kann ich jetzt tun für Sie? War der Mr. Trambley nicht bei Ihnen mit in der Streife? Nee. Achso, okay, ja, gut, dann haben Sie's einmal, ignorieren bitte. Gut, willkommen angefahren, ja? Schönen Abend, die noch, ja? Auch so. Schönen Abend noch, ciao. Tschüss. Schönen Dienst. Ich hab gedacht, er würde bei Ihnen mitfahren, deswegen. Krass, die Damen hat grad, die haben, beide haben grad sehr offen mit mir geredet. Werden hier ultra von den Mayhemms halt unterdrücken, aber richtig. Die haben auch richtig Schiss, naja. Vermuten Sie eventuell auch Schutzgeld? Nee, das nicht. Okay. Das Gespräch kommt, ja, ich fahr auch zum Beispiel, Rob. Genau. Hast du das ganze Gespräch mitbekommen? Nee, nicht das ganze, deswegen hab ich mich ja da schnell, nachdem es geklärt war, dazugestellt, falls irgendwas fehlt, ist das mitgekommen. Ja, fünf aktiv, richten Stand jetzt auf. Haben Sie das, ah, Sie haben das ganze Gespräch nicht mitbekommen, das wäre schade. Das war sehr, sehr spannend. Doch, ich hab jetzt grad schon sehr viel mitbekommen vom Gespräch, 4-3 aktiv. War interessant, hätte ich so überhaupt gar nicht gedacht. Ja. Ja, einfach keinen Bock auf Stress, ne? Ja, wobei ich bin immer, ich bin immer ein bisschen skeptisch, grundsätzlich. Aber, äh, das hörte sich natürlich schon, äh, sehr, 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 ja. Macht Sinn. Und die beiden eigentlich sehr nett, muss ich sagen. Oh, 4-3 kommen. Wollen wir das jetzt? 4-3, der Leitschloss. 4-3 hört. Stiller Wohnungsrahmen, Rockford Hills, anfangen, komm. Ja, sagen Sie, wir machen das noch. Ja, die 4-3, der Mieter ist nicht unterwegs. Der Mieter ist nicht unterwegs. Wollen Sie mal. Ja, 2-10, Fertig, Wohnungsrahmen, fangen Sie mal an. Wollen Sie mal an? Wollen wir mal an? Nein, bevor wir ankommen. Weiß ich tatsächlich gar nicht. Am Einsatzort. Achso, okay. Machen wir es aus. Achso, das Licht jetzt. Ne, die Sirene machen wir aus. Ah, okay, ich dachte, ich pumke jetzt am Einsatzort. Bei kurzem habe ich ja nie gehört. Nee, 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 Sie machen... Nee, aber habe ich mich tatsächlich schon immer gefragt, das ist doch mega auffällig, wenn man da wirklich mit den Sirenen ankommt, dann kann man das Recht abbauen. Eigentlich machen Sie alles aus und wenn Sie clever sind, schalten Sie sogar Ihren Wagen komplett aus. Also Licht aus alles. Ja, ja. Wir haben jetzt am Samstag, wenn Sie das nächste Mal in den Dienst kommen, haben Sie neue Polizeiautos, die Sie sehen. Also ich bin am Samstag, ich sage es Ihnen, das wird der Horrortag für mich. Und wir machen das VPD auf, wir kriegen neue Uniformen und wir kriegen die neuen Autos. Und ich werde Samstag so lange im Dienst sein müssen. Aber ich glaube... Ich hätte gerne mitgeholfen, Samstag. Ja, weiß ich. Ich habe jeden 2.000 Dollar geboten, ne? Ja, nicht nur deswegen. Können Sie mir das doch mit den Kicks erklären? Sie haben heute gefunden, wir sind vier Kicks. Klicks, ein Klick. Klicks, ja, meines ist ein Kicks. Ja, ein Klick ist eine Meile. Also wenn Sie eine Meile entfernt sind, zwei Meilen, drei Meilen, vier Meilen. Ja, ja, genau. Warum sagt man nicht mal? Ja, das ist ein Polizeijargon, sagt man Klick. Ah, okay. Damit, wenn der Funk abgehört wird oder sowas. Ah, ja, gut. Probier uns, wenn Sie irgendwas sehen. Ja. Ich habe da oben... Ja. Also geradeaus hier, hier ist ein Auto. Ich meine, ich hätte da oben in der Person gesehen. Hallo. Ja, hola, Mann. Ja, wie geht's denn so, ha? Amando. Amando. Ja, shit. Wie ist denn der Amando? Ja, einfach hier links rein. Guck mal, hier links rein. Ja, okay. Ich fahr einfach links rein. Ja, einfach links rein, Amando. Ja, einfach links rein. Ja, aber dann sollen wir hier stehen bleiben, ne? So, wo ist denn der Rest hier von der Beute heute? So, nirgendwo, Mann. Amando. 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 Ja, man, die, wo sind... Ja, man, die, wo sind... Ja, wo, die, wo sind... Ja, wo, die, wo sind... Was machst du denn in so dem Gehob? Ich habe kurz das Fahrerflucht gemacht, ey. Ja, die Kollegen hinter mir suchen sie mal hier, die, fahren sie mal auf die gegenüberliegende Straße. Ja, haben hier wahrscheinlich, äh, ja. Was habe ich? Fahrerflucht? Ja, hab ich geordnet, man hat Observer geschrieben, ne? Ah, den glaubst du dem schon, Blatt? Ja, ja, doch, warum nicht? Du kannst lesen, Amando. Ja, klaro, ein bisschen kann ich das, ne? Ah, ja. Aber was machst du denn jetzt hier, Amando? Komm, wo sind die Freunde denn hier? Derjenige, der hier gerade zugange ist. Hier ist doch nirgends jemand, Mann. Du hast doch gesellt, ich dachte alleine, ey. Ja, du hast ja gewartet mit dem Blinker auch nach links. Ja, ja. Amando, hast du was im Auto, was du nicht dabei haben darfst, Amando? Na, hab ich nicht, Mann. Warte, hab ich nicht. Darf ich mal abtasten jetzt hier auch. Ja, klaro. Na, cool, cool. Sie dürfen, Sie dürfen Amando abtasten, Frau Barnes. Jo. Welche Barnes bist du, ey? Bist du? Ja, wie, welche Barnes? Es gibt nur die eine. Und natürlich ganz viele andere noch. Ja, deswegen, du bist da wirklich die. Ja, natürlich bin ich die. So, einmal die Hände nach oben. Ja, okay, und warum soll ich jetzt abgetastet, ey? Sagst du nicht immer, die wollte mit dir ins Bett oder so? Ja, das war Barbara. Er wollte, er hat Barbara nicht. Ja, das war ein Geruch, you know. Hast du irgendwas, was hier drin? Ja, na, hab ich nicht. Siehst du doch. Ich mal. Fangen darf? Jo, was, wenn du die Fragen werfst, Mann. Was hier? Ist das ein Bonbon? Wie, was hier, Mann? Ja, das ist ein Bonbon, gell? Echt? Wo krieg ich das her, sowas? Hier ist eine krasse Brille, ey. Ach, shit. Was ist das? Jo, das ist eine Maske, Mann. Das ist ein bisschen der Plastik, muss ich sagen. Ja, der hat etwas mehr, was ist denn, Mann. Jo, das zeigt man so, ey. War doch diesen Feier-Tag, shit. Oh mein Gott, backst du jetzt auch? Ja, klaro, klaro. Vorart geht's ein bisschen, ne? Ah, so. Was hat er da? Hat er Backpulver dabei? Ja, sieht aus wie Backpulver und dann ist noch so ein einzelnes Bonbon. Information der Leitfälle gab ein Ja, ja, Persos, ich treffe noch ein Zeug, Mann. Ja, ich weiß gar nicht, wollen Sie mal schauen? Amando, hau mal ab, ne? Ja, wie, hau mal ab? Komm mal mit, Amando, komm mal mit. Komm mal mit, Amando, mach mal Kopfhörern zu. Komm mal her, Amando, rein jetzt. Komm, 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 komm. Steig, 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 Mann. Steig ein, Amando. Weil ich dir was zeigen will. Steig ein. Ja, was willst du mir zeigen? Amando, wenn du jetzt nicht einsteigst, steig ich gleich bei dir ein. Steig ein jetzt. Ey, shit, hä, weh, Mann. Du steigst doch bei mir ein, Walter. Steig ein jetzt. Steig ein ins Auto ein. Amando, jetzt reicht es mal. So. Steig ein. Jo, wieso, Mann. Steig ins Auto ein, sonst leg ich dich da gleich rein. Rein da jetzt. Ey, shit, Mann. Yo, direkt Schlagstuck oder was? Ich kann nicht glauben, dass das nicht wieder von 10.000 ist. Ja, Walter, was willst du denn jetzt machen, shit? Ich will dir was zeigen. Liebe, Amando, so hart. Ne Überraschung. Ne Überraschung, Mann. Mann, ich hab ne Überraschung für dich. Ja, ne Überraschung. Ja, das ist ja eine Überraschung, wenn ich hier nicht aufzwingen, oder was? Der ist ja nichts mit zwingen. Yeah. Mann, guck mal. Meinst du, die Leute sind sauer, wenn ich das jetzt mach? Wenn du was machst, Mann. Hier wohnen. Oh, der arme Rasen, ne? Oh, fährst du von oben, ey? Ja. Kann man drüberfahren, ne? Ja, die Kollegen, kommen Sie mal her, checken Sie einmal das Grundstück. Ich hab echt einen Armando bei mir im Wagen. So, Frau Barnes, gehen Sie mal. Gehen Sie mal mit DuPourmet, bitte. Los, ich warte mit Armando hier. Ja. So. Ich will mich ein bisschen beeilen, ne? Also, ich sag ja nur. So, nimm mal den da hinten. Was willst du, Frau Wurt? Nee. Oh, wap, 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 wap. Haben Sie jemanden? Stehenbleiben, 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 stehenbleiben. Wir haben zwei Personen, eine Richtung nach Norden, eine Richtung nach Osten. Ja, wir nehmen den Linken. Frau Barnes, hinterher. Ja. Richtung Norden. Ja, wir gehen in den Hinterhof. Das NSPD, stehenbleiben. Ey, geil, Mama, ich hab's gemacht. Ich schieße, ich taser sie. Stehenbleiben jetzt. Ich hab nichts gemacht. Ich schweiß, ich hab's nichts gemacht. Wenn sie jetzt nicht stehenbleiben, dann taser es sie. Wenn sie jetzt nicht stehenbleiben, dann... Ich hab nichts gemacht. Ich hab's gut verstanden. Armando, da ist er. Ja, hör auf mich zum Blenden, ich seh nix. Hey. Ich seh nix, der hab mich geblendet. Hey, shit, what, kann man jetzt konzentrieren? Ich seh, ich hab mich voll geblendet. Stehenbleiben oder ich taser sie, ich steh... Oh mein Gott, wer hat sie stehen? Stehenbleiben, stehenbleiben, stehenbleiben. Stehenbleiben. Ich taser sie, letzte Warnung. Einer geschnitten. Ich hab sie gefahren, meine Güte. Weint der? Armando, ist das dein Freund? Oh, fuck. Ich rufe das MD an. Ich hab sehen. Legen sie dir die Handschellen dran. Ja. Ich hab nichts gesehen, Armando. Du, hier ist so geblendet, oder? Ist der jetzt auch aufhören? Ja, ist mal probiert. Ich lass so schwarze Punkte im Gesicht jetzt auch so. Nein, Leitze, hier sieht's Informationen. Einer in Kasse, die an der Weisheit steht. Du trägst auch ne Sonnenbrille, Worte. Ja, der wird Seestecke auch. Ich kriege die halben Erz hinter dir. Ja, 4.02 mit der Information hier unterhalb der Straße liegt ein sehr Mikrofon. Die Dame, die Kaffee-Lampen mit hinten einträumen, läuft ja in die Richtung, das war aktuell. Ey, ich hab Agent Armando bei mir im Auto. Guck mal, steig mal aus, Armando. Guck mal. Guck mal. Der ist Police Officer jetzt geworden. Ich bin überhaupt kein Police Officer. Danke für den Tipp, wo wir den Mann finden. Armando, du kannst da jetzt auch gehen. Ja, da ist jemand, den ich getestet hatte, im Gebüsch liegt. Soll ich mal kurz nachschauen? Ja, meine Teilchen hat der Künstler weg. Ja, ich stelle in die Karre, man. Ich stecke in ein und zu viel weg. Ja, machen Sie das. Kommen Sie, ist auf. Gehen Sie rein. Ja. Ist auf und Motor ist an. Los. 402 ist jetzt auch 10.20 bei der 413. Ist hier jemand? Okay. Ohne Scheiß, der ging doch da vorne rein, oder? Hallo, Frau Warns. Flüchen. 405 meldet Einsatz an der Fahrtruhe. Wieso habe ich den einfach aus den Augen verloren? Wo war der? Check. Leute, bei 8. Das war aber auch nicht klingend, ne? Boah, das wäre so schön gewesen, wenn das eine zweite Mal. Check. Ne, hör auf. Ich mache extra die Module nicht, damit die nicht befördert wird. Sync-Pack. Ah, okay. Ja, die Konferenz an die Kollegen. Bleiben Sie die 413 im Auge. Da ist im Moment kein Ausgang drin. So, nehmen Sie die Frau Banz mit, wir holen die 413. Der Preis hat aktuell Richtung Del Herro am Goslar in die westliche Richtung. 413 im Auge. 405, begibt sich mal in den A-Bereichs. Verhandlung. Check. 413 ist gleich Höhe, Einfahrt Del Herro 4. Ja, wir haben hier eine offizielle Entwendung eines Polizeiwahrzeugs, sie haben die Schutzbeigabe. Check, 405 auf Antwort, Peropier. Wir sind frei jetzt in West-Rutschi, in südliche Richtung. Ich saß das im Beifahrer-Sitzing, was ist gar nicht mit dem Eindruck? Ja, die Führerin ist unterwegs. Weiter in den West-Rutschi, in südliche Richtung, jetzt höher. Sollte sich nun Höhe Lolitas oder El Salva befinden? Da wurde es nicht ernsthaft, dann für die Waren nicht laut. Aktuell stationär... Wagen kommt noch so gegen Roadblock der 405. Überdrehen wir alle bei dem Ding? Sollte ich mich gleich mal anschieben? Ich darf leider nicht fahren. Wollen wir mal aussteigen bitte? Ja. Persons gestellt. 400 ist jedenfalls fort. Ich habe kurz vergessen, wie man das macht. Wenn jemand getasert wird, muss man ja das MD zuerst rufen. Wo ist der Typ? Wo ist der Typ jetzt? Die müssen doch die Terrys an Nadeln entfernen, oder ist das nicht mehr so? Was ist hier gerade eben was komisch? Check es gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wer FC geweint hat. Und muss man theoretisch nicht auch hier nochmal reingehen? Boah, okay, das habe ich aber so noch nicht miterlebt. Das weiß ich nicht. Aber theoretisch? Keine Ahnung, ich weiß nicht wie man... Ich glaube, man kontrolliert nur bei denen, ob die was geklaut haben. I don't know. Und Hola. Ich trage die Marke. Ich trage die Czyle. Ich frage die Geräusche. Ich trage das da bescherenkt. Ich trage das Qu AOundミ reflex. Aber das liegt nicht mehr so. Eine Geräusche UN-pältige bis zur Ihrer blindness auf das Herzen. Ich trage das itch einmal. Ich trage das S computers und die Dinge. Aber ja nicht das z Daher. Ja, Leitschner für diese Information. Bei der 413 hier ist ein Tag verlässiger, das ist ein, das noch flüchtig mit Handstellen. Das vermute ich irgendwann, wenn wir das Putsch hier rausklassen würden. Der Leitschner, der Wagen hat auf Höhe Elf Salva eine längere Zeit stationär vor Wild, eventuell in dem Bereich. Frage der Leitschner, werden alle Einheiten vor Ort benötigt oder könnte eine in die nahe Versorgung nach der flüchtigen Personengehen kommen? Ja, ich denke, hier kann eine Einladung aussehen. Check für die einer, die sich jetzt zum Einsatz löst, die sagt, der Wagen war stationär, Höhe Elf Salva, Lolita, dort im Nahbereich nach der flüchtigen Personengehen kommen. Ja, ich denke, dass ich wieder dann erst, es gibt eine Personbeschreibung von der Person kommen. Da müssen die Besatzung der 413 gefragt werden, dass die vor Ort wollen kommen. Soll ich's mal hier aus der Straße rausfahren? Äh, ja, machen wir das mal. Meine Güte. Wissen Sie was, fahren Sie einfach zum PD, bitte. Gut, zu welchen? Äh, MOPD, bitte. Gott, okay. Ja, ich bin zu lange im Dienst. Ja, heute ist ein bisschen komisch. Die Info hat mit einer Information des MDs, das MDs meldet sich für heute von Außeneinsätzen ab. Ohne Quittierung endet. Ohne Quittierung? Habe ich noch nie gehört, was meiner damit ist. Auch nicht. Aber okay. So. Undersatz, Überführungsfahrt, MOPD. Check. Äh, ich weiß, ich hab'n komischen Fahrtweg, aber vertrauen Sie mir, wir kommen an. Ach so, alles gut. Solange Sie das Auto heile lassen, fahren Sie, wo Sie wollen. Und vielleicht SDVO-konform. Ja, das mach' ich doch, oder? Habe ich irgendwas gemacht hier? Naja, das war ein Wortstein. Ja, aber ich bin das Auto noch nie gefahren. Das fühlt sich an, als würde ich gerade auf einem großen Geekissen fahren. Ich muss mich ganz kurz mal dran gewöhnen. Dann geht's. Sie können auch nur 20 Meilen fahren, Hauptsache weil wir kommen an. Ja, das wäre vielleicht sogar, als es kommt. Waren Sie im Urlaub zufällig? Äh, nee, tatsächlich nicht. Warum? So, wir haben Sie jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Aber wahrscheinlich haben wir uns immer verpasst. Ja, das war auch so, tatsächlich. Ähm, ich, boah. Ich, ich, ich hab' gerade wirklich Probleme. So, jetzt aber. Jetzt, jetzt bin ich wieder am Track. Ähm. Ist gut, noch ist das Auto heile. Und wir auch. Nicht weit, so jeden zweiten, dritten Tag war ich schon da. Okay, dann haben wir uns wahrscheinlich genau dann immer verpasst. Naja, sie arbeiten ja eh in ne, in der Dunkelheit geheim und verdeckt. Ich hab' ja einen kurzen Einblick. Ja gut. Detektor ist, ne? Keine Geheimagenten. Immer noch ein leichter Unterschied. Ja, aber sie sieht man trotzdem alle, äh, eher selten. Meinst du, wir sind zu selten sichtbar? Äh, das ist doch eigentlich was Gutes. Das Gegenteil finde ich eigentlich doch ein bisschen gefährlicher. Gut, kommt immer drauf an, was wir so machen, ne? Wir haben Vorfahrt. Ja, aber das ist ein Taxi und Taxis trau' ich nicht. Also da bin ich, da bin ich richtig hart vorsichtig. Das Erste, was ich bei das Taxi damals, äh, beigemacht gekriegt hab', ist, dass, äh, Stopp-Shelder einfach nur, ähm, nette Deko sind. Richtlinien sind. Ja, oder so. Ja, sie können ja dann rechts an der Seite parken. Äh, meinst du hier gehen jetzt einmal um die Ecke? Ja, genau, hier um die Ecke und dann einfach da hinter dem anderen Anmarkt am besten. Oh. Das ist ein Streifenwagen. So, jetzt aber. Auch schon ein bisschen, ich wollte gerade auch in den Feierabend, ich, äh, meinst du jetzt? So. Ja, lassen Sie sich bitte überführen. Mach ich. Dankeschön. Und dann wünsche ich Ihnen noch einen wunderbaren Abend. Danke. Danke. Leitstelle für die 419 kommen. Leitstelle hört kommen. Die 419 bräuchte, äh, eine Überführung zum Lameser-PD und befindet sich im MR-PD. Moment. Check, wird organisiert, komm. Ja, Ende. Hey, Ariane. Hallöchen. Ja, das wird jetzt heute doch nichts mit dem Friseur. Ich mach das dann Sonntag irgendwann ein bisschen früher, weil, äh, ich muss heute... Iray, ich telefoniere gerade. Kleinen Moment. Ich muss heute meine Koffer packen, es geht auf Barbaras Yacht. Ach, okay. Mhm. Oha. Es sei denn, ich, äh, es sei denn, ich erreiche Max und Max kann mir mal eben die Haare aufmachen, aber das mag ich mal stark. Oh, nein, ich würde dich gerade überführen. Ah, ja. Alles gut. Okay. Dann macht das ruhig, dann viel Spaß auf Barbaras Yacht. Ja, dankeschön. Max ist auch da. Dann, äh, ja, wünsche ich euch auch viel Spaß und passt auf euch auf. Ja, immer. Ja, klar. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Bye. Buh. Was für ein Tag. Ja, also, ich weiß nicht, was gerade eben passiert ist, aber das klang auf jeden Fall wild. Das, ja, das reicht ja dann auch. Ja, nicht jetzt. Eins, was fährt mit der Leitestelle und, äh, Pina. P-Nummer? Äh, 419. 419? Na, besser. Weil ich zur Leitestelle bin. Ich, also mein Gehirn ist gerade so langsam. Das ist wirklich so langsam. Kein, doch. Ja, ich war ja eben immer bittig gestrandet, also kann ich auch mal die Leitestelle dahin versetzen, wo sie eigentlich sein sollte. Ah, okay. Wie war denn Ihr Tag heute so? Äh, es ging und dann war ich Leitestelle und dann hat die Stadt ein bisschen gebrannt. Aber ich war auch noch beim wirklichen Brand dabei. Ah, oh. Wie ist das denn jetzt gerade ausgegangen, ähm, mit dem, äh, geklauten Streifenwagen? Äh, der wurde gestellt. Eine Person ist gerade noch flüchtig, die mit Handschellen. Oh mein Gott. Ja, okay. Und die Person ohne Handschellen, also die, wo gefahren, glaube ich, ist, ja, mit Handschellen fahren geht ja nichts, äh, die ist, äh, gestellt. Mein Güte, ja, das, äh, war gerade schon, es ging ja wirklich alles so schnell. Es ging so verdammt schnell. Ich bin echt, keine Ahnung, es war irgendwie so, einmal hieß es ja, achten Sie auf die 413 und dann irgendwann mit einem Live-Tracking erstmal eine 1060 durchgeben. Toll. Auch ganz interessant, weil es ja auch ein bisschen zeitverzögert ist. Ja, dann hat der Dupont noch Probleme mit dem Auto und es war gerade wirklich sehr wild. So, Moment, machen wir mal kurz auf. Oh, Icon unten auch, das ist, eh? What the? 411 von Leischhülle 1020 von der Mesopidin. Danke nochmal fürs Fahren. Kein Problem. Aber wie gesagt, ich mache es auch schnell, weil die Streifen ja alle gebunden sind, dann passt das. Ah, super. Ich kenne es, wenn man einen Feierabend möchten, es klappt einfach nicht. Und deswegen, die erneut sind mir, dass ihr aus dem Funk habt. Schönen Feierabend. Ihnen auch. 413 auf den Weg, Richtung, äh, dem Armut. Check. Ja, 413 ist informiert, äh, im Bereich des Putschi an den Turfs, keine Person feststellbar. Jetzt, Handkopf. Wie mein Kopf gerade, wie mein Kopf gerade Null verarbeiten konnte, was da irgendwie mit dem, Check, also gerade so, nach dem Taserschuss, weil ich ganz kurz, äh, auf dem Analonisierabend bin. Schlimm zur Tankstelle. Check. So. Irgendwann ich das schaffe mit dem, Pferde, ja. Den tollen Pulli an und konnte mir niemanden zeigen. Gut, jetzt haben wir auch noch völlig verkehrt ausgezogen. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft, Leute. Habe ich, ich habe doch noch, ah, die Beine vergessen. Schade mit der Jacke und den ganzen, irgendwie, das ist schade, dass das irgendwie alles gerade nicht so funktioniert wie früher, aber es gibt Prios natürlich. Aber das ist ein Barrett, fühle ich irgendwie, hoffentlich sieht das nicht schade aus. Tschüss. Adios. Adios. Oh, Ariane sitzt einfach wieder auf. Eine Sache mag ich immer. Es ist so blöd. Ich mag es immer, wenn Ariane einfach mal einen Tag nicht gesagt hat, die bekommt, was die alles für Fehler macht. Weil manche sind ja so richtig hart, kleinlich. Und jetzt weiß ich, wusste ich heute selber, dass ich manche Sachen, ich habe das Kommen schon wieder vergessen. So einfach dieses, das, was mir halt immer passiert, nach einer Weile irgendwie. Und es ist so entspannt, wenn man einfach mal nicht das ständig gesagt kriegt, auch wenn man es selber weiß, dass es halt so war. Wisst ihr, wie ich meine? Weil das war immer, du kamst danach, du bist danach irgendwie, und das Schlimmste, also das Allerschlimmste, was ja immer war, und das habe ich jetzt Gott sei Dank nicht mehr, weil Ariane jetzt ja auch mit so vielen Leuten rausfand ist, die schon wissen, was sie machen. Wenn Ariane immer gesagt bekommen hat, nee, das macht man nicht so, das macht man so, Frau Barnes, dann macht die das so, und dann sagen die anderen Leute, Frau Barnes, wer hat Ihnen das denn gesagt, das ist völlig falsch. Oh Gott, wie oft hatten wir diese Situation, wo ich einfach nur sagte, fickt euch einmal alle. Ganz im Ernst, wie macht man das denn jetzt? Der eine sagt das, der andere sagt das, und das kriegt ihr dann beigebracht, und in der Ausbildung dann nochmal völlig anders. Und dann sagt dann irgendein, weiß ich nicht, Capno, Commander, so ein super Hochranger, ihr dann wieder, dass es auch falsch in der Ausbildung ist, das hatten wir ja auch, und dann dachte ich einfach, ey, komm, ich bin so verwirrt. Heute war ein okayer Tag, aber bei Funken, mit Weißfunken, ich vergesse so viel dann immer, ne? Diese Autos da sind so süß, diese bunten. Alpbackenes Problem im RP. Boah, keine Ahnung, kann sein, aber ich habe ja so null, absolut 0,0, vielleicht woher ist nochmal das Meme, Vorerfahrung tatsächlich vorher gehabt, aber ich bin noch nicht so die krasse PD-RP-Guckerin gewesen, so deswegen war alles ja komplett neu, ne? Und dann habe ich, dazu habe ich dann lange dieses Verständnis irgendwie dafür, das hat mir komplett gefehlt, so diese Logik dahinter, hinter dem, was die halt machen und wie man bestimmte Sachen ausspielt und das, ich war so hard lost einfach, ey. Also immer noch teilweise, aber es ist ein bisschen besser schon geworden, aber es gibt immer noch Situationen, ähm, da tue ich immer so als, sorry, ich weiß nicht, was sie tut, aber ich habe gar keine Ahnung und das hat bis jetzt immer so gut geklappt, weil dann spielen die anderen irgendwie mit, sagen, ja, Frau Barnes, haben Sie schon das und das gemacht? Ich habe gesagt, ja, würde ich gerade machen, so, äh, okay. Einen Trick hat mir jemand verraten, da habe ich mich damals voll gefreut, so. Das war jemand sehr erfahrenes und hat gesagt, das war nicht Dennis, ähm, ne, falls jetzt unterstellt wird, äh, das war in Dennis, der Meta-Chat und hat dann geschrieben, irgendwie, äh, ich tue, also bei manchen Sachen tue ich einfach nur so super selbstbewusst und dadurch gewinnst du eigentlich schon alles. Okay, das wundert mich jetzt, dass du das schreibst, passt. Ja, du darfst ja nicht ausspielen, dass du weißt, äh, dass das jetzt Kokain ist, weil das muss ja erst getestet werden in der Forensik, glaube ich, genauso wie Cloud 7, du darfst nicht ausspielen, so habe ich das auch immer wieder mitbekommen, deswegen deckt sich das, dass, äh, das Drogen sind, deswegen habe ich das jetzt so gemacht. Ja, ich hätte es keinen falsch gehört und wir machen uns das einfach mal so weiter, bis jemand sagt, Frau Barnt, Sie sehen doch, dass das Kokain ist, aber der selbst, Dennis hat es ja nicht so, oh, was ist das denn? Ja, guck mal, jetzt haben wir den doch hinter dem, wunderschönen, äh, nehmen den wunderschönen Tulip. Die Frau sieht so kacke aus, heute. Wie er ausgestimmt ist? Ja, doch, habe ich, ne? Mal sehen, gucken. Alter, Rekord für Ariane, ich sage es euch. Wenn da wirklich Leute dann sagen, ich bin zwölf Stunden schon im Dienst, denke ich mir immer, hä, kannst du dich konzentrieren? Nein, das ist nicht unser Dominator. Das haben wir gar nicht an. Scheiße, ich bin noch OOZ, so ein bisschen so. Die muss sich das selbst verdienen. Nein, ist schon cool, wenn man so Sachen kriegt, so wie damals von Walter Weiß, so den Stratum und sowas alles, aber das ist halt, für sie wünsche ich mir halt, dass sie, aber sie will ja jetzt unbedingt sparen. Also wenn sie hier was mitbezahlen darf, also an der Wohnung so selbst, dann will die das natürlich auch, ne? Dann, das erfüllt die ja extrem. Ist ja halt wirklich so. Spielen wir genau so aus. Es belastet mich, wenn die Kacke aussieht, ne? Es belastet mich, wenn die Scheiße aussieht. Wir brauchen eine neue... Ach, scheiße, ich will ja einen sparen. Aber wir brauchen wirklich eine neue Regenjacke. Das ist so. Sekunde-Lummer. Schalte ich auch gleich an der 818. Einfach roll auf Text-Spam. Gucken. Das Blöde ist, ne, ich hab tatsächlich, also, Baret, ich weiß, wie die Dinge aussehen, ja? Ich hab trotzdem die Hoffnung, ja, dass sie so ein bisschen, wenn die wirklich kommen sollten, ein bisschen lockerer sitzen, ja? Und zwar ungefähr... Oh, warte. Und zwar ungefähr so. Stellt euch mal vor, wie, also ohne dass das jetzt so überguckt, wie cool das aussehen würde, einfach. Wisst ihr noch, als Ariane einen PD-Pullover längendär anhatte mit den roten, äh, wie heißt das hier? Mit der roten Basket-Mütze? Das war auch so cool. Äh... Heute nehmen wir anliegende Hoodie. Heute nimmt sie das hier. Darf sie das anziehen? Sie darf es anziehen. Fantastisch. Wir müssen es uns jetzt einfach nur vorstellen. Hi, Ari. Also, ich habe einen Truthahn hier, ja? Und ich wollte einen Testlauf machen, damit tatsächlich... Äh... Ja. Wahrscheinlich schon am Sonntag? Ähm... Und dann bräuchte ich noch einen Truthahn. Ihr seid ihr da bei Cypress? Ähm... Ne, wir wollten tatsächlich direkt bestellen per Mail. Oder meinst du, gibt es dann einen Automaten? Ne, da gibt es keinen Automaten. Der nächste Automat ist, glaube ich, der, ähm... Der Liquor Store, oder wie heißt der? Ne, ich war sogar, glaube ich, sogar bei der Miros Edge Tankstelle, also schon ein bisschen weiter weg. Mhm. Ähm... Ansonsten... Also, ich würde einen noch mitnehmen. Wie teuer waren die noch mal? 100? Ne, 80 Dollar. Ne, 80. Ja, ich würde auf jeden Fall noch einen mitbestellen dann. Okay. Ja, wir wollten auf jeden Fall ein bisschen ausprobieren. Wir könnten uns ja auch, wenn du Bock hast, auch am Sonntag oder so eine Kochsession machen. Ja, am Sonntagabend ist... Also, Sonntag wird schwierig. Okay. Das ist so, vielleicht, eventuell kommt Jostland zurück und dann würde ich da, äh... Ich weiß, alles gut. Okay. Ja, sonst ist es halt nicht schlimm. Dann sieht man sich spätestens am Donnerstag, ist ja nicht, äh, das tragen wir drum. Am Donnerstag? Ne. Machst du die Tage davor? Arbeiten, wahrscheinlich. Also, bist du dann nicht mehr faul? Ich war auch, ich, hallo, ich bin täglich arbeiten, junge Frau. Ich mach dich dagegen. Seit wann, seit wann nimmst du das ernst, was ich sage? Wirklich? Ja. Bitte dich. Mhm. Was macht ihr denn gerade? Ich brauche. Bitte. Äh, ich koche, also ich brate noch gerade meine Korn und Blöds an und dann... Oh, hast du die selber gemacht? Ja. Oh, brauchst du sehr viele Zutaten dafür? Ne, gar nicht. Also, es ist tatsächlich ziemlich easy. Ja, ich liebe die neuen Rezepte da von der, von der Seite. Ja, Mann. Ich will das auch. Also, ich will viel, viel mehr davon. Ja, definitiv. Ich hoffe, wir kriegen noch ein paar Brownie-Sachen dazu. Brownie-Sachen? Ja. Na, warme Brownies zu Weihnachten, wäre geil. Oh mein Gott, ich dachte, du meinst Drogen. Nein, was zur Hölle? Doch, jetzt war ich, aber mal ganz kurz hatte ich ein ganz, ganz anderes Bild von dir. Ich habe noch nie Drogen genommen, okay? Ja, ich auch. Ja, ich weiß, Kaya, du auch. Was? Moment, warum hast du so lange geschwiegen, Ari? Ich habe tatsächlich zwei Joints mal auf der Insel geraucht. Oder drei, ich glaube sogar drei, in all den drei Jahren jetzt. Also, jedes Jahr eins sozusagen? Ja, tatsächlich ja. Also, ne, dieses Jahr nicht. Also, ne, das waren schon... Ja, stimmt. War eine wilde Zeit, also wirklich. Ich war richtig unter Drogen, war. Ich war gar nicht mehr zurechnungsfähig. Wildes Ari, okay. Mhm, mhm. Ja. Ja, aber die lohnt sich. Die sind... Man kriegt recht viele Contambleus raus aus dem, was man da hat. Oh, okay. Mhm. Finde ich sehr gut. Wie schätzt du ungefähr die Kosten ein mit den ganzen Zutaten? Mhm. Ziemlich preiswert. Also, Kaya hatte noch Zutaten für einen Obstsalat dazu geholt. Und sie kam auf einen Gesamtwert von unter 100 Dollar. Okay, das ist gut. Und sie hat, ich glaube, acht oder zehn Portionen gemacht, hat sie. Oh, wow. Okay. Okay. Dann weiß ich jetzt schon, was ich in den Kühlschrank fülle. Dann mache ich das auch. Ja, ich bin, äh, ich fliege morgen übrigens, äh, auf Barbaras Yacht. Also, morgen sehr früh. Ähm. Musst du, du musst irgendwann mal, Barbara, müsst ihr irgendwann mal fragen, ob ihr da auch hin könnt? Die ist ja, äh, die durfte ja ihr Geld, irgendwie, das ist ganz, ganz komisch. Die ist ja reich, die Frau. Echt? Ich habe irgendwie immer gedacht, das wäre eine, äh, so eine Karen, die einfach übelst kein Geld hat und einfach nur am Rumheulen ist. Nee, nee, die hat schon Geld. Ich habe auch überlegt, ob ich vielleicht, äh, ja auch nach New York fliege und Jova rasch. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist keine gute Idee, deswegen habe ich das mal sein lassen. Und, äh, Max wird auch da sein. Ach. Max, äh, drückt sich. Von einem Gespräch, nehme ich jetzt. Wie? Nein. Nicht ein Gespräch? Nee. Nee, keiner wollte ich noch mit ihm reden. Irgendwie, äh, mh, weil er doch scheiße, weil Daniel über sie erzählt hatte. Achso, schlecht. Achso, ja klar. Ohne Scheiß, glaube ich, aber wirklich immer noch nicht von Max. Ja, und ich muss dann diesen Dunahe im Brief lesen und ich gehe jetzt gleich aber erstmal schlafen. Und, äh, Amanda ruft mich die ganze Zeit an. Was ist der denn? Ach, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Warum kicherst du dabei so? Ja, wir sind gerade so ein paar Sachen passiert, bei denen, ähm, er involviert war, ja. Ah, das, das Ding, okay, mhm. Ja, ja. Gut, äh, das Gute ist, er ruft nicht nur einmal an, er ruft ungefähr 20 Mal an. Oh, weia. Ja, da kenne ich noch so jemanden von so einer Truppe. Wen denn? Äh, Rubio Mendes. Oh, den kenne ich gar nicht. Ja, da ruft auch manchmal relativ füllen. Ja, I don't know. Ähm. Bist du denn noch beim Friseur an sich? Oder hast du es sausen lassen? Nee. Ich gehe jetzt schlafen, ich muss nämlich noch packen, ganz viel. Und dann wollte ich mich ausgiebig duschen. Und, äh, weißt du was? Nein, ich schaue auf das Duschen. Ich habe gerade, ich habe gerade von Johan meinen Pulli an. Ich, äh, Duschmann früh. Ansonsten, ansonsten hau dich doch einfach in die Wanne. Ja, stimmt, das könnte ich tatsächlich auch. Jos, Jos, Parfüm ist ja auch in der Nähe wahrscheinlich. Ja, aber okay, das ist nicht das Gleiche. Ich brauche irgendwas, was er getragen hat. Ja, aber... Ein bisschen auch, dass der Gerbergeruch an dich, an dich, an sich dran ist. Ich will schlafen gehen. Merke ich gar nicht. Du wirst ein bisschen übermüdet. Weil den Geruch von Jo will ich nicht haben, danke. Wäre ich schon. Gut, okay, dann, ähm... Gute. Ja, dann, äh, hau rein. Und sorry, dass es heute nicht geklappt hat. Ach, alles gut. Beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal, dann. Bis dann, die beiden. Ja, viel Spaß noch. Dankeschön. Tschüss. Dir einen schönen Urlaub. Tschüss, tschüss. Danke, tschüss. Oh, wieso hat Ariane Ja gesagt mit der Yacht? Ich wurde... Boah, die... Guckt euch das an. Die hört nicht auf zu reden. Warum hört die Frau nicht auf zu reden? Und wie oft ruft er noch an? Bitte auf. Oh, ich traue mich. Jetzt kann ich gar kein SMS schreiben. Scheiße, warte. Moment, ja? Ich sieke nur noch mal. Moment kurz. Oh, ich... Oh, ich traue mich. Untertitelung. BR 2018 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 Wege machen. Ist wirklich so. Ich kann nichts tun. Ich helfe immer gerne, aber da kann ich nichts tun. Ja, hast du jetzt auch beim Haarenpartner-Lock mit Kori einmal gemacht, oder weißt du, Mann? Hä, nein, ich trag die Haare ab und ich trag die immer im Winter so, damit ich Mützen tragen kann. Das musst du doch wissen, wir kennen uns doch schon lange. Ja, aber das ist doch so ein bisschen Eis, Mann. Nein, das ist so hell. Das ist, weil mein Deckhaar, da sind so ein paar hellere Spritzen. Ah, okay, okay, Mann. Ja, ich muss jetzt auflegen, ich muss jetzt schlafen. Ja, mach das irgendwie, Mann, aber denk nochmal drüber nach, ob du dich vor wie vor die Gerechtigkeit einsetzt und das bei ihm anbringst, ne? Ja, aber deck du bitte darüber nach, was ich dir gesagt habe, dass du dich beschweren kannst und darfst und es ist egal, wie du ihn. Jo, er soll einfach nur nach, er hat mich jetzt gehen lassen, Mann. Ich hatte den Klub bei dem Wurf, ne? Er soll jetzt einfach mal nicht noch auf die Idee kommen, irgendwie eine scheiß Akte darüber zu eröffnen. Guck mal, was? Hast du denn was gemacht, wo man dich festnehmen könnte? Ja, er wollte mich ins Prison stecken vor diesem schädlichen Eigentum, jeder. Ja, aber überleg mal, du bist nicht ins Prison gekommen, ist doch eigentlich voll gut für dich. Ja, 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 klaro, klaro, aber nicht, dass der Puto erst jetzt am Ende noch denkt, man, dass er eine Akte da eröffnen kann, shit, ne? Ne, nimm den Anwalt und guck, ob du, äh, guck, ob eine Akte ist. Ja, du kannst auch mal ein Anwalt sein. Nein, ich kann nicht, nein, ich kann nicht, nein, ich kann nicht, ich gehe jetzt, am einfach vor den Gerechtigkeit einstellen, ne? Das machst du doch als Peti. Hör auf mich zu gestalten, ich gehe jetzt schlafen, gute Nacht. Ich, was, ich, ich... Der ruft wieder an, ich weiß jetzt schon, dass der wieder an, oh. Ich muss schnell raus. Was wollte ich denn machen? Ach ja, die SMS. Oh, mein Gott. Der hasst es, wenn Ariane aufregt. Boah, irgendwann wird die so hart von dir noch gefresset kriegen. Aber ich mag den. So, und Ariane hat tatsächlich etwas geschrieben. Ha, die hat nicht gelogen. Boah, der Arme, ne? Der kriegt so wohl auf Text einfach. Also, hey, und dann fände Herzchen. Auch heute habe ich den Tag unbeschadet überstanden. War alles sehr aufregend heute. Meine Versetzung wurde genehmigt. Ich freue mich so sehr. Aber ich vermisse dich unendlich. Wenn ich in die Wohnung komme, möchte ich dir nie an den Hals springen und dir alles erzählen. Aber du bist nicht da. Und sorry, dass ich dir so viel schreibe. Das ist ja, also, Skinner war ja immer doch schon angenervt wegen den langen SMS. Also, nicht angenervt, aber hat ihr das immer wissen, dass das zu lang sind halt. Bin morgen und Samstag mit Max auf Babs Yacht fliege Sonntag aber wieder zurück. Nein, da ist es. Ähm, ich will schon sonntags hier auf das Spielzellert und also ich will sie so super krass happy. So wie bei, als sie bei Mountain Hand Style rauskam und das geklappt hat mit dem Hinrennen und dann ganz schnell die Interaktion machen. Also so auch die Witzigkeit richtig, richtig freuen. Und wenn ich wach genug bin, kann sie auch wieder dieses superschnelle Double, Triple Time Ding machen. Aber das schaffe ich immer nur, wenn ich wach bin. Ja, das war's dann auf YouTube und bis zur nächsten.